So, du jetzt die Klappe backst, die Melon. Viodia Sound. Hallo, Viodi. Merhaba, merhaba, gute Tomate. Ne, Mann, das ist überhaupt nicht meins. Ich komme dann von normalem Kochen zu den Amis, ihren Grillwettbewerben, wo die da übertriebenes Sachen machen und dann schmeckt mein Essen mir nicht mehr. Ach, komm. Ach, komm. Was war das denn, Junge? Was hat denn da jetzt so geflackert? Boah, das fehlt mir auch nur, dass die Grafikkarte im Arsch geht. Dann bin ich gefickt. Ui. Das wäre echt die Hölle, Alter. Autos sind wieder weg. Boah, dann bin ich wirklich im Arsch, wenn die Grafikkarte kaputt geht, Junge. Oh, läuft aber gut. Warum läuft er vom Arsch? Hier oben ist immer gut, ne? Ich habe noch eine 1080-Tie, die leicht dir dann. Oh, Bruder. Ei, ei, ei. Hauptsache, der Willi kümmert sich um den Rasenmäher. Der ist gut. Wie komme ich jetzt hier weg? Toll. Toll. Keiner meiner Freunde da. Äh, Patrick weiß ich noch nix. Mach ich public, wenn ich da mehr zu weiß. Hallo, Philipp. Aber die bekommst du ärgere nicht. Fick dich, Lucky! Wie Combo-Taxi. Okay, ich bin am Arsch. Ich habe ein Auto. Huck, du! Ich könnte jetzt Pinsitz-Auto nehmen. Mach ich jetzt auch. Und dann gehe ich mein Auto holen, lasse eins da stehen und wenn er kommt, fahre ich ihn da hin. Boah, ich bin schlau. Tuck, tuck, tuck. Tuck. Erstmal gucken, ob der im Koffer rummelt. Oh. Vorzeigeautofahrer, der Knister. Achso, ich bin schlau. Habe ich Geld? Die hat halt Geld gar nicht eingezogen, ne? Ja, man wird Sinteroßen. Ach, nö, Mann. Habe ich ihn jetzt bekommen? Only, it's only game. Game. Why you have to be mad? Geht das weg? Ich bin aus, dass er mit dem Controller in den Monitor gekommen ist. Dann ging das Menü auch. Ich muss nicht ins Casino, ich muss das Geld eh mal abgeben. Ei, ei, ei. Der Typ, manchmal denke ich, meine Mutter sitzt am PC. Bruder, was soll ich machen, Alter? Am Monitor sind die Knöpfe immer so voll komisch, wo das Menü aufgeht. Boah, immer ärgert er mich. Schande, boah, ich. Hallo, schweiß da kurz. Oh, ich hab hier 45 FPS. Hallo, Holy. Und Sittich, danke schon für den Prime im zweiten Monat. Schönes Wochenende für alle. Wünsche ich dir auch. Ey, morgen ist der Boxkampf, ne? Gehe ich da mit Curtis hin oder mit Peanut, Alter? Ich hab' mit beiden Charactern eingeladen. Gubst mich nochmal, du Freelo. Fick dich. 15 mehr, als man sehen kann. Aber jetzt hab' ich... Ich hab' die scheiß Anzeige wieder an, man hat triggert mich. Einfach mit beiden immer umloggen. Eigentlich schon, ne? Kurz mit Peanut sagen, ich bin kurz pinkeln. Dann auf Curtis loggen, halbe Stunde und dann mit Peanut wieder gucken. Boah, gute Idee. Schlimm, Daniel, wir können eigentlich ein Abstimmung machen. Oh, ich bin falsch gefallen. Ne, doch nicht. Ich denke auch mit Peanut. Obwohl morgen ja die Lieferung kommen sollte mit den Klamotten wieder. Da müssen wir uns da drum kümmern. Leik und Tolo, Leik und Tolo. Ja, sauer eigentlich wieder rechter, Vinci. Hm, der will ein Schwein, einfach morgens spontan. Mach du Luke auf hier, du Penner. Puh, Bruder. An dieser scheiß Zaun. Hallo? Und? Geht's dir gut? Ja, mir auch. Du musst da nicht gleich wegrennen, nur weil ich mich hereinsetze, du Penner. Hallo. Danke. Was? Danke. Bitte. Was geht ab? Danke. Dein Auto wird geklaut, ne? Ich hab schon die Polizei gerufen. Es wird geklaut? Ja, es wird geklaut. Ich komm so aus der Bude und dann stehen da so Verbrecher. Oh. Und die so, ey, wir klauen das Auto hier. Ich sag so, nein, das war mein bestes Freund. Und deiner war dann so, der wollte mich boxen, dann bin ich so in die Hocke gegangen. Und dann haben die deine Scheibe eingeschlagen und dann sind sie davon gefahren. Oh nein. Ja. Vor die Arschlöcher. Und wie kamst du da weg? Ja, mit meinem Auto. Oh. Die haben nur deins geklaut. Aber ich hab die verfolgt, ich weiß, wo die hingefahren sind. Ich komm dich abholen, okay? Ja. Ich weiß, wo dein Auto ist, ich hab's genau gesehen. Wo die hingefahren sind. Ach du Schönen. Ähm. Okay. Bist du zu Hause? Ich bin am Tor. Okay, welches Tor? Ich weiß nicht, welches Tor du meinst. Ähm. Entschuldigung. Ich glaub, ich geh direkt wieder schlafen. Warum? Nein, du musst mich aufmuntern, Neupinsel. Ich bin nicht gut drauf. Ähm. Ja. Du bist heute der Gratwider. Können wir gleich machen. Oh, ich möchte grad nicht drüber sprechen. Warum was hat er? Ähm. 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 Ich würd's dir zeigen, wenn du da bist. Ja, ich komm doch schon. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Okay. Gott. Ich fahr sogar übelg schnell. Und ich hab Hunger. Und ich bin nicht gut drauf. Oh Gott, da kommt Pinky. Oh, oh. Pinky, Hilfe. Oh mein Gott, ich hab fast Leute befangen. Toll, wie da lustig bin, ich bin nicht da. Hilfe. Oh mein Gott. Ja, kannst du mir helfen? Hallo? Oh mein Gott. Wo rennst du hin? Ja, 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 ja. Was hast du schon wieder, du Arsch? Ähm, ich hab ein technisches Problem. Ja, das hast du schon seit Wochen. Ich hatte eine SST-Tablöte, genau. Und, hat dir geholfen? Wie Milch. Wie Milch? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ednus kommt gleich. Ich bin doch schon um die Ecke. Okay, kannst du eine Schere mitbringen? Für Bücher? Da muss die Twinkie fahren, die rasiert sich immer mit einer. Bitte bring eine Schere für Bücher mit. Wo bist denn du? Am Eingang. Was machst du da? Hallo Twinkie. Hilfe. Was hat er gemacht? Aua, warum? Was darf ich, dass du nicht an dein Handy gehst? Hau, ich bin ein Pinsam. Arschloch. Sag mal. Du spinnst ja wohl. Dass du mich schlägst, du. Dass du mich schlägst. Erst nimmst du mein Geld. Gönne mich erst raus und vorbei liegt. Schlag mich nie wieder. Verklopst. Ja, komm her, Pinsichin. Hallo. Ja, wie kommt das denn passieren? Wie? Ja, wie? Was machst du da? Wir brauchen Scheil. Wir brauchen die Feuerwehr, du Idiot. Ja. Hey, du hast ja deinen komischen Strapse wieder um den Hals. Ja, hab ich wieder gekriegt. Und wer hat's geklaut? Wann? Ja? Nein. Ein Schneegini. Ein Schneegini. Er ist ein Schneegini. Die Schlange von Hedepotter. Wie kommst du jetzt da raus? Kannst du mich hochschieben? Ich kann versuchen, dich rauszuschieben. Oh. Mach Platz. Ich pass da nicht rein. Oh mein Gott. Ich schieb dich raus. Ja? Ich bin zu dick. Ich komm da nicht rein. Das funktioniert nicht. Du hast ein... Kannst du nicht springen? Kannst du mein Scherutschner, mich hochziehen? Denn hier ist die Twinkie. Oh Gott, doch. Jetzt gehst du... Wir haben ihn befreit. Twinkie, wir haben ihn befreit. Ich trage dich. Ich trage dich. Alles gut. Ach Mensch. Ja, wir hatten ein kleines Problemchen, aber das scheint sich geregelt zu haben. Okay, Sau, ich fress deinen Arzt. Ich bin eine Maam. Ich bin eine Maam. Respektieren Sie mein Geschlecht. Okay, also auf jeden Fall. Okay, wird ruhig heute. Mein Kumpel, mein Kumpel, der Ronny war stark. Aber jetzt geht wieder. Ja. Ja, das hört man doch, dass du eine Frau bist. Ja, auf Wiedersehenchen. Ja. Jetzt erklär mir nochmal, warum du mich geschlagen hast. Du gehst nicht an dein Handy. Ja, ich war mit dem Pinsam-Telefonieren. Sein Auto wird geklaut. Ja, und? Ich habe die Diebe verfolgt. Ja, was und? Ja, was und? Ja, was und? Ja, ich habe deine Nummer 1 zu sein. Oh Gott. Wie schwindelig. Mach das nicht. Okay, was machen wir heute? Ja, was soll im Kreis stehen und sind da? Das klingt so gut. Darauf habe ich mich gefreut. Geil. Okay, und was machen wir wirklich? Keine Ahnung. Ich habe einen Bärenhunger. Ja, ich habe eine richtig gute Idee. Wir fahren zu dritt Taxi. Oh. Ja, warum nicht? Gegenfrage. Denn zufällig ist das unser Job. Warum sollten wir es auch nicht tun? Warum stehst du da so mit offener Beise? Das irritiert mich. Ist schon wieder Zeit, oder? Ich verstehe nicht. Ich bin verwirrt. Wie ist das so komisch? Stell dich vernünftig hin, dass ich... Wie stell du dich vernünftig hin? Wohin willst du denn reden? Oh mein Gott. Oh, bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mein T-Shirt aussahen soll oder nicht. Das lieber Ando. Das wäre doch kein Schwein. Deine Schnauze. Oh. Oh, ich muss nicht. Oh, ich bin nicht. Wenn das Gandhi wüsste. Was hat das denn? Das ist für ein Lasschen. Ja. Wie ich sehe, hat Willi den Rasen gemäht, ne? Das soll das eigentlich, wenn der kleine Flachwichser... Ich habe Hunger. Wo ist mein Auto? Also vielleicht... Ja, das ist auch Tinkbeck. Ich habe die Kinder. Ach, die wird nicht schlecht. Okay, Willi, ich muss auf jeden Fall meine Actionfigur wegbringen. Und dann gehen wir Pinsel ins Auto holen. Es ist alles auf dem gleichen Weg. Okay. Oh, was ist mit deiner Stimme? Welche? Hat gekratzt bis hin. Ja, dann kannst du meine Auge gleich wegbringen. Ja, dann kommt. Papa Peanut fährt. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir ein Bonbon schieben. Was willst du mit de Bonbon? Rektal. Rektal? Ich geh' ich. Hä? Aber, aber. Scheiß Radioknopf. Ja, ja. Und, ist irgendwas passiert, Pinsel? Ähm. Habst du schon wieder abgezogen? Nö, ich hab nur mein Zeug gekriegt. Und das hat der Kika, die besorgt wieder? Ja. Das ist aber nett. Und, aber wer hat's jetzt geklaut? Na, die Gangsters. Ja, welche Gangster? Die er kennt. Ja, aber wer war das? Ich kenn die nicht. Er sagt mir nicht. Dann müssen wir den. Das erpressen. Mein Telefon vibriert. Oh, wenn's nur ein Telefon ist. Hallo, Opel-Wilie. Oh, haka-la. Hallo, Opel-Wilie. Oh. Man darf gar nicht so schnell fahren hier bei unserem Gelände. Warum? Hä, wo bist du? Ja, ich hab dich grad gesehen. Du bist voll im Kreis hier rumgefahren. Ich hab gedacht... Weißt du, was ich super teufel, nur dass du immer den Rasen mäßt. Und schon mal den Rasen ja kommst. Ja, danke. Das Einzige. Du musst mir mal den Baggerschlüssel geben. Ich muss den Bagger holen. Wir können mal den Bagger holen. Ja, weil der nicht da ist. Ja, dann holen wir den jetzt direkt. Ja, kannst du mich abholen. Ich will den mitholen. Ja, ich komm wieder zurück. Oh, danke. Ich bin ein bisschen scherz. Bis gleich. Dann kannst du den Bagger fahren. Oh, das wär super. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Dann gibst du... Nee, nee. Nee, nee, ich will nicht Pinsel in der Auto fahren. Der soll... Ich will den Bagger fahren. Ja, wir können ja... Ich hab den Schnickschnack genug gemacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn hier los, Alter? Okay, bis gleich. Dann doch entweckt mein Gehirn. Dann geht's schon gut los. Okay, bis gleich. Du hast ja keine Ahnung, Alter. Ach, komm, verpiss. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er brauchst dir gar nicht so viel Wampel holen. Go, Sarge. Sag mal. Ich hab Vorfahrt. Geht's euch gut? Komm, ich skipp's jetzt. Nix passiert. Ralf? Ja. Sag mal raus, du krieg oder was? Geht's dir noch gut oder was? Ich hab's ja nämlich... ...ganz erst nach da drüben gesehen. ...mit deinen ganzen Erbänden hinten drinne. Wir haben Vorfahrt hier. Ja. Machen sie dir Augen auf, die Dame. Genau. Dame? Das kann man doch nicht wahren. Was ist? Hallo? Tut mir leid, ich hab sie zu spät gesehen. Ja. Erst keine Entschuldigung. Wer zahlt den Lack? Ja. Ja. Ich glaub, das wird nix. Komm, wir holen ab. Wer böscheint den Lack? Den Lack böscheint ihr selber, Mann. Was? Was hat der gesagt, Pinsel? Wie gesagt, den Lack böscheint ihr selber, Mann. Ach so. Warum müssen wir das selber böscheint? Ja. Komm. Hier. Macht keinen Sinn. Ich steig einfach rein. Es macht absolut keinen Sinn, mit dem zu reden. Ist doch gar kein Lack schaden. Erdnuss. Äh. Ich war ne Sekunde zu langsam. Womit? Der hat Gold gelagert. So Dreckklummen. Nee, das ist der Artbein, 100%. Nee, da waren Dreckklummen drin. Ich hab's nicht gesehen, wo ich mich aus reingeguckt. Aber ich dachte, soll er hören, ne? Das hat vor allem der andere gesagt, der gern beteiligt war. Ja, das war wieder so ein Wikipedia-Gängster. Ja. Naja, und Hauptsache uns geht's gut. Ja. Wohin? Ja, will die abholen. Der hat ja 740 Auto stehen. Ja, aber der will den Traktor mitfahren. Ja. Guten Abend zusammen. Mann, wir haben fast gerade einen Unfall gebaut, ne? Ja, fast einen Unfall gebaut. Ja, ich bin nur ausgewichen. Wir haben ganz, ganz leicht noch gestürfen. Hi, Winky, hi, Ronny. Meinst du, der Typ hat zwei Wörter mit uns gewechselt? Ja. Oh, ich hab mal. Ja, was hast du denn vor, Manni? Was? Also. Ach, er ist wieder zum Telefonhörer digitiert. Ah, okay. Ja, zum Gucken komm ich aber mal. Ja, legen wir auf. Bitte, Manni, tschö. Das ist Manni, der ist bescheuert. Der macht heute Crash-Turby mit den neuen getunten Aspos. Ja, aber die sind komplett getunet. Ganz schnell ist, wow. Crash-Turby, wie innovativ. My life, my life. Was können wir heute machen? Wow. Was? Was ist das? Okay. Kenn ich noch nicht. Dafür bist du viel zu alt. Ja. Und dann kommt da so ein Gangster hin und wir fragen, wir zahlen den Lack. Der sagt, der Gangster so, den Lack zahlst du selber. Ich hätte gar nichts damit zu tun. Oh, Ronny, hast du wieder was angestellt? Ich habe mich heute mit dem Kick angestellt. Ja und? Ui. Da gibt es nur scheiß Kermotten. Ja. Du hast dich wo angestellt? Bei Kick. Wie bei Kick? Er kickt wieder bei Ronny. Das ist schon ein Burgerland. Also, wir fahren kurz zum Fließfach. Ja. Und dann fahren wir den Bagger holen und pinseln sein Auto. Okay. Das wurde nämlich geklaut von Gangstern von unserem Hof. Ui, was macht er denn da? Wer hat es denn? Ui. Junge. Sag mal. Sag mal, ist denn? Oh, oh. Sieh schon mal die Knarre. Sag mal, bist du dumm oder was? Wie fährst du denn, du Idiot? Hast du ein Problem? Hey. Warte, ey. Nächstes Mal nicht so große Schnurz zu haben, sonst knallst. Bist du rumschleuen? Wie will ich nicht so groß sein? Und nächstes Mal groß du wem anglässt, sonst push ich nochmal von rechts so besser. Äh. 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 And how do you show us to... Who wants? Komm, Manuel, komm jetzt. Ich heiße Ronny. Komm, ich mit deiner Crew suchen. Äh. Ich hab mich doch nicht bedrohen von dem. Äh. Was? Ich bin gerade ein bisschen durchgehalten. Was ist hier los? Oh, Tio. Tio. Ich hab, ich wollte schon meinen Schlagring raussuchen und hab gedacht, okay, komm, das gibt jetzt eine saftige Schläherei, aber... Du... Du... Du scheiße. Der hat nicht mal was damit zu tun und macht uns eine Anlage. Der bedroht meine Familie nicht. Genau, Vater. Ich bin gerade irgendwie... Soll man den Doktor rufen? Nö. Solche Menschen verstehen nur so eine Sprache. Äh. 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 Ich gehöre in bed. Habt ihr nicht gehört, was der gesagt hat? Doch. Der hat ja auch gesagt... Was hat der gesagt? Äh. Beim nächsten Mal nicht so frech, sonst... Sonst, äh... Ich weiß, ich bin gerade... Oh Gott, ich krieg gerade gar nichts mehr auf die Kette. Es reicht langsam. Langsam ist die Fresse schnauzvoll. Was machen wir hier? Geh kurz meine Actionfiguren vom Tiki und mir reintun. Hat heute irgendwas offen, nein, heute Abend? Was geht ab, Jungs? Dacht er. Was geht? Ich musste gerade mein Leben beschützen, hab einen abgeknallt. Ja, sehr schön. Ehrlich? Ja. Was hat der gemacht? Ich hatte so einen kleinen Unfall und dann kam da so ein gangster Typ und hat so Welle gemacht. Dann hat der uns danach fünf Minuten später mit dem Auto angehalten und meinte, wenn du das nächste Mal so frech bist, dann knallt's. Dann hab ich den erschossen. Also, angeschossen. Oh. Waren sie? Und jetzt tue ich. Oh. Jetzt bist du auf der Flucht? Nö. Jetzt tue ich meine Actionfiguren hin. Geil. Gib mal einen. Willst du Actionfiguren kaufen von mir? Nee. Ich hab sechs Stück. Du hast doch bestimmt schon jede. Ich hab acht Stück. Gollt ihr eine Tasche kaufen? Was für eine Tasche? Ich hab eine Supreme-Tasche und Louis Vuitton. Uh. Wie viel willst du dafür haben? Weiß ich nicht. Die passt mir nämlich nicht, mein Bauch ist so dick. Das glaub ich nicht. Ihr habt doch Geld, oder? 20.000 gerade, ja. Das ist so wenig. Ehrlich? Ja. Ich find das viel. Ich find das wirklich nicht. Wirken, springen wir jetzt auf dem Orthogramm von Snoop Dogg ist mit drauf. Uh. Nee. Ich support keine Haschrausch-Gift-Zigaretten, Kiffer. Ey, das sag ich auch immer, Haschrausch-Gift-Zigaretten. Ich schau ab, Jungs. Ich hoffe, ich bin auch so. Naja, war ein bisschen aus der Rolle, aber ich hab absolut egal. Ich hab's einfach getan, völlig. Ja. Ja. Äh. Muss ich jetzt zur Polizei? Nö, warum? Wir haben nicht gesehen. Ich hab auf einen geschossen. Ich hab auf einen geschossen. Hat er jemanden rumgebracht? Nein, hab ich nicht. Ich hab den nicht rumgebracht. Ich hab den nicht rumgebracht. Oh mein Gott, er wird sterben auf der Straße. Du bist schuld. Jetzt kommt seine ganze Clique bestimmt. Wo ist er denn, bei welcher Clique? Weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich bei den Erdbeeren. Er soll, um ehrlich zu sein, eher aus wie so ein Mädel gern. Ich glaub, er gehört ihm zu. Maphosi. Maphosi? Maphosi. Aber ich bin richtig ent... Ich bin... Ey, Schrockenpiener, so kenn ich dich gar nicht. Ja, hallo, der hat uns bedroht. Ja, aber ich dachte, wir regeln das und klatschen den mal um, aber... Da hat der... Nö. Da ist halt Angst. Ja, wir müssen aber sagen, dass der... Ja. Außerdem hat Dieter gesagt, wenn mich jemand bedroht, dann soll ich den entfießen. Okay. Aber wäre klug, wenn du euch alle eine Waffe zulegen würdest. Ja, danke. Ich denke auch, da kommt jetzt was. Aber der Pinselnort ist da. So. Warum schwe... Ah. Ah. Boah. Boah. Also wer fährt jetzt Pinselnort oder bleibt das hier? Ich... Ich... Wird gern Bagger fahren, aber wenn der Ronny Bagger fahren will... Wir haben zwei Baggers. Echt? Ein Bagger. Ein. Drei. Hä? Schwarz und gelb. Äh... Haben wir wirklich? Weiß ich. Ja, stopp schon. Ja, dann... Pass auf, will ich gib dem Schlüssel für die Bagger. Ja. Und du fährst den hoch. Ja, und wer fährt... Und Pinsel fährt sein Auto. Wir fahren nur einen Bagger hoch. Okay. Sorry. Okay. Aber ich weiß nicht, welcher der gelbe Bagger ist. Aber die Scheibe ist ja noch drin. Oh, das waren aber nette Gangster. Die haben die wieder eingebaut, Pinsel. Oh, wie freundlich. Hm. Ich... Boah, ich bin mir nicht sicher. What? Wenn nicht, dann löst beide aus und fahr den gelben Bagger hoch. Äh, warte mal. Komm, wir gucken mal. Okay. Quinky. Bitte. Verbarrikadier dich im Auto. Falls die Gangster kommen. Bitte? Verbarrikadier dich im Auto, falls die Gangster kommen. Ja. Die machen nämlich jetzt Wendetta bei uns. Wir werden auf jeden Fall abgeknallt. Und? Der Schwarze. Nee, nicht den. Soll ich den stehen lassen? Ja. Wo bist du? Hinterm Zaun. Keine Lust zu klettern. Ui. Dann, äh, warte mal. Gib mir erstmal... Ach, scheiße. Warte, warte, warte kurz. Ich hab dir beide Schlüsse gegeben. Ehrlich? Ah, ja. Äh, dann nehm ich den anderen. Okay. Okay. Hallo, Dale, Dale. Und danke für die Müsse zum Siebten. Ich steig auf dich. Das Problem, was er gemacht hat, war unnötig. Und was ich gemacht hab, war unnötig. Jetzt sind wir quitt. Aber mal gucken vielleicht, wo sich das entwickelt. Ich will alles. Oh. Ein Pinsel, hast du ne Pistole? Nimm mich auf. Fink, eklig. Hast du ne Pistole, Pinsel? Ja. Hörst du? Ja. Wir beide sind dann die Beschützer unserer Familie, ne? Okay. Ja. Denk. Ja. Für die Familie. Ja. Für die Föderation. So, ich war vor, ne? Ich heiße Ronny Pinsel... Okay, fahr schon mal vor. Ich heiße Ronny Pinsel Hopps Smalls. Ja, ich bin Pinats Smalls. Ich bin Twinkie. Und, was hab ich noch? Ich hab Hunger. Dann... Dann... Boah, ich hab so viel Fressen, Mai. Oje. Pannkuchen. Huh? Jetzt bringen wir den Bagger erstmal loben, dann gehen wir was essen. Ja. Oh. Und hab keine Angst, Pinsel. Du sagst mir einfach, wann ich schießen muss. Naja, aber... Und wohin? Drehen ins Herz, oder? Geben wir das mal durch. Ne, wie hat der Ding sonst nur mal geklärt? Direkt rein in der Brust. In der Brust. So, dann ist er halt sofort tot. Ne, aber war der grad tot? Ich weiß schon, wir sind geflohen. Weiß mir egal. Wenn wir jetzt fahren und die kommen, dann halt nicht bei uns an. Zum Beispiel, jetzt, wir sind mit zwei Autos. Ja? Dann fahr ein Stück weg und such dir einen sicheren Platz. Und dann pushe ich von rechts. Und dann pushe ich von rechts. Okay. Hallo, Büchse. Hallo, Pinat. Na, wie geht's dir? Wir wurden... Ich hab grad auf jemanden geschossen. Hast du getroffen? Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja. Der hat uns bedroht. Warum? Was hat er gemacht? Oh, Dumm. Wir haben einen Umfall mit jemandem fast gebaut und dann kam der und dann war der frech und meinte so, wir sollen unseren Lack selber zahlen. Dann sind wir hier gefahren und dann kam der irgendwann uns hinterhergefahren, hat uns ausgebremst und meinte, wenn wir nächstes Mal so frech sind, dann knallt der uns ab oder so. Und dann hast du ihn am Kreis. Und dann bin ich ausgestiegen und hab ihm ein Brett gegeben. Boah, bin ich stolz auf dich, Pinat. Ja. Gut gemacht. Ja. Jetzt sind wir bestimmt auf einer Fahndungsliste von denen. Ja. München, Terri, okay? Du hast mich doch lieb, oder? Was willst du? Kannst du mir Geld ein? Ich hab kein Geld, aber wie viel brauchst du? Zwischen 0 und 2,5 Millionen darfst du dir aussuchen. Warum brauchst du 2,5 Millionen? Ich möchte das Filmstudio kaufen. Wir möchten Filme machen. Was sind das für Bierflaschen im Hintergrund? Weiß ich auch nicht. Ja, wir können uns gleich mal drüber unterhalten. Okay, dann komm zum Abschleppis, dann unterhalten wir uns darüber. Okay, alles klar. Bis gleich. Na? Ja. Wir haben den Filmletzt nicht geguckt. Ja. Hallo? Ja, Büchse. Ah, Hilfe. Jo, mein allerbestester Freund Büchse ruft mich einmal, dem ich noch nie was zu tun hatte so großartig und fragt, ob ich 2,5 Millionen für den hab. Der will ein Filmstudio kaufen. Was ist denn heute los? Ja, Büchse. Da rechts ist wieder, hallo. Ja. Dann einfach zum Abschleppis, ne? Ja, okay. Gut, Trudy. Jo. 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 Ja. Ja, leiden wir dem die 2 Millionen. Die will ich haben. Ganz sicher nicht. Der gibt uns die auch bestimmt wieder. Ganz sicher nicht. Der will ein Filmstudio kaufen. Die will einen Film mitreden. Ihr könnt doch ruhig eure Meinung sagen. Ich sagte doch ganz sicher nicht. Okay. Okay, schrift mal Billy und frag schon mal, wo der ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn der gleich angehalten wird. Zu den Gegensern. Ja, wo bist denn du schon, Willi? Äh, bei Megamall bin ich gerade. Megamall? Ja, beim Baumarkt. Outside. Oh, da bist du aber nur nicht im Wald. Ja, was soll ich machen? Das Ding fährt nur elf Meilen. Okay. Wir fangen jetzt gleich hinterher. Okay, bis gleich. Bis gleich. Sollen wir das Auto wechseln? Oder fangen wir an? Ich glaube, wir müssen zu Püschern. Ich habe nur eine Frage. Was denn? Darf ich aus dem Auto schießen? Oder lieber nicht? Wie meinst du aus dem Auto schießen? Na? Du meinst auf den Auto auf Menschen schießen? Wenn ihr besucht wird und ich fahre vorbei. Und will ich helfen. Oder wie soll ich dem das erklären? Nein, das... Hast du keine Actionfilme gesehen? Das ist immer eine dumme Idee, aus dem Auto auf Menschen zu schießen. Ist so kein Drift, Boy? Leider so. Das geht doch nie gut. Nicht mal in einem Film. Besser nicht. Lieber nicht. Nein, okay. Wo war dieser? Okay. Also Auto weg? Nee, gar nicht. Nee, was ist jetzt? Ich glaube, ich rufe den Dieter mal an. Sollen wir da hinfahren? Ich frage mal, ob ich jetzt zur Polizei muss. Weil nicht, dass ich verhaftet werde. Ach, klar. Das ist aber die so kommen. Wie will er die Stimme schreiben? Nein, ich will nicht in den Pendeln. Bist du verrückt? Ja, zieh dich um. Du bist würdig. Wir ziehen uns. Ja, komm, ich geh mich umziehen. Lässt du dein Auto hier? Okay. Ach du. Wink, wir müssen dir eine Pistole besorgen. Eine Pistole. Aber ich rufe erst mal den Dieter an. Pinky, hast du auch eine Pistole? Ich habe keine Pistole, nein. Brauchst du auch eine zur Verteidigung? Ich denke jetzt schon. Ich rufe den Dieter mal an. Oh, Dieter, ein dicker Kicker hat so einen Gangster umgeschossen. Was kann ich tun? Peanut! Onkel Dieter? Hallo? Ich muss was fragen. Boah, hätte ich mal Geister gespielt. Was denn? Ich will nicht ins Gefängnis, okay? Was hast du gemacht, Peanut? Wir sind dem Willi nach Hause, wir sind dem Willi abgeholt. Nicht nervös, wir haben dann vorzuwider. Und dann haben wir fast so einen Unfall gebaut mit einem vom Erdbefeld. Bei dieser Sportanlage an der Highschool. Ja? Und dann haben wir mit dem Fahrer geredet, wegen Lackschaden und so. Und dann kam da so ein Mafosu, ging es da? So ein Verbrecher, so ein Unbezahler. Und der hat uns angemeckert, obwohl der nichts damit zu tun hatte und meinte so, ihr müsst die Lack selber zahlen und so. Dann sind wir weggefahren. Da haben wir den Willi abgeholt. Ne? Hörst du mit zu? Ja. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und dann kam der uns irgendwann hinterher gefahren, zehn Minuten später so. Hat uns angehalten und meinte so und so, wenn ihr nochmal frech seid, dann knallt's. Hat meine ganze Familie im Auto bedroht. Das hat er nicht. Doch, und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich den gescholten. Gab's Gambo. Muss ich jetzt ins Gefängnis? Hast du, also hat er dich bedroht? Hat er dich mit der Waffe? Ja, aber der hat gesagt, wenn wir nochmal so frech sind, dann knallt er uns ab. Ja, hat er dich jetzt so verbal bedroht oder hat er eine Waffe gezogen? Weiß nicht, ob der eine Waffe anhatte. Dann habe ich jetzt gar nichts gehört oder ich muss dich verhaften. Du kannst dich doch nicht erschießen, wenn er dich verbal droht. Das mache ich 80 Prozent am Tag. Aber ich hatte Angst. Ja, aber das geht nicht. Dann muss ich ins Gefängnis. Das kann sein, ja. Liegt er da jetzt? Wann ist denn das passiert? Vor einer Viertelstunde bin ich einfach weggefahren. Vor einer Viertelstunde? Ja. Hey, Detective. Das war in der Nähe vom Gewerbeamt. Haben wir irgendwo in der Nähe vom Gewerbeamt eine verletzte, angeschossene Person gehabt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht er nicht mit ins Krankenhaus, der Typ. Okay, alles klar. Wann ist das ein Kondol? Wie rollt der? Das ist, wenn deine Mom irgendwo hingebracht wird. Ja? Und? Ich bin schon. Ich muss ins Gefängnis. Hallo? Hallo? Ja, und? Was denn? Ja. Liegt der da jetzt oder was? Weiß ich nicht. Kann nur sein, dass der aufgestanden ist, nach Hause gegangen ist. Ja, Schussmeldungen werden uns eigentlich gemeldet. Ja, anscheinend... Der hast du ja nicht getroffen. Anscheinend hab ich den nicht getroffen. Da hol ich keinen Kühn weg. Vielleicht ging er in die Weste. Hat er eine Weste an? Weiß ich nicht. Hä? Hä? Ich hab so viel Angst gehabt, hab die Augen zugemacht und einfach geschossen. Oh Gott. Ist das denn noch irgendwelche Kinder, die da gegen ein Eisessen getroffen hast? Nee, da waren keine Kinder. Peanut, ich kann sein, dass ich dich heute noch anrufe und das Detective mit dir sprechen wird. Okay, ja, deshalb logisch an. Ja, aber ich... Weil, Herr Onkel Dieter, du hast mir gesagt, wenn uns jemand so bedroht, dann darf man sich verteidigen. Ja, man darf sich verteidigen, wenn er dich bedroht mit einer Waffe oder dich erschießen will oder mit einem Messer aufschlitzen will. Aber wenn er sagt, nur nächstes Mal knallt es, kannst du auch keine Waffe ziehen und ihn erschießen. Aber ich hatte Angst. Ja, ich weiß es. Ja, aber es rechtfertigt das nicht. Okay. Dann komm ich vorbei, wenn du Bescheid sagst. Ja. Ja, ich rechne dort auf jeden Fall an, dass du dich gemeldet hast und dann theoretisch gestellt. Versteck dich noch nicht, wenn ich dich anrufe. Nein, ich versteck mich nicht. Äh, ich finde dich schon. Okay, ruf mich an, dann komm ich. Okay. Okay, tos. Danke. Bitte. Der Dieter sagt, ich darf nicht einfach auf den Schießen. Ja, wie? Ja. Der kann doch nicht das sagen und dann das. Doch, nur wenn der eine Waffe hat oder so und uns bedroht, darf man sich verteidigen. Und es ist voll bedroht. Er hatte auch eindeutig zwei Waffen in der Hand. Ich war mir nicht sicher, ob es im Telefon ist, er kann auch nur Besucher gewesen sein. Weibstolen, in jeder Hand eine. Ich habe es gesehen. Man darf den Sheriff nicht anrufen. Ach komm. Ach komm. Du hast schon auf Sheriff's belogen. Hab ich gar nicht. Du bist so wohl, ich war dabei. Du bist nett. Ich will nicht mal lügen. Und wenn du Hilfe brauchst, fragt die Jängste es. Ich will nicht ins Gefängnis. Pass auf, Speckpäckchen. Dann bin ich ein Mörder. Wenn ich eins gelernt habe, dann muss ich mal auf den Sheriff schießen. Niemals ins Gefängnis kommen. Okay. Und wenn heute vielleicht, wenn heute so der Tag ist, wo Leute ins Gefängnis kommen, dann haben wir vielleicht Glück und es ist überfüllt. Und dann hast du keinen Platz da. Außerdem, ich weiß nicht. Vielleicht können wir auch zurück nach Arizona. Aber der hat uns solle bedroht. Das war schön. Vielleicht hätten wir ihn einfach niederboxen sollen. Aber ich hatte Angst. Das hatten wir alle. Wenn Twinkie sagt, wir lügen, dann lügen wir. Wir lügen. Für sich die beiden wie nicht. Aber ich will nicht kriminell sein. Er hatte in jeder Hand eine Person. Ja. Hattet er wirklich? So war ein Rocket Launcher. Hm. Oh, verrückt. Der wollte gerade aufs Dach springen damit. Aber dem Dieter wurde doch nichts gemeldet, dass jemand mit Schusswunde da ist. Ja, dann bist du reger. Sag einfach, ob ich den überhaupt getroffen habe. Dann sagen wir, es war alles nur ein Traum. Ja. Ja, muss ich auch sagen. War nur ein Gag. Ich glaube, wenn wir da vorbeifahren, ne? Wir laufen mit Kameras vorbei. Und sagen, was stehen sich weiß oder so. Wenn wir da vorbeifahren, passiert, glaube ich, was Schlimmes. Warum fahren wir denn da hin? Ja, wir wollen erst mal Willi. Aber ich habe Angst. Und ihr? Nö. Okay, dann fahren wir vorbei. Die werden uns anschießen. Ach, der ist ja jetzt schon... Der wird schon Kühlbein gesagt, der ist geschäubert. Warum sollte der denn die ganze Zeit da tönen? Ja, weil der bestimmt irgendein Verbrecher ist. Der wird schon zufälligerweise ein RTW vorbeikommen. Ja, warte vorhin. Ich brauche... Ich muss ein Magazin kaufen. Ich habe nur acht Stück. Das reicht nicht. Denkst du jetzt, ist Krieg? Okay, wir fahren schon in meinem Auto. Mal läuft die Läge. Was ist, wenn ich ins Gefängnis muss? Ach, du musst nicht ins Gefängnis. Dann schießen wir uns da raus. Das war ganz klare körperliche Bedrohung. Ja. Der hat sich voll aufgebaut. Warte, ich mache schon mal Mauer. Wie ist er, Willi? Mauer. Er weiß doch nicht, dass wir wohnen. Naja, vielleicht ja doch. Vielleicht ist der Typ mit den blauen Haaren wieder dabei. Willi, komm, der ist im Monat oder so. Oh, scheiße, ich bin ein Kicker. Hallo? Sag mal, weißt du noch, wo wir wohnen, oder hat dein Verstand dich verlassen? Ich habe Angst. Ich nehme meine Waffeln und... Parkhouse 3, was weiß ich, wo das ist? Was ist das? Pass auf den Keller auf! Pass auf den Keller auf! Oh mein Gott, der Keller kommt! Papa! Pass gut auf dich auf, okay? Tschüss! Wir brauchen Polizeischutz! Aber die wollen nicht verhaften! Ich... Trinki, wartest du auf mich, wenn ich im Knast muss? Ich hol dich da raus! Ich glaub an dich, so wie du... Ich hol dich da raus! Kannst du überhaupt nicht zählen! Und auch einsperren? Ja, Logo! Auf deinem Körper kann man fünf Gefängnisse drauf katholieren! Ich glaub, Armhang für dich! Die werden bestimmt den Pinsel entführen und foltern! Was? Die werden dir mit einer Zauberfeder eine Füße kippen! Dann müssen du ausspuckst, wo ich wohne! Achso! Kein Jungsstück, wenn du mit einem Blümchentörter! Ja, klar! Aber die ist mit Schoko! Oh! Ich hab Angst! Obwohl, ich meine! Hab keine Angst! Ich hab grad einfach blind auf jemanden geschossen! Das hast du getan, das war verrückt! Ja! Du bist ein Verrückter! Ich hatte Angst in meiner Familie! Ja! Wie fühlst du dich damit? Schrecklich! Schrecklich! Ja! Ich bin ein Mörder! Ich war mal in der Schule! Der hat doch nicht mehr geredet! Ja! Vielleicht war er auch einfach sauer! Wir können ja mal gucken! Ja! Ob er dann noch ist! Ich hab grad drüber geguckt! Der muss doch ins Krankenhaus! Sonst verblutet der! Also Dieter hat gesagt, es wurde nichts gemeldet! Ist doch keiner im Krankenhaus! Alter, muss das sein! Der verblutet! Weißt du, wie viel Kugeln du ihn geschossen hast? Ich weiß es doch nicht! Ich hab doch keine Ahnung! Lass doch zum Krankenhaus fahren! Ja, und dann ist der da! Und dann haut der mir eine Spritze im Kopf! Ja, dann geh ich gucken! Ich zieh mich um! An die Klappe! Du hast da doch bestimmt eh wieder Hausverbot! Ja, aber wenn ich mich umziehe, merken die das nicht! Die kommen locker mit 50 Mann! 50? Die werden ja alles umstellen! Die werden um Bäume sein, auf Dächer, überall in einem Pool! Boah, das wird mir heute gar nicht passen! Hoffentlich wählen die einen anderen Termine! Heute wär echt schrecklich! Oh Mann! Oh Mann! Morgen geht auch nie! Ich wende mit euch Willi-Fan und Würfel- Boah, warum kotzt du, wenn du redest, du ekelhaftes Schwein? Oh sorry! Ich wende Willi-Fan und Würfel-Park! Und schallt jedem den Bagger! Ja, da ist das Wort! An-ge-bel-ich! Guck mal, hier seh nix! Wir brauchen Schutz! Wir müssen uns nen Panzer von Herrn Juri leiden! Ich kann den fahren! Ich guck Tutorials! Wir brauchen da vorne nen Sniper-Turm! Da brauchen wir paar Hans-Gosecke! Da oben nen Sniper-Turm! Dann brauchen wir deinen MG im Baum! Und Schützengraben! Ja! 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 Oh! Wir müssen Leute rekrutieren für unsere Gang! Lass im Stadtpark! Boah! Oh, ich fühl mich auf einmal gar nicht gut fühlen! Ja! Wenn ich ins Gefängnis muss, dann musst du auf Twinkie aufpassen, Pinsel! Okay! Du musst alles mitmachen, was ich auch mitmachen! Oh mein Gott! Wir machen ne Pyjama-Party! Wie toll! Alles, was du auch machst? Alles! Du musst glücklich machen! Das heißt, du musst dein ganzes Geld dann abgeben! Ja! Ja, darum... Das ist mein Problem! Ich hab nix mehr! Ich hör was! Los! Mauer Pinsel! Mauer! Irgendwas passiert! Huah! Los! Ich geh in Deckung! Geh mich jetzt nicht! Oh! Wer ist das dahinter? Oh! Das sind Fans! Keine Angst! Warum lässt er irgendwelche Leute hier auf unser Grund still? Aber unsere Mauer funktioniert! Ich möchte nur den da beobachten! Hier ist gefährlich! Ich möchte aber nur die da beobachten! Wen? Was? Warte! Ja, wir sind seit so ne halbe Stunde irgend so nem Kettenfahrzeug hinterher gefahren! Was ist denn ein Kerl? Weiß ich nicht! Warum lässt er irgendwelche Leute herkommen? Ich leg mal kurz auf, ne? Ja, äh, ich hol dich denn um 21 Uhr ab, ne? Warte grad den Bart bestreiten! Super! Hallo! Hallo! Wie geht's euch? Hallo, was tut euch allen hier auf unser Grundstück zu fahren? Entschuldigung, ähm... Werder meinte, wir fahren ihm einfach mal hinterher! Hier ist gefährlich! Ach, meinte er da was! Er hat aber nichts zu sagen! Kannst du die Waffe wegpacken, bitte? Nein, hier ist gefährlich! Nein, hier ist gefährlich! Deswegen, es kann sein, dass hier gleich jemand vorbeikommt und, äh... Deswegen würde ich auch wenn... Vielleicht gleich fahren! Wenn ich hier werde! So! Wer ist schon mal gleich hier? Ich hol meine Pistole auch schon mal! Ich möchte Wasser haben! Wieviel kostet das? Hm... 10 Millionen! Scheiße! Ich komm später wieder! Okay! Ah, verzieh dich besser! Ihr wird geshootet! Bo 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 Bo! Bo Bo! Bei dir zehnmila und reden wir darüber, okay? Ein Wunderschön! Einschutz! Einschutzt! Ihr wird geshootet. Wie schütteln das? Keine Ahnung, wie sind wir nachgefahren? Das sind Speer. Aus Gondor. Genau, du kannst nicht einfach Leute die verfolgen lassen. Willi, was machen wir jetzt? Ich muss vielleicht ins Gefängnis, hat Dieter gesagt. Ehrlich? Hatte der eine Waffe in der Hand? Ja. Wir sagen ja. Okay. Sehr gut. Dann sind wir vier gegen ein. Weiß der denn drauf, wo wir wohnen? Weiß ich nicht. Und wir wissen, Gangster lügen immer. Wir sind unschuldige Zivilisten und wir lügen nicht. Wir gucken uns an, wir können dieses Gesichtchen lügen. Wollkommen! Ich fühle mich schrecklich. Ja, willst du? Ja. Ich glaube, das jetzt mit Worten zu klären, ist zu spät. Nein, die wollen uns auf jeden Fall mördern. Wenn der überhaupt, wenn der überhaupt ein Gangster ist. Kann nur sein, dass das ein... Dass das ein... Ich sag's dir, der wollte nur große Hose machen. Okay. Okay. Ich brauche ein Magazin. Ich brauche ein Magazin-Gürtel. Ich brauche ein Magazin-Gürtel. Hup! Kommt! Oh. 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 T links Ich sitze doch nirgendwo. Ja, hallo, machen Sie heute ein Therapiegespräch mit mir aus, falls Sie... Ich dachte gerade gerade. Ich habe gehört, Sie haben einige psychische Probleme. Also wenn Sie drüber reden, möchten Sie sich gerne bei mir. Wir machen einen Termin aus. Hä? Ist heute los? Ja, geht denn nicht. Nicht so. Boah, ich habe da so große Geld gebrochen, aber nicht. Wir müssen uns Schutz kaufen. Nee, nein. Boah, ich bin so ein Feigling. Reichter Move. Genau. Pinsel hast du nur noch ein Magazin. Wo war das eigentlich? Ähm, bestimmt. Wir fahren mal in der Crime-Scene vorbei. Ja. Hier aber im Parkhaus. Ja. Nein, gar nicht. Wo? Da ist mein Magazin. Hier, hier. Was? Ja, ich wollte sagen, da war das, wo wir eben langgefahren sind wegen dem Typen. Das war da in der Nähe vom Gewerbe-Dings da. Ja. 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 Ja, Kräsch. Ja, Kräsch. Nichts Kräsch. Ja. Kopfschmerzen. Weiß ich gar nicht. Was denn? Was? Das ist deins. Was brauchst du denn? Magazin. Nö. So was? Oh. Ehh. Tash. Ja. Hast du noch eins? Ja. Noch eins. Hier. Wie viele Trocken sind da drin? Ich glaube immer so 20. Ja. Okay. Ich brauche keinen mehr. Okay. Okay. Danke. Gerne. Kannst du mir sagen, wie man das nachlädt? Also du musst, pass auf, nimm mal deine Waffe. Ja. An der Seite ist so ein Knopf, den musst du reindrücken, dann kommt das Magazin raus. Und dann steckst du das Neue einfach rein. Unten. Dann machst du so klick, klack. Also das ist der Nachnamen, aber ich meine... Was meinst du? Ach so, du willst aus der Büchse. Ja. Ja. Ach, das machst du... Schieß einfach leer, das machst du dann instinktiv, glaub mir. Ja, ja, das habe ich schon gedacht. Ansonsten drückst du diesen komischen Knopf. Deine Pistole. Links beim Daumen, hab ich gesehen. Okay. Wir rüsten uns auf, Trinkie. Brauchst du auch eine? Eine Waffe? Nein, keine Waffe. Eine Pistole. Eine Pistole. Zwei in deiner Hand. Nein, ob du eine brauchst. Ja, her damit. Komm, was soll er? Ich hab nur was. Nicht geizen mit den Reizen. Sollen wir... Sollen wir uns noch eine Weste holen? Nimm dir eine raus. Nee, ich hab... Nee. Passt ihn nicht? Nee. Da passiert bestimmt nichts, oder? Vielleicht musst du im Gefängnis. Ja. Hast du den, äh... Den, den... Den Dieter angerufen, oder? Ja, Onkel Dieter. Onkel Dieter, bist du jetzt schon? Ja, der ist immer schon Onkel Dieter. Ja, dann lass uns mal an der Stelle vorbeifahren, wo... Stimm voll? Okay. Ja, der ist doch bestimmt im Krankenhaus, der Typ, oder? Warte, wir müssen Twinkie das beibringen. Vielleicht können wir ja im Krankenhaus vorbeifahren. Und was, wenn der da ist? Ja, dann, äh... Und seine ganzen Freunde? Ja. Dann ruf den Dieter vorher an. Dann machen die uns platt. Ja, wieso im Krankenhaus doch nicht? Dann machen wir die platt. Oh. Erstmal rauskriegen, wer das ist. Wenn der natürlich keine Gang hat, dann... ...haben die keine Chance. Haben die keine Chance. Wir müssen erstmal Twinkie jetzt beibringen, wie das funktioniert. Okay. Ich voll? Auch nicht wirklich. Dann lade die nach. Äh, äh, äh. Immer mit der Ruhe. Noch. Twinkie. Oh ja, ich hab noch ein bisschen. Twinkie. Pass auf. Pass auf. Gib mal Black-Aid. Was? Kiss mal... Nein, das sagt man nicht. Okay. Weißt du, wie das geht mit der Pistole? Ja, ich halte und ich drücke. Genau. Und ruf hoffentlich. Ja. Also wenn ich jetzt... Ach du Scheiße. Ich richtig... Ja, so sieht's gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, und nun? Jetzt... Also hast du die entsichert? Entsichert mach ich nur. Da an der Seite. Entsichern. Mit dem Daumen. Linker Daumen. Ja. Und dann ziehst du den Dings nach hinten. Nach hinten. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, immer wieder in dieselbe Kerbe. Super. Nochmal. Oh, nach Landkampf. Oh, hey, beruhig dich. Super. Ich habe noch genug Munition drin. Ich habe dir so eine Packung gegeben. Hm. Eine Packung gegeben? Wie heißt das? Wie mache ich das? Munition. Oh. Wenn du nur eine Packung bekommst, drückst du die Kugeln in das Magazin. Ja. Ich drück sie rein. Ja. Okay. Gut. Ja, das wird schon gehen. Oder brauchst du noch? Oh. Ich fick den mit einer Kugel. Oh Gott. Peanut. Ich weiß auch nicht, was ich da für einen Monster geheiratet habe. Ich glaube, die hat Blut geleckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht ruhig, haben sie gesagt. Halt, wie super, haben sie gesagt. Boah. Und steig niemals mit der Pistole ins Auto ein, weil dann, wenn die runterfällt, schießt der einen Fuß. Ja. Tut die Verst... Oh, hey. Du hast mit mit... Nee. Willi. Ja. Genau das meine ich. Nee, nee, nee. Ist schon alles richtig. Hey. Was, Ronny? Hä? Ach so. Boah, hör auf mit deinem Scheißfinger zu zeigen. Und ich auch. Und ich auch. Jetzt. Was, Max, welcome back. Was machen wir im Ernst? Und Dankeschön für 20. Was machen wir im Ernst? Und Philippine, 1000. Und die Tausendlinien, danke. Und das sind 70 Autos kommen. Oh, oh. Da sind schönige. Oh, da kommen sie. Ja, da kommen sie. Ja. Oh, also. Nee, nee, nee. Wo wollten wir hin? Äh, zum Krankenhaus, oder? Ach, wir wollten bei der Crime Scene vorbeifahren. Ja, oder so. Ja, oder so. Ja, oder so. Ja, oder so. Und die Laune dafür, dass du hier mit einem Mörder-Mautor singst. Ja, das ist, nee. Wenn ich Angst habe, werde ich nervös. Wenn ich nervös werde, dann muss ich singen. Ja, aber keiner versteht deine polnischen Lieder hier. Da vorne war das, glaube ich. Äh, hier. Nee. Doch, da vorne auf der Straße. Hat der nicht hier, mitten hier? War das doch, oder? Hier. Ja, hier vorne. Genau, ja, ja, ja. Ja, kein Auto mehr. Der ist wahrscheinlich gefahren. Hier war das. Ja. Ja. Ob der im Krankenhaus ist? Sollen wir gucken? Ja. Ja, wenn du das klären willst. Was will ich klären? Ja, das... Mit dem Typen dann. Ach, Opa, Willi, wir sind nicht diese... Leute, die reden. Ja, Cody. Wir verstecken uns lieber am Wahnsinn. Wir sind nicht diese Leute, die reden. Alles klar, komme ich mir nachher mal holen. Deswegen hatte ich auch angerufen. Okay, super. Bis gleich, Cody. Ja, tschö. Da steigen sie jetzt aus. Doch nicht. Ich hab Angst. Lach nicht über mich. Ich seh schon diese... Da stehen sie. ...Tag-Tents und so auf uns gerichtet. Oh, die sind wahrscheinlich hier am Würfelbaum. Scheiße, jetzt guck ich aber auch jedem Auto hinterher. Das ist kacke. Park, nein, ich will, sollen wir da gucken? Park näher, dass wir schnell ins Auto kommen. Ach so. Ich kenn mich doch nicht aus. Oh, da ist er. Der pusht. Der pusht. Der pusht. Wie? Wie? Ja, du läufst so komisch. Was für komisch. Was für komisch. Da ist der Unfallverursacher. Da ist der Unfallverursacher. Boah. Das ist alles so aufregend wie in einem Krimifel. Da ist der Unfallverursacher-Pensel. Oh, was? Da ist der Unfallverursacher. Mit einer Schussverletzung eingeliefert worden. Ich mein, wir hätten eben, wie wir von Weitem über eine Kreuzung gefahren sind, jemanden gesehen, der niedergeschossen wurde. Ich zeige nicht, wie es dem geht. Ja. Sagen wir es so, selbst wenn, dürfte ich euch das nicht sagen. Ah, okay. Das ist Datenschutzung. Oh, Datenschutz. Ja, da halten wir auch nicht viel von, aber ist immer so, leider. Ach, ihr haltet vom Datenschutz nicht viel? Also, ja, doch schon, aber... Ja, wie? Ist halt schwierig für Datenschutz. Ist mal sehr eingeschränkt durch, ne? Ja, nicht mal. Will ich nicht irgendwie mit so ein paar Scheinen umgehen? Nee. Tatsächlich nicht. Wie ist es denn mit dem exotischen Tanz von Twinkie? Ich bin recht gut da drin. Nee, danke. Ja, wie? Nee, danke. Komm, jetzt sag mal nicht so prüde. Na, komm her. Ich bin sehr lieb. Wir sind davon. Das hat noch niemandem geschadet. Die Pinsel ist einfach durchgelaufen. Baum, chicki, wah, wah. Ja, ich hab schon gesehen. Erdner, schick. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gemerkt. Du bist echt ein Raffinierten. Du bist so eine Dreckfrau, ne? Du bist der Schlimmste, aber du bist so gut da drin. Und? Und ich leuchte dabei, so schick. Du rennst rum wie ein Weihnachtswurm und keiner merkt, dass du nur Assassin's Creed machst. Ja, ich geh mal gucken, ob ich hier jemanden finde. Okay. Keiner merkt's, ne? Alle stehen hier und reden. Ja. Oh, hier ist keine drin. Hallo. Ich kann grad sagen. Aber nicht so eine Kante, du. Das war schon ein richtiger Mann, du. Hallo, Entschuldigung. Du warst, äh, ein geschultes Auge. Und das war definitiv ein. Das war eine richtige Kante, meinst du? So, so wie der Kollege neben mir? Genau wie ich. Naja, nicht so wie ein Würstchen, sondern wirklich eine Kante. Ein richtiger Schrank. Also wie, wie... Peanut ist mein Name. Wie, wie Peanut, genau. Ach, du bist ja eine Gruppe von Horst, oder? Ja. Ah, okay. Dann weiß ich, wer du bist. Ich auch der. Jesus. Horst, klar. Mit Horst hab ich auch schon viele Sachen erlebt. Ja. Horst, der, der... Ja, Horst halt, ne? Ähm. Oh, hier eine Schlange. Können Sie sich mal am Kopf kratzen? Danke. Ja, ich würd grad kratzen mal mit am Kopf kratzen. Ja, der, 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 der da. Schlange! Entschuldigung? Schlange! Ah, mit am Kopf kratzen. Ja, danke. Ja, super, super, super. Womit kann man helfen? Ähm. Ist eine Sophia gerade im Dienst? Das können wir uns da. Leitstelle. Wir starten schützen. Leitstelle für Peanut, komm, Leitstelle für Peanut, komm. Und? Ich bin gut, ich bin gut gemacht. Pinsel? Und? Aus dem Weg. Hallo. 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 Oh, der liegt hier. Ja? Ja. Warte, ich weiß nicht, wenn du sie... Hallo? Der Pinsel hat sich reingeschlichen, Willi. Ja, sehr gut. Der scheint auch hier zu sein, der Typ. Ja, der Pinsel hat ja gesagt, der glaubt, dass der da liegt. Ja, ja, ja. Ja. Okay, super. Gucken wir mal. Soll ich mich mal raus irgendwo positionieren, oder? Und wir einfach hier warten. Und dann, was machen wir dann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich hier behaupte. Nein. Ja, dann gehen wir wieder. Warum? Ich dachte, du wolltest mit dem Reden vielleicht. Ja, ich will nicht mit dem Reden. Das ist ein Gangster. Okay, ja, dann... Ja, ich dachte, wir finden halt raus, was der... Ob der Gangster ist. Du kannst mal die Gangster fragen, ob das dann deine Kollegen wird. Äh, glaub ich nicht, sonst... Ich kann noch wissen. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ja, egal. Drück dem Kopfkissen auf den Kopf. Wenn der Leine ist, Pinsel. Wer möchte mit mir quatschen? Ja, hau dem auf den Kopf. Dann kann er sich an nichts erinnern. Der Mann auf dem Test, wenn er möchte mit mir quatschen, wer ist das? Oh, oh. Wie... Wer ist das? Elijah? Elijah Woods? Der heißt Elijah Woods? Der Typ heißt Elijah? Ja, ja, ist klar. Boah, man sieht den roten Schlüppel, Frau Schnecke. Da links ist der Unfallverursacher. Oh Gott. Das ist sein Kumpel. Meinst du? Du, warte mal, ich höre mal, wo ich dich grüße, ich bin... Oh. Oder wen meinst du? Den links nimmt er. Sieht ihn aus dem Augenwinkel. Da ist jemand, der will mit mir quatschen. Dann quatschen wir den Pinsel. Hallo? Genau, der soll was rauskriegen über den. Sag ihm, er hat sich mit den Footclan angelegt, von Schroeder, von Ninja Turtles. Ach, das ist Ellie. Die sind viele. Ja. Erdnuss, das ist Ellie. Sag, wenn er nicht lieb ist, kommt hier der eine, weiß der, aber der große. Ah, das ist Ellie. Wer war Ellie nochmal? Ach, der von den? Von Gangster. Nee, nicht Gangster. Von Keys. Doch, von Keys. Ellie? Ich dachte, Ellie war doch der von Weasel News. Ellie ist von Keys. Ja, Ellie ist die von Weasel News. Siehst du? Ja, bist du gerade? Aber du sagst, die ist von Keys. Hä? Warum stirbst du? Aufstehen. Achso, Entschuldigung. Wo ist Twinkie hin? Äh, die ist nur noch vorne gelaufen. Alltags haben Snackautomaten. Ähm. Warte mal, ich hol mal Erdnuss, okay? Wir müssen mal das abklären mit dir. Erdnuss? Pina. Ja. Komm mal nach hinten. Hier ist noch zu einer. Es ist alles voll mit Ärzten. Wieso? Sag einfach, du willst schippern. Sag, du hast einen Termin mit Ellie. Geht nicht. Guck mal. Ich kann mich nicht so gut zueichen wie du. Wo bist du hin? Der Pins ist irgendwo hinten. Da links ist der Ronny. Wie seid ihr denn? Ich komme durchgesprungen. Da. Guck, den juckt doch keinen. Bitte einmal zurück in die Dobby. Hallo. Wir haben einen Termin. Bei wem? Bei Ellie. Das Gingster. Ich glaube, der Gingster steht da. Oder sein Freund dort. Okay. Welche Farben? Keinen. Abends. Sind Sie der Herr Smalls? Ja. Der sitzt? Oder wer ist der? Nein, der steht. Ach so, ja. Dann kommen Sie mal mit und ich behandle Sie mal. Mich behandeln? Warum mich behandeln? Sind Sie Herr Twinkie Smalls? Nein, ich bin Peanuts-Mod. Nein, ich bin Peanuts-Mod. Alles klar, gut. Dann ist der Gott, die Dame da hinten. Alles klar. Es ist so viele Fragen. Okay, wir können jetzt mal helfen. Ihr dürft nur einzeln zu dem Herrn, bitte. Ja, ich muss verschippen. Ich bin gerade beim Herrn Fischer gemeldet. Beim Onkel Dieter, ja. Genau. Da hätte ich mal ein paar Fragen an Sie. Ja. Alles klar. Wenn wir da mal recht an den Boden auf den Ort gehen könnten. Ja, wohin? Nein, ich muss mit den Sheriff gehen. Vom Onkel Dieter hat die geschickt. Welche? Onkel Dieter. Okay, wo gehen wir hin? Wo sind Sheriffen? Sheriffen. Äh, folgen Sie mir einfach. Ja, wo der Sheriff. Okay. Okay? So. Wo? So, Eli, oder? Äh, ja gleich, ich muss noch was abklemmen, die Scheibe. La, 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 mich nicht voll. Ich mach eh, was ich will. Okay, kein Sam. So. So. Ja? Der Onkel Dieter hat ja erzählt, Sie hatten nach so eine kleine, äh, Bedrohungssituation. Ja, volle Möhre. Yo. Schildern Sie mir die mal bitte. Also, wir waren, wir sind Richtung nach Hause gefahren und Opa Willi abzuholen. Mhm. Und wir wohnen quasi über der High School. Ja. Und wir sind da vorbeigefahren und jemand hat uns die Vorfahrt genommen mit dem großen LKW und wir hatten fast einen ganz dollen, schlimmen Unfall. Ja. Dann sind wir, unser Auto kamen schleudern, aber ich könnte es noch retten, dass nichts Schlimmes passiert ist. Dann sind wir ausgestiegen und haben mit dem LKW-Fahrer geredet, der sitzt doch vorne im Krankenhaus. Ja. Mhm. Und dann kam aus dem Nichts einfach ein Mann. Gefährlich ist ja der Arsch. Ja, gefährlich. Und wir haben mit dem LKW-Fahrer darüber geredet, was wegen dem Lackschaden ist. An unserem Auto. Mhm. Und dann, der Mann vom LKW hat aber nur zwei Sätze mit uns gewechselt und nicht geredet. Und dann wussten wir schon, den kannst du eine Tonne klumpen, lass abhauen. Mhm. Und dann bin ich zum Auto gelaufen und dann hat meine Frau Twinkie gefragt, wer zahlt jetzt den Lackschaden? Und der Herr, der dazukam, meinte dann zu uns, ihr zahlt den Lackschaden selber oder sowas ähnliches. Ja. Und dann sind wir weitergefahren und haben Willi bei uns zu Hause abgeholt. Und dann wollten wir zum Taxi die Bagger holen. Nein, zum Schließfach. Ja, stimmt, zum Schließfach. Die Actionfiguren nämlich wegschließen, die wollte Bagger hatten. Und dann sind wir in die Stadt reingefahren, wir kamen quasi aus dem Norden, wieder an der Highschool vorbei auf der linken Seite. Mhm. Kennen Sie die ganz lange Straße? Ist aber auch egal. Das stimmt. Und dann waren wir in der Nähe vom Gewerbeamt und auf einmal kam so ein schwarzes Auto links im Gegenverkehr rüber, geschlitten über die Wiese und hat uns beim Fahren angehalten. Und dann ist dieser Herr da ausgestiegen, der vorher gesagt hat, wir sollen den Lackschaden selber bezahlen. Mhm. Und hat sich vor unser Auto gestellt und hat gesagt, wenn ihr nächstes Mal nochmal so frech seid, dann knall ich euch ab. Ich hab nicht gesehen, ob der eine Waffe in der Hand hat, aber ich hatte so dolle Angst, weil wir hatten schon mal mit einem Psycho zu tun. Mhm. Das weiß der Onkel Dieter auch. Und der Onkel Dieter hat uns damals gerade, wenn sowas passiert ist, dann sollen wir uns verteidigen mit Waffe. Und ich hatte so dolle Angst, dass ich ausgestiegen bin und einfach blind geschossen hab. Warte, dein Telefon war es ja in der Pistole, man konnte es schnell erkennen, Sir. Also er hatte, er hatte was, also irgendwas hat er halt in der Hand gebraucht. Also ich hab's nicht gesehen, aber mein Frau, Pinsel, Opa, wie die haben die Waffe gehabt. Ja, der hatte was in der Hand. Und dann haben wir, hat er noch zu uns gerettet, bevor es zu Schäden kommt. Ähm, haben sie jetzt nur einmal auf den geballert oder haben sie den direkt umgelegt halt? Also zu Boden geballert quasi? Also ich, ich hab schon öfter gedrückt, der, der hat sich auf dem Auto festgehalten. Aber der hat nicht jeden Schuss getroffen. Also der war schon echt auf dem Boden. Und dann bin ich weggefahren, weil ich ganz so langsam hatte. Ja. Und wenn er nicht gestorben ist, dann liegt er dann noch heute. Pinsel, nimm mal kurz mein Handy. Die Büchse nervt mich. Ja. Die Moba. Ja. Danke. Gut, wie gesagt, also, ähm... Und dann hab ich schon Kredit angerufen. Ja, er hat ja schon gesagt, ähm, sie wollen sich da stellen. Oh mein Gott, du süßchen. Wir werden jetzt auch, äh, soll ich nochmal erstmal die Aussage aufnehmen? Von, äh, dem vermeintlichen Herrn, den sie bedroht haben. Den ich bedroht habe? Also den sie, äh, sich selbst verteidigt haben. Ja, disabled. Ja. Den sie gemeinstobt haben, ähm... Ähm, aber so wie es im Moment aussieht, äh, sollte da eigentlich nichts auf sie zukommen, weil sie sich ja selber verteidigt haben. Und wenn, äh... Es kann natürlich noch sein, dass wir, ähm, von den anderen drei... Ach, da kommt bestimmt einiges noch auf mich zu. Wenn der seinen ganzen Freunde holt. Ja, das stimmt, wir brauchen Schutz. Nö, 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 dann disablen sie die auch noch. Okay, alles klar. Ging so schnell. Auf der Worte. Ne, also wenn die sie bedrohen, dann, äh, kommen sie natürlich auf jeden Fall noch zu uns. Dann brachten wir die weg. Aber es kann natürlich sein, ähm, da werde ich mir ihre Telefonnummer nochmal aufschreiben. Ja. Dass wir die Aussage, dass der ein Gegenstand, äh, in der Hand hatte, ähm, dass wir das nochmal, äh, als Zeugenaussage brauchen. Aber ich hab's nicht gesehen. Ich hatte nur fürchtliche Angst. Doch, doch, der hatte. So, dann schreib ich mir das nochmal auf. Den Herr Peanut war das. Äh, und ihre Telefonnummern bräuchte ich so nochmal bitte. Ganz aggressiv geguckt. Hände, gib mal meine Telefonnummer, bloß mein Handy. Ach ja. Fünf, fünf, fünf. Jo. Drei, drei. Ja. Sieben, sieben. Ja. Eins, null, fünf. Alles klar. Und, ähm, von den anderen drei Autoinsasten bräuchte ich nochmal die Namen und die Telefonnummern. Opa, Willi? Hände, du hast die Nummer. Ah. Also, Willi ist fünf, fünf, fünf. Ja. Sieben, fünf, sechs. Ja. Neun, null. Ja. Neun, acht. So, dann, ihr Name? Fünf, vier, sechs, sieben. Nein, dein Name. Der heißt Roni Hubs. Also. Alias Pinsel. Hallo. Alias Catch Me If You Can. Alias Langfingfang. Mir. Kurz, fünf, fünf, fünf. Ähm. Vier, sechs, sieben. Hanni, was lau ist, Alter? Null, sechs, sieben. Ja. Neun. Und ihre Frau war noch dabei. Ja, Twinkie Smalls. Ja, fünf, fünf, fünf. Wo weißt du das? Weil das die Frau war nicht. Oh. Das die Taktiv. Drei, neun, vier. Ja. Sechs, drei. Ja. Fünf, sieben. Alles klar. Wie gesagt, wir holen da nochmal die Aussage ein. Ähm, es kann halt sein, dass wir nochmal die Aussage brauchen, wenn, ähm, schriftlich, dass da, äh, ein Gegenstand war, da kommen würden wir, würden wir aber da nochmal auf sie zukommen. Okay. Wissen Sie, ob das ein Mofosi ist? Ähm, da wir den Namen noch nicht wissen, äh, und ich auch so keine Auskunft geben dürfte, können wir da noch nichts zu sagen. Okay, aber ich muss jetzt wissen, ob ich mir Schutz kaufen muss. Auf der Street. Danke für die gute Arbeit. Verstehen Sie mich gerade? Hä? Nein, ich verstehe vielleicht, wenn ihr was dafür haben müsst. Servus, grüß Gott. Tachtsam, hallo, Pilat, hallo, Ronny. Hat einer von euch Zeit? Nein. Der wäre bereit. Der wäre bereit. Will ich und bereit. Wir haben Zeit. Ja, er ist bereit. Wir schmeißen uns in ihn. Nein, nicht ihr beiden. Nein, doch, wir sind Ärzte. Ja, Twinkie. Ja, wo wirst du? Hin in den Verhörraum im Krankenhaus mit den Sheriff. Wir verhören euch also jetzt im Krankenhaus. Meine Pusch, heimänner. Okay, wir haben nach Beruf dann an, oh Mensch, komm, die Prisoner. Genau. Okay, tos. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Was hast du gesagt, Twinkie? Man verhört jetzt also im Krankenhaus. Ja, die haben uns verhört. Im Krankenhaus. Ja. Okay. Wo seid ihr? Ich bin in den Aufgangsieck. Weiß ich nicht. Wo seid ihr denn? Am Auto. Ich wollte gerade abhauen, aber Opa Willi hat mich aufgehalten. Ah, du. Wolltest du mich schon wieder verlassen? Moment, kannst du kurz nach weg? Ja, weil du wieder mal nicht an dein Handy gegangen bist. Ich musste das Handy dem Pendel geben, weil der Büchse mich 500 Mal angerufen hat. Und Herrn Juri. Ja, ja. Du musst du mich warten lassen. Wann glaub nicht, guck doch auf mein Handy, mein Nick. Du redest hier mit nem Killer. Ja, du Killer. Ist der Mann hier? Ja, der ist hier. Und? Ist der von der ist der Auto? Der Schwatsche? Ja, der ist hier. Wir haben Zeugenaussage gemacht. Wir mussten alle unsere Telefonnummern abgeben, auch von euch. Hast du meine abgegeben? Du warst schon das nicht, Gönig, wenn die das hier gemacht haben, ne? Warum? Das ist kein Polizeipräsidium. Ich weiß es doch auch nicht. Was hast du denn gesagt? Ja genau, ich hab die Wahrheit gesagt. Was? Die Wahrheit? Warum denn die Wahrheit? Und dass ihr gesehen habt, dass der was in der Hand hat, aber ich hab das nicht gesehen. Ja. Ja. Wir haben geschrien, der hat was in der Hand. Und dann hast du die Knarre gezogen und hast geschossen. So war das? Ja. Nein, wir haben gesagt, dass der uns gedroht hat und dann haben wir geschossen und nicht alle Kugeln haben getroffen und dann hat sich am Auto abgestützt und dann lag er da. Oh Gott, Ronny. Was? Also meine Version fand ich schon besser. Naja, wir bleiben einfach bei der Wahrheit. Ja, okay. Wenn ihr was gesehen habt, habt ihr was zu sehen. Was der gesagt hat, wisst ihr alle, ist der Wahrheit. Ich ruf mal Herr Junglitz zurück. Ich fand, er hatte was in der Hand. Ich weiß auch, ein Cockring. Morarum. Erhöhne, der was der Secret-Core. Und David. Ja, Entschuldigung. Ich hab Hunger. Wie geht da nochmal, der Text? Der Bückse will sich mal durchfressen, der Bezweckung für fünf Millionen. Ja, kann er sich in den Haar stecken. Er ruft ihn jetzt an. Mach ihn schön sauer. Du. Opa hat's Maul. Das ist doch schön, das Lied. Ja, das kann sie auch in deinem Küffchen sehen. Das ist von Shrek. Mein Gott, mein Kopf. Hallo, Herr Nuri. Halleluja. Wie geht's dir? Nicht so gut. Warum nicht so gut? Was hast du angestellt? Wir wurden bedroht mit dem Tod. Und dann musste sich jemanden schießen. Äh. Wir wurden bedroht. Boah, ich muss, glaube ich, die Story heute noch 20 mal zählen. Wir hatten fast den Unfall. Dann kam da so ein Typ hin noch. Wir sind nicht... Zudem waren wir vielleicht ein bisschen nicht frech. Wir haben nur gesagt, was mit dem Lackschaden ist. Ja. Der sah aus wie Mafosi. Dann sind wir in die Stadt gefahren. Dann hat er uns von der Straße gedrängt. Hat sich vor unser Auto gestellt. Und hat gesagt, wenn wir nochmal so frech sind, dann knallt er uns ab. Ach so, okay. Da bin ich aus dem Auto gestiegen. Wo war er das gewesen? Bei der Nähe vom Gewerbeamt. Okay, alles klar. Dann bin ich aus dem Auto gestiegen. Und hab geschossen. Okay, dann auch wieder. Weil ich Angst hatte. Ja, du musst ihn doch. Irgendwann ich wollte. Dankeschön. Weiß mal keinen Namen, Otto oder so, von dem. Der ist gerade im Krankenhaus. Aber ich weiß keinen Namen. Steig sofort ins Auto. Waren keine Kopfschaden oder so? Steig sofort ins Auto. Wir haben gerade unsere... Opa, will ich schnell. Oh, wir müssen abhauen. Die Gangster sind auf der Suche nach uns. Wie, die sind auf der Suche nach euch? Weiß ich nicht. Twinkie sagt, wir sollen sofort ins Auto steigen. Wieso? Weiß ich nicht. Steig ein, Opa, will ich nicht. Der schöne Rüge ist zurück. Ich kann Soundchaffen. Was? Der Knicker kann auch nicht gegen 20 Leute helfen. Ja, danke für gar nichts, du wichser. Hä? Hä? Was finden? Hä? Du sass. Okay. Mein Gott. Knicker, stolz euch wieder. Was hast du mir wieder gemacht? Und jetzt haben wir mit 20 Mann gesagt, wir sind hier und wollen Ärger machen. Die haben unser Auto gesehen. Sag immer Bescheid. Warte, es ist zu schien. Alle die Klappe halten jetzt im Auto. Was für ein Auto war das? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Twinkie, was war noch mal bitte? Der Büchse hat gesagt, wir sind mit 20 Mann am Krankenhaus gewesen und haben unser Auto gesucht und die wollen Ärger machen. Die waren mit 20 Mann am Krankenhaus und haben unser Auto gesucht. Also haben das gesehen und die wollen Ärger machen auf jeden Fall. Und die wollen mit uns Ärger machen. Wir fahren uns jetzt bei Bombenverschlecken einfach. Oh, Kopfschmerzen. Oh Gott, nein. Ja, wenn der Pohnen Schissöchen hat, dann... Ja, ich brauche halt ein paar Informationen halt. Das war auf jeden Fall keiner so aus dem Ghetto. Das war... Der war schicke angezogen. Ja, das heißt ja nichts. Na ja, wie man schicke interpretiert. Aber wenn das jetzt 20 Mann oder so sind, dann müssen wir wenigstens wissen, was für Autos die fahren oder so. Ne, keine Ahnung. Was war das für eine Autobindel? Du bist ja der Autodieb. Ein schwarzes... Aber ich kenne mich nicht aus. Das war so ein schwarzes, komisches Auto. Es war aber kein Jogeler, glaube ich. War aber kein Jogeler. Ja, mit Jogeler. Dann wird schwer. Ja, dann... Aber du hast ja ein wenig an Jogeler. Dann wird schwer. Und der war vorher... Wo hatte die Unfall mit dem? Nicht mit dem, sondern mit so einem LKW-Fahrer. Der hat sich einfach da eingemischt. Ich glaube, die sind befreundet, weil der LKW-Fahrer ist auch im Krankenhaus. Der wartet da. Das war an der Highschool, bei diesen... Bei diesen ganz vielen Willen, großen Willen. Also quasi, wenn man von uns in die Stadt reinfährt, auf der linken Seite, wo der große Parkplatz ist. Ja, ja, hier richtig. Da oben bei dem Dings. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Auto war schon... Andere Seite von diesem Dings, wo es den Berg hoch geht. Ja. Zu diesem komischen Center oben auf dem Berg. Ja, irgendwo da. Wir müssen uns jetzt verstecken. Ja, verstecken ist nicht das Problem, aber das ist nichts in der Sache. Wir müssen... Ja. Wir müssen gerade wissen, wer das ist. Das ist das Problem. Naja, der liegt im Krankenhaus völlig. Können Sie da anrufen, Herr Juri? Oder jemand... Sie haben doch Hochkontakte. Was war... Schussverletzung, ja? Ja, genau. Okay, ähm... Ich telefoniere mal kurz. Okay. Nein, bis später. Ich merke mich. Okay, bis später. Was? Wir sind jetzt Staatsfeind-Nummern. Also, der Büchse hat gesagt, da waren Autos am Krankenhaus, Pinky. Da waren wohl irgendwie 20 Mann am Krankenhaus und haben unser Auto gesehen und die wollen auf jeden Fall Ärger machen. Ja, aber wo waren wir denn da, wo die Autos da waren? Wahrscheinlich im Verhörraum. Er sagte, als ich ihn angerufen habe, dass es wenige Minuten her ist. Hm. Hm. Ich glaube, der Büchse fand er sich... Was machen wir jetzt, Pinsel? Du hast immer Ärger. Was machst du, wenn du Ärger hast? Ähm... Dann fahre ich zu die Gangstrasse. Aber zu wem? Ähm... Zu einem Baum oder zu einem Kies? Aber wir können uns jetzt nicht... Wir können jetzt nicht unser Leben lang in Angst leben. Nee, die regeln das für mich. Nee, die regeln das für mich. Die beschützen mich. Ja, aber wir haben keine Ahnung, wer die sind. Doch, den Bom kennen wir. Da waren wir doch weinig. Sehr guter und zu weinig. Nee, die machen ja die, mit denen wir Ärger haben jetzt. Genau. Ich glaube, das ist nicht der Reich war. Deswegen würde ich zu Bomben fahren. Aber Verstecken ist feige. Aber Sterben ist auch doof. Ja, Sterben macht keinen Spaß. Du willst das wissen? Bist du schon mal gestorben? Ja. In Counter-Strike. Du musst dir mal droppen. Was hältst du davon, wenn du die Mütter von denen anrufst? Du denkst. Ja, das mach ich gerne. Auf jeden Fall. Denen hab ich einiges zu sagen. Herr Nuri telefoniert jetzt. Und ich hab dolle Hunger. Wir müssen gleich später Taxi rufen. Oder wir leben unser Leben einfach weiter. Oh je. Mit Angst und Schränken, mit Bewaffnung. Du, Klaus, bei Gangstern klaust du Sachen. Du hast auch keine Angst. Ja, aber nur bei denen, die eh frech sind. Klaus zum Beispiel immer, bei die Grove Street und bei den lila-blauen, wie auch immer die sind. Bei den Trips trau ich mich nicht mehr. Weil die dich schon verboxt haben. Ja, dann gibt's nur rote und nur hellblaue oder sowas. Was weiß ich, was ist das für Farben-Trio? Ich bin in einer stressigen Situation. Wir brauchen, glaube ich, Polizeischutz. Ich glaube, wir müssen im Zeugenschutz-Programm. Wir brauchen andere Identitäten. Ich nimm mich Luca. Ich will OG Toasty sein. Ich wär gerne Ronny. Ich nimm mich Chris Anthem. Okay, dann möchte ich Michael Jordan. Okay. Und wie willst du heißen, Twinkie? Penelope. Oh... Penelope. Penelope! Neee. Penelope Einhorn. Das war Mickey Mouse, glaube ich. Wo bleibt die Billy? Das sind doch die von den Schleppis. Der Büchse will uns bestimmt in den Fall locken. Aber wie schnell. Ich glaube, wir müssen den Norden ziehen, ins Exil. Ach, wenn noch bloß die Kista werden. Aber wir können uns nicht wie feige Hühne verstecken. Ja, ich meine, du hast geshootet, Bibio. Wir sind jetzt Gangster. Ich will nicht Gangster sein. Das wäre schon Feuer, weil ich habe geschossen, weil ich Angst hatte um unser Leben. Ich schreibe Bewerbung. Für wen schreibst du eine Bewerbung? Für Bom. Für Bom. Was hast du da reingeschrieben? Ja, ich habe Lebenslauf schon fertig. Eigentlich brauche ich nur noch Bewerbung schreiben. Ich schreibe Bewerbung für die Bom. Ja, mach dann das nicht bei solchen Bücherklubs. Hallo. Hi, die Klappe, Pinsel. Du Idiot. Oh nein. Das war doch Mickey Maus. Das hat selbst mir wehgetan. Boah, Willi, du Arschloch. Wo bleibt der? Ich war so wie eine Wadeschlaufe. Soll ich nochmal den Onkel Dieter anrufen? Betwenke, kannst du den anrufen? Den Onkel Dieter? Ja. Mach ihn. Der soll uns Rat geben, okay? Ja, okay. Okay. Hast du Stift? 610. Ja, Moment. Warte, warte, warte. Und Dieter? Gehen ruhig. So, warte. Neue Nummer. Neue Nummer. So. Onkel Dieter. Ja. Dreimal die 5? Ja. 6101. 6101. 259. 259. Der soll uns Rat geben. Okay. Und sag auch das, was der Büchse uns gesagt hat. Da geht schon Angst vor dem Gespräch. Ja, hier ist die Twinkie. Ja, Moinchen. Oh, Entschuldigung, okay. Jetzt folgendes. Oh, jetzt fällt schon wieder nicht. Aber ich will hier nicht rumholen. Es geht hier um wichtigere Sachen. Also meine Kackspalte. Was juckt denn bei dir? Ähm, da sind, da war dieser Mann und mein Speckbückchen hat ja irgendwie so Ärger gemacht. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir uns wohl angeblich mit so und so Leuten suchen. Das hat der Büchse uns erzählt. Und jetzt suchen wir Rat. Und sie sind ja so ein strammer Mann mit viel Erfahrung. Hey, du sollst nicht flirten. Und dann können wir uns das nicht helfen. Wir verstecken uns. Okay, wir verstecken uns. Eigentlich ist das nicht löslich. Ja, ja, ja. It's only game. Hm, why are you so mad? Ja, ja. Ja, Hilfe, keine Ahnung. In irgendeine Kreuze. Ja, 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 ja. Okay, fassen Sie auf. Wenn wir zum Pedie fahren, sind wir da sicher bei Ihnen? Ja, wie? Wir brauchen einen heißen Tipp. Ein Konvoi. Oh, den will zu Sie? Ja, wen denn? Frag mal wegen Zeugenschutzprogramm. Können wir so ein fancy Zeugenschutzprogramm kriegen? Oh, Mann. Ja, Herr Nuri. Ja, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wie lange er am Krankenhaus bleibt. Jetzt ist die Frage, bist du sicher, dass die die suchen? Also der Büchse hat Twinkie angerufen und meinte, oh, die suchen uns 20 Leute. Ja, dann weißt du ja auch, wer die sind. Nö, wer sind die? Ja, wenn Büchse sich anrufen und die suchen euch, dann musst du doch wissen, wer das ist. Ja, nö. Ich steh auf dem Schlauch. Ja, aber ich hab den Namen. Okay, also, das Ding ist halt, ich muss halt wirklich wissen, ob die euch wirklich suchen oder irgendwas machen wollen, so, weil sonst, ja, könnte es in die Hose gehen. Stimmt, das ist einer von Büchse seinen Freunden. Weiß ich nicht, ob das einer von denen ist. Keine Ahnung, aber ich hab auf jeden Fall den Namen von dem, der im Krankenhaus liegt. Und wie heißt er? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Warum nicht? Ja, das sag ich dir noch nicht. Das sind wichtige Informationen. Es geht um Leben und Tod, Herr Nuri. Er kommt in 10 Minuten aus dem Krankenhaus raus. Und warum? Da ist jetzt die Frage, hat er wirklich Leute auf euch angesetzt oder nicht? Wenn ja, dann wird er eventuell vom Krankenhaus abgefangen. Du musst dich das halt wirklich wissen. Also, der Büchse hat gesagt, ja. Das, weitere Informationen hab ich nicht. Ja, dann ruft ihn mal an und fragt mal, ob das wirklich so ist und ich, dass er euch nur verarschen wollte. Ja, wir fahren noch die ganze Zeit Leute mit Motorrädern an uns vorbei. Schon viermal. Okay. Sehr gut, dann lass ich die Leute sie suchen. Alles klar, ich, ähm, ich muss telefonieren. Ich mög mich nachher. Okay, danke, Neui. Ja, bis später. Bis später. Papa Nuri regelt das mit Schellen, Alter. Ja, der ruft mich zurück, Speckbäckchen. Okay. Herr Nuri hat gesagt, der Typ, der im Krankenhaus ist, wird jetzt gleich abgefangen, wenn der rauskommt. Was haben wir gemacht? Also der, der, der Herr, also der Herr Dieter hat gesagt, ähm, äh, Schutz beim Junkie Park suchen. Warum? Bei der Bombe nicht, weil die haben viel Ärger momentan. Ähm, und außerdem ruft er jetzt irgendwen an und dann ruft er mich zurück und klärt vielleicht irgendwas. Okay. Ja, Nick, hast gehört. Lockt alle bitte ein. Junkie Park, ich brauch euch. Wenn ich will, ruft mich an. Der Herr Nuri macht das schon. Der kennt doch gut und die Welt. Nicht, mein Willi. Ja, weiß ich nicht, was mit dem ist. Ich weiß auch nicht. Wieso? Wir müssen uns verstecken. Also können wir nicht uns bei Bomben verstecken. Die haben Ärger. Die schießen wohl gerade in alle Richtungen. Und mit jedem Stress. Ich rufe mal einen an von der Dirk. Aber die gehen nicht dran. Nee, besser nicht dann da. Dann verstecken wir uns woanders. Irgendwo im Ghetto. Wir führen jetzt ein Zweitleben. Ja, also der Herr Dieter hat gesagt, weil du so gut mit dem Junkie Park wo sein würdest, sollen wir uns bei denen verstecken. Aber ich habe gar nichts mit dem, mit diesem Park da zu tun. Wie kommt der da drauf? Ist das ein Wichser, Alter? Was meint er damit? Ich habe eine Idee. Wir machen Taktikbesprechung. Wir müssen den Ghetto ziehen. Fahre jetzt mal zu Lowly Gentlemen. Und gehen in. Ich habe voll Hunger und voll Durk. Wir können uns erst mal einen Burger essen. Oh Gott. Okay. Oder nicht. Wenn du mir sagst, sie sind in Dortland gern. Wo soll ich hinfahren? Burger. Nö. Von Lowly Gentlemen. Wo ist das? Vorne. Oder? Ja. Okay. Aber fahren. Oh. Was soll ich machen? Ja, ne. Mach's ja super. Links. Okay. Dann rechts. Ja. Und immer noch geradeaus. Ja. Hier machen wir nichts. Hier sind Idioten. Dann hier von der Brücke rechts nebendran. Da, hier. Da links jetzt. Oh. Was denn hier? Hier gehen wir jetzt zur Taktikbesprechung. Okay. Wir rechnen ja wohl niemand. Jetzt mal vielleicht noch mehr. Ja. Los, ich parke hier. Ja. Okay. Hast du gerade aus dem Fenster meine Blumenschrausse schmissen? Ich habe Hunger. Und ich habe Duh. Das war nicht deiner. Okay. Practical. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht, wenn ich bin. Ja, komm. Okay, wohin? Hier. Danke. Hier. Komm mit. Ja. Twinkie. Ja. Komm. Pinsel weißt du was? Oh, ein geließer Ruf zurück. Okay. Ich bin nervös. Moinchen. Oh, was? Ja, aber, ähm, 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 ja, okay. Oh, das ist so schade. Oh, oh, lass mich fragen. Die Polizei hilft uns nicht. Okay. Ich verstehe, okay. Also sollen wir ein Foto machen? Ja, so Selfie. Ja. Okay. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, also wenn wir uns in der Nähe von der Grove-Tankstelle oder in der Nähe von der Böhm aufhalten, werden wir immer Kollegen finden, aber soweit konnte er jetzt niemanden erreichen und soweit auch nicht helfen. Er kann nur, ähm, also die Polizei kann uns nur helfen, wenn wir nachweislich in Gefahr Aber welche Kollegen finden wir? Können wir nicht reingehen? Ich finde mich hier so unsicher. Na, von der Polizei. Ich finde mich hier so unsicher. Ja, dann komm. Die Puschen von der Brücke und dann? Wer schmeißt denn hier mit Zeitung auf uns? Boah. Soll'n das? Also wenn wir uns in der Nähe von der Tankstelle aufhalten oder bald Bumm, dann haben wir Kollegen. Dann sind da wohl Polizeikollegen. Immer in der Nähe. Scheinbar gibt's da viel Fleisch. Fleisch. Ja. Oder wie mein Kumpel sagen würde, Fleisch. 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 Ja. Ist das ein Chinese? Ja. Idiot. Okay. Und dann hab ich seine Nummer. Der Goffi, ne? Der sagt immer Fleisch. Der gute Goffi. Ja, ja. Oh, wo sind wir denn hier? Hast ihr mal gearbeitet, Pinsel? Nö. Die hab ich geklaut. Oh, das ist so schön. Warum hängen wir hier nicht ab mit unseren Klamotten-Charactern, Alter? Hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da gehört jetzt uns. Für die Custom-Klamotten. Oh. Okay, hier ist ein Glamlade. Glamlade für die Tactical. Wir müssen ein Ghetto ziehen. Ganz einfach. Kiste. Gut. Okay, Taktikbesprechung. Taktikbesprechung. Mein Vorschlag ist erstmal... Soll ich das hier aufmalen und wir hängen es an die Wand? Ja. Gut. Was soll ich machen? Also. Also. Mein Vorschlag wäre... In einem... In einem... Schettel zu ziehen. Schettel zu ziehen. Perfekt. Weil da ist immer... Irgendwo hier hin. Da ist immer viel Polizei. Schettel zu ziehen. Schettel zu ziehen. Bist du... Bescheuert? Ja, okay. Weil ich meine, was wenn wir ausgerechnet in das Schettel ziehen, wo die Herren sind? Das stimmt auch, ne? Wir wissen nicht, wer die sind. Wir haben keine Scheiße Ahnung. Das können wieder sein. Doch, Herr Newry hat gesagt... Ähm... Wenn doch der Büchse weiß, dass die euch suchen... Und grad sind doch drei Motorräder, vier Motorräder und ist vorbeigefahren die ganze Zeit. Dann... Dann... Und der Büchse hat mich auch danach direkt an... Oh! Der Büchse hat mich direkt danach angerufen. Ja, aber der Büchse hat mir gesagt, er hat keine Ahnung, wer die sind. Der gehört... Also, Herr Newry meinte, der gehört zu den Büchse. Ja, warum sagt der, dass ich da nicht... Weil der Büchse uns in eine Falle locken würde. Deshalb hat er auch gesagt, wir sollen da hinkommen. Die... Das sind dann... Dann sind das Motorrädfahrer. Was? Aber der Typ sah nicht aus wie ein Motorrädfahrer. Er sah aus wie ein... Möchtegern. Posi. Dann bin ich noch Posi. Schattenwolf, das mach ich extra! Danke! Lass mal überlegen. Das ist RP, Bruder! Ich muss hier nicht alles durchblicken und die Richtung... Dann nehmen wir einen Schluck auf. Ich will verlieren. Ja. Dankeschön. Also, was haben wir für Pläne? Mein Plan ist ja auf uns zu ziehen. Aber Twinkie hat schon recht. Aber du weißt doch gar nicht, wo wir wohnen. Oder wir müssen euer Auto umlackieren. Aber ich mag die Farbe. Nein, du mochtest die Farbe. Nein, nein, smart. Obwohl so ein schönes... schönes Blau wird mir auch gefallen. Ach komm, bin ich nicht mit Blau. Oder krieg ich's kotzen? Ach nein. Wir sind gerade in einer Krisensituation, ne? Und du? Weiß. Weiß ist so. Weiß ist so. Weiß ist so. Weiß ist so. Weiß ist so keine Farbe. Weiß ist blöd. Da sieht man jeden blöden Fleck. Okay. Boah, ich bin für so ein schönes... schönes Blau. Wie wär's mit nem schimmernden Hauch von Rose? Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, das ist ja absolut weiblich. Ich darf, ich muss mich hinstellen. Ich bin jetzt kriminell. Oh Gott, was hab ich euch auch über... Ja, was hast du sonst gemacht? Ja, das wollte ich sagen. Aber meine Fresse hat gesabbert. Ich könnte noch meinen Kumpel, den Luca, anrufen, der uns helfen kann. Wer ist der Luca? Luca, der mir die Waffe verkauft hat. Oh, gute Idee. Nee, der besser nicht, weil der ist ein Psycho. Besser nicht. Der geht alleine rein. Wen hätte ich denn noch? Wir können den Holländer zum Fraß opfern. Oh, nicht der Holländer. Wir sprechen uns nicht ab. Als Opfergabe. Als Opfergabe. Da war Mila nicht auf Mila. Das ist einfach so, wie wir Bock haben. Der Chef geht auch nicht am Sandy. Was heißt mit Isaac? Okay, vielleicht doch, aber nicht bewusst dann. Wer ist Isaac? Ein Freund von mir. Und er weiß mit unserem Chef. Vielleicht hat er Connections. Ja, der geht nicht ran. Ja, hallo Lisa. Wie geht's dir? Hallo Lisa von Mexikana. Pass mal auf, wir haben ein kleines Problemchen. Oh, die ist auch gut. Ähm, also heute hat ein Typ, der hat uns geärgert. Ganz schön doll. Der hat uns angehalten und hat gesagt, wenn ihr noch mal frech seid, dann knallt. Dabei waren wir nicht mal frech. Waren wir wirklich nicht, ne? Waren wir halt echt nicht. Ähm, beziehungsweise, warte. Ich hol mal weiter aus, okay? Oh oh. Also pass auf, wir hatten heute einen Autounfall. Und der Unfallverursacher hat nicht viel geredet. Wir haben so gesagt, ja, hey, das geht so nicht. Wir hatten Vorfahrt, du musst aufpassen, bla bla bla. Ja, und dann kam so ein Schaulusiger zu uns und hat sich dazugestellt. Dann hab ich so gesagt, ja, wer zahlt den Lackschaden? Und daraufhin hat dieser Passant gesagt, so von wegen, ja, ihr müsst ihn sein. Wer denn sonst? So, und dann sind wir abgehauen. Und dann kam uns dieser, also hat uns dieser Passant, der halt wirklich nichts damit zu tun hatte, angehalten. Und hat aus irgendeinem Grund gemeint, wir wären frech. Und wenn wir da nochmal frech wären, dann würde es knallen. Dann hat mein, warte noch kurz, dann hat mein Speckbäckchen ihn, naja, angeschossen. Ja. Disabled. Und, ähm, dann, ja, dann sind wir weggefahren, haben gesagt, ja, scheiße, wir haben jemanden umgebracht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber der war wohl nicht tot. Und jetzt suchen uns 20 Leute ab. Wir kriegen den Norden. Keine Ahnung, leider. Keine Farbe, wohl irgendeine Mafia. Mafia, keine Ahnung, die waren so ein bisschen schicker wohl. Ja. Wir wissen halt absolut nicht, was wir jetzt machen sollen. Weil der Herr Onkel Dieter konnte uns auch nicht helfen von der Polizei. Mit welchem Hans? Achso, der ist nicht zu erreichen. Ja. Jetzt stehen wir natürlich hier und suchen Rat, was wir machen können. Weil der Typ, der war ja letztendlich selber schuld, denn wir waren definitiv nicht frech. Und dann hat er uns bedroht und wir wollten uns gegen diese Bedrohung wehren. Alles deine Schuld, Pinsel, alles deine Schuld. Oh nee, warum? Weißt du vielleicht, wo wir irgendwie so eine Art Schuze erkriegen? Vielleicht war ich's Schiff Kodiba. Ja. Ja. Hm, der Bischof? Nee, den haben wir noch nicht versucht zu erreichen. Stimmt, halt viel Geld. Er kann's nur ins Leben kaufen. Okay, danke, das machen wir. Ah. Okidoki, tschüsschen. Ja, wir versuchen's. Ja, meine Knochen. Okay. Dieser hat gefragt, ob wir uns beim Chef gemeldet haben. Und ich so, ja, aber der geht nicht ran. Und dann hat sie gesagt, vielleicht der Bischof. Sie wüsste halt sonst auch nicht, wer irgendwem Schutz bieten könnte. Oder so. Was ist denn mit Kika? Der kennt doch auch Leute. Der ruft an. Der ruft alle Leute an. Der ruft alle Leute an. Die mir die Knicklichter klaren. Aber die sind schlecht. Das sind schon müde Leute, aber vielleicht. Ich mein, der Typ hatte jetzt auch nicht super viel drauf. Was ist mit denen gegenüber vom Taxi? Von nem Los? Die Rocker. Ich bin befreundet. Wenn ich still bin. Und du wirklich befreundet? Ja, wenn ich nicht viel rede, ja. Ich glaub, mit dir können wir nirgends so in Binsel. Hallo, wer ärgert hier den Kid Kusch im Chat? Und was ist mit Willi? Willi hat uns im Stich gelassen. Der hat gesagt, halt mal kurz da und du bist einfach weggerannt. Feige Sau. Also habt ihr jetzt versucht den Knicker anzurufen? Nee. Ich bin nur überlegen. Ja dann mach doch mal. Nur durch überlegen sind wir nicht gerettet. Oder wir machen uns reigen entgegen. Nein. Ja nee. Ich wollt nie, ich will nicht ins Gefängnis. Ja nur für den Fall. Die zu uns stehen. So einer wie Biggie. Außerdem, der tankt fünf Kugeln. Und Biggie. Biggie ist doch in keiner Gang oder so. Ich verseh den auch immer nur alleine mit seiner Freundin. Meinst du Chef Cody kann's helfen? Ja vielleicht. Der kennt auch bestimmt ein paar Leute. Wir warten erstmal drauf, was Herr Newry sagt. Okay. Twinkie, warum stehst du so komisch? Warum stehst du so komisch? Ich bin normal wie ein Mann. Als ob ich gleich losrennen möchte. Ich bin normal wie ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich steh wie ein Mann. Nee du stehst, als würdest du gleich wegrennen, weil du Angst hast. Nee du stehst, als würdest du gleich wegrennen. Nee ganz sicher nicht. Als würdest du mich genau betrachten. Hier steht der Beine wie Steine. Was labert ihr? Hä, was hast du für ein König in der Optik-Boom? Verwasch. Gut. Kokon-Eis. Gut. Ich bin Pindel, die dir gut das Auto zu lackieren. Und dann holen wir uns erstmal... Aber nicht in blau. Doch in blau bitte. Nee nicht in blau. Aber nicht in rosa. Doch blau sieht super aus. Nee nicht in blau. Bonbon blau. Den blau will ich nicht. Doch ich will... Das ist nicht dein Auto. Du hast deine Critch-Kommode. Die ist gelb. Das ist unser Auto. Pass mal auf. Was? Pass auf! Why do you even exist? Genau. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Nein hab ich doch gar nicht. Jetzt hör auf. Du hast mit einer Knarre auf mich gezielt verschwinde. Mann Tricky doch geh mir doch jetzt nicht auf den Sack bitte. Geh weg. Also das ist nicht das letzte was ich von dir erwartet habe. Bleib jetzt hier. Nee. Du hast mit einer Knarre auf mich. Überleg mal wie ich bin. Ja du bist mein Zuck Schnütchen. Ja. Nicht länger. Man hat Waffe auf mich gezielt. Ich glaube es geht um. Boah jetzt geh mir nicht auf den Sack Frau. Nee. Geh du mir nicht auf den Sack. Ich hab nicht auf dich gezielt. Du hast voll auf mich gezielt. Mann ich kann nie hin zielen und ziehe auf dich. Das ist keine Ausrede. Du erhebst die Waffe gegen mich. Boah bitte. Lass es sein. Dann sag, dass wir das Auto nicht in blau färben. Welche Farbe denn? Grün. Ja nicht blau. Auf nem Bonbon grün würde ich mich auch noch einlassen. Ja lass dir was anderes einwohnen als blau. Ja grün. Und dann ist gut. Ja ok. Telefon. Herr Nuri. Hallo Herr Nuri. Wir verstecken. Ja wenn du nicht verstecken willst kommst du Cody. Nein da können wir nicht hin. So wieso nicht? Weil du gesagt hast die mit Büchse der ist da wohnt doch da um die Ecke. Die mit Büchse. Ja Büchse ich dachte die gehören zur Büchse. Nein Büchse weiß doch angeblich wer das ist. Aber der macht das auch nicht auf so. Aber du kannst ruhig zu Cody kommen ich bin auch da. Und was ist wenn die kommen? Dann lass sie kommen. Ok wir haben Pistole bei. War doch der nicht. Ok dann bis gleich wir haben eh Hunger. Bis gleich. Bis gleich. Ja dann los. Willi der Penner hat uns einfach im Stich gelassen. Ich bin jetzt schon auf seine Story gefasst. Boah da war ne Mordschlange. Bla bla bla. Aber nicht. Ich hab verstanden Büchse weiß wer die sind. Aber will nicht sagen wer die sind. Rede. Warte nein er weiß nicht wer die sind. Ich hab aber gedacht er weiß wer die sind. Und ich hab erst gedacht er gehört dazu. Oho Pinsel. Maschallah. Abo Pinsel. Ist geboren heute. 30.4. Geboren um Hellschuss zu geben. Ja besser nicht. Warum? Tränen die Brüste ist ja dasselbe. Ohne Waffe einschränken. Ja so fällt dir die auf den Boden. Und trink mal was deine Stimme ist manchmal kratzig. Boah das ist immer. Ok dann. Ziehen wir jetzt nen Skat oder nicht? Nö. Was hab ich da heute getan? Die Stadt brennen. Haha. Ihr habt nicht zu dem gemacht. Mach schuld. Ihr seid ja schuld vor einem Pinsel. Mit seinen kriminellen Energien. Ja ja immer die anderen ne. Wie ist es denn dran schuld? Ja. Ja komm. Oh guck mal wo hin. Hier ist ein Auto. Was sagst du? Nix. Wenn du da bist. Geht du da. Ja. Hier ist ein Auto. Ja. Jetzt ist das. Das ist gefährliche Straße. Wie kann ich hier sein? Wie kann ich hier sein? Kann ich nicht hier sein? Nein wir werden gesucht. Wir sind auf einer Liste von einem Morphosi. Von dem Mafiosi? Ja. Als ob der hier ins Ghetto kommt. Wer weiß, die suchen uns. Suchen wir uns. Wahnsinnige Leute. Pass auf, wenn das so neureiche sind, vielleicht haben die Peiseln an eurem Arsch. Was haben die Geiselnahmen am Arsch? Peiseln an eurem Arsch. Ach so. Aber lasst uns doch mal über schöne Dinge reden. Wie kann ich euch denn jetzt hier verköstigen? Was darf ich euch machen? Hunger. Peanut-Hunger. Okay, du nimmst erstmal zwei Burger. Und was darfst du trinken sein? Hab die Pfanne mit Tinkepäckchen. Aber Pfanne mit Tinkepäckchen. Okay, easy. Und für die Dame? Ich hätte gern zwei Siege-Burger mit Extra-Suche und Extra-Käse. Du bist nicht mehr mein Freund Büchse. Du versuchst mich zu malern. Nein. Doch. Und ein Chicken-Burger und fünf Cokes. Und fünf Cokes. Nein, keine Drogen. Nein, Cokes. So, wie immer röscher ich auf eine Rechnung, ne? Ja, richtig. Boah, das war laut. Ich mach's euch fertig. Kleiner Blick. Danke. Ich geh erst mal gucken, ja? Die Dame? Ja? Sobald das zu große Haufen werden, gehen Sie bitte zur öffentlichen Toilette. Wie abgesprochen, ne? Ja, ich versuch's. Oh, jetzt ruft der an. Ich muss mein Testament dran, Herr Newby. Du brauchst kein Testament. Doch, die werden mich ohne zu möhren, Mandy. Willi, die Drecksau, hat uns verlassen. Er hat uns im Stich gelassen. Willi hat sich im Stich gelassen. Der Willi, der den Rasen mäht bei uns. Ja, hä? Also, ist das nicht der vom Taxi? Ja, genau. Der ist aus dem Auto und ist weggerannt vor Angst. Was, der hat Angst? Ja. Und Onkel Dieter konnte uns auch nicht helfen. Also, ich kann dir schon mal so viel sagen. Der Kerl hat mehr wie nur eine weiße Weste bei der Polizia. Es gibt keinen einzigen Akt über den. Nur nicht nur eine geschwärzte Akt. Nichts. Aber warum will der uns dann töten? Ich glaube eher, dass Büchse versucht, euch zu verarschen. Verwirrend. Das ist alles verwirrend für mich. Vielleicht komme ich ins Gefängnis. Also, warum ins Gefängnis? Ich musste Aussage machen beim Sheriff, weil ich geschossen habe. Ja, wo ist das Problem? Ja, die hat gesagt, man darf nicht schießen, wenn der nicht bedroht mit einer Waffe. Ja. Warum hast du nicht einfach gesagt, der hat eine Waffe gehabt? Ja, habe ich am Ende auch. Ja, also, wo ist das Problem? Ja, man darf den Sheriff nicht anlügen. Ach. Ja. Danke. Weißt du, den ich bei Ihnen anlügen oder den Knack gehen? Ein Tinkerpäckchen nur. Bein habe ich Ihnen gegeben. Ich brauche noch zwei. Noch zwei? Kleiner Blick. Danke. Herr Juri, Sie haben coole Schuhe. Ja, die sind recht angenehm. Die sind teuer aus. Ja, ein paar Dollar ausgarten. Wenn ich jetzt kriminell, würde ich die klauen. Ah. Bist du sicher? Nee. Ich glaube nicht. Der Vorteil ist, das Paar gibt es nur zweimal. Das heißt, wenn du damit rumläufst... Gut, ich weiß nicht, ob deine... Passe mir doch gar nicht. Ich habe Schuhe 56. Danke. Das passt wirklich nicht. Dann musst du Fuß abschneiden. Oder von den Schuhen aufschneiden. Das ist doch zu schade für die Schuhe. Heute ist ein schlimmer, schlimmer Tag. Ach was? Das ist bestimmt nur Panzerfaustgelaber gewesen. Ich habe auf eine Menschen geschossen, Chef Coley. Was? Ja. Wieso machst du sowas? Weil der gesagt hat, wenn wir nochmal frech sind, dann knallt die uns ab. Und dann hatte ich Angst und habe auf den Schuhen... Komm, Mensch, Beckbeckchen. Weißt du, wenn ich nicht Rolltrinte benutze? Nee, Pistole. Ich muss aufs Klo kurz, glaube ich. Die Dame. Was hast du gemacht, Wendy? Sie haben meine Geschäfte erledigt. Sind Sie die Toilette runtergespült worden? Bitte wahrscheinlich. Okay, gut. Dann kriegen Sie auch hier ihr Essen und Ihre Cola. Ich danke. Und natürlich eine Rechnung. Über 445 Dollar für Ihren Herrn mit. 1.000. Das ist dein Geld. Gib Ruhe. Gib du Ruhe. So. Ich danke Ihnen. Lassen Sie es schmecken. Ja. Pass auf. Der Bixer hat angerufen. Er ist sich nicht 100% sicher. Aber die nennen sich wohl... Also die Leute, die uns suchen, nennen sich Osi und tragen wohl Blau-Gelb. Osi? Und tragen Blau-Gelb. Blau-Gelb. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nie. Müssten wir den Herrn Juri sagen. Komm, wir sagen Chef Cody und Herrn Juri. Nicht mal seinen Strafzettel oder sonst was. Gar nichts hat er. Also der Bixer hat Twinkie angerufen. Okay. Twinkie hat einen Namen. Welsen. Osi's und die tragen wohl Blau-Gelb. Wie heißen sie? Osi's oder so. Osi's oder Assis? Nein, Osi's. Wohnen die nicht oben Westside über dem Perera-Motel da? Keine Ahnung. Eine Straße, ich glaube eine Straße über dem Cube. Osi's? Osi's Blau-Gelb. Aber die hatten nicht Blau-Gelb. Ja, aber das sind die, die uns suchen. Warte mal. Blau-Gelb. Osi's Blau-Gelb. Da hab ich vielleicht sogar einen Kontakt hin. Osi's. Blau-Gelb. Halt dich auf Pussis. Sollen sie kommen? Was musst du gerade sagen? Ich hab jetzt Blut geleckt. Was willst du von mir? Ich bin Gangster. Respektier mich. Auch jetzt auf einmal bist du Gangster, ja? Ja, hier hab ich auch grad Schutz. Hier bin ich in Safe Zone. Und du nennst die Pussy. Lippo. Wenn du weiter so frech zu mir bist und du nicht mehr hinter mir stehst, ne? Ja. Dann haben wir ein Problem. Pass auf. Irgendwann ist doch mal Schluss mit lustig. Ja, natürlich. Aber du kannst nicht auch Obergangster machen, nur weil du ein bisschen hier chillst. Du bist kein Gangster. Du bist Peanut. Komm auf den Teppich. Ja. Ja. Will doch kein Gangster sein. Ja, dann komm runter. Aber du weißt, was ich nicht will. Das ist peinlich. Du. Nein, das. Ich hab... Hau jetzt hier auf den Tisch. Das Auto wird blau gemacht. Nein, wird's nicht. Doch, wird's wohl. Ja, dann viel Spaß damit. Du musst auch meine Träume mal respektieren. Blau ist also dein Traum. Warum hast du es dann nicht von Anfang an blau gemacht? Weil rot an erster Stelle kommt. Aber blau ist der Traum. Aber schönes Blau ist auch schön. Hm. Ich hab dir auch nicht gesagt, wie du dein Auto lackieren sollst. Verdorren nochmal. Verdorren nicht. Das haben wir ja auch nie zusammengekauft. Ja. 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 Ja, das andere schon. Ich möchte es aber blau haben. Ja, dann bitte mach doch blau. Ja, und ich möchte nichts hören. Ja, klar. Ich möchte, dass du hinter meinen Entscheidungen stehst. Ich will mal schnell was abchecken. Okay, Herr Juri, passen Sie auf sich auf. Ja? Ja. Ich bin der Mann. Hm. Ja. Bin ich auch. Du warst im Urlaub. Schön. Können Sie mich auch. Die fängt schon wieder an, Pindle. Die soll meine Männlichkeit respektieren. Spiel dich nicht auf und dann ist alles gut. Aber ich möchte das Auto blau. Darf ich bitte? Mach, was du willst. Ohne, dass du sauer auf mich bist und wieder haschisch quillst und mich wieder verlassen willst. Ja, du gehst mir auf den Nerven. Ja? Ja. Du gehst mir auf den Nerven. Aber ich behalte dich trotzdem. Ja. Weil du bist mein V. Und ich muss Kompressor eingehen mit dir. Hm. Pff. Oje. Ja, was ist jetzt mit dem Juri? Ja, der geht kurz das Abchecken. Ja, gut. Sollen wir zur Werkstatt fallen? Was sollen wir da? Ich... Ach so, du willst das ja blau werden. Ja, okay. Dann los. Und wir brauchen eine neue Scheibe. Hey, warum ist... Warte, es gibt gleich Actionfiguren. Ach, nö. Ach, egal. Ich bin ja da schon die Schmarotzer. Ich brauche echt Tipps von einem Mann. Was soll ich denn sagen? Langsam entgleitet mit Twinkie. Ich hab keine Lust zu unserer Werkstatt zu fahren, aber wir müssen dahin, weil die anderen keinen Leihwagen haben. Hallo? Ja, dann fahr doch. Oh, Mensch, hör mal, nein. Oh, Twinkie, kannst du aufhören, jede zwei Stunden auf mich sauer zu sein? Ja, dann... Sei nicht so nervig. Du, du willst mir immer alles verbieten. Ich darf nie was entscheiden. Ich muss mein Geld abgeben. Ja, du kannst es ja jetzt behalten, weil sowas lebt dein Leben. Vergiss. Warum bist denn du so zu mir? Ja, wie? Du hast so einen Typen umgeschossen. Du gefährdest unser Leben. Ich hab den geschossen, weil der uns bedroht hat. Ja. Und jetzt bedrohen uns 20 Leute. Ach, der Büchse lügt doch. Stimmt doch gar nicht. 20 Leute. Und wenn, wir haben auch Freunde. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Ja. Ja? Dann wär mal schade. Ja. Ja. Jetzt ist... Warte mal. Jetzt ist das sogar nur falsch, was ich getan hab, uns unser Leben beschützen. Willst du mir das sagen? Der war dabei, wieder einzusteigen. Wir hätten einfach los, weil wir uns Hilfe rufen wollen. Der war dabei, seine Schrotflinte zu holen, bestimmt. Bestimmt. Und der hat uns bedroht. Oh mein Gott. Ach, und das gibt wieder keine Ärger jetzt, ne? Was? Er hat sich aber so angehört. Du kriegst schon ein paar Neuers. Führe ich gar nicht. Doch, du bist ja nie ein. Ich weiß nicht, zu welcher Werkstatt wir fahren können. Ja, und wir lassen das Auto einfach so. Oh, oh. Er will die. Ja. Ja, aber bitte hin, du fein, du Schwein. Ja, äh. Einfach weggerankt. Ja, die Olga, die... Ja, ich warte mal, wo seid ihr? Wir sind irgendwo in der Werkstatt, wir können nicht hier bei Polen kommen. Ja, ne, warte, der Knicker hat die gerade gehalten. Ich steig mal ein bei dem, ja? Nein, Gottes, ne. Ja, wir müssen uns irgendwo treffen, wir haben auch ein Lagepland. Okay, äh, dann sag was, wo ich hinkommen soll. Ja, wir suchen eine Werkstatt, wir wollen das Auto umlackieren lassen. Ja, bei... Am besten da, wo man einen Leihwagen bekommt. Äh, ja, dann beim, beim Chef unten. Ja, aber die brauchen immer so nicht lang und da steht schon einer drinnen. Okay, ja, dann... Ja, sag mir wo, ich, äh, steig mal gerade ein. Oh. Boah, ich weiß auch nicht, man kriegt ja nirgends woanders Leihwagen. Ja, 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 ja. So, wir lassen uns da treffen. Ja, geil, dann lass uns unten treffen. Okay, bis gleich. Okay. Tschüss. Ja, wir müssen uns jetzt durchquälen. Oh eh. Aber Billy ist mit Kicker und Bix. Okay. Oh, oh. Guck mal, das Blau sieht doch super aus wie Pfundprinkel. Ich hasse Blau. Warum? Blau ist einfach nicht schön. Vor allem nicht so ein Blau. Okay, was haltet ihr davon? Wir gehen mir beide auf den Sack. Ja. Die ist so anstrengend. Die ist so anstrengend. Wir gucken uns alle fahren an. Wir gucken uns die fahren an. Die ist so anstrengend. Anstrengend. Ja. Und wie die schon läuft, als wäre die der Jupp aufs Völle. Das ist manchmal echt anstrengend, Alter. Aber mit brachvollen Länden. Kinzi, danke schön für den Programme im 24. Und Kjörn, danke schön für Luis im 5. Und Macke, danke für den Prime im 30. Curtis hat einen kleinen Schniefel. Na und? Und Chappie, danke für den Prime im 21. Und Bullwai, danke für den Prime auch im 21. Und Wipe, danke schön für den Prime im 33. Und Applejoe, danke für den Prime im 28. Und Tagsam. Ich bin gleich für euch da, ja. Oh ne, bitte nicht. Yo, 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 yo. Homeboy, alles klar. Yo, 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 was geht, Peanuts? Was geht, was geht? Was geht ab, Alter? Insulin? Nö. Twinkie. Ja. Können wir bitte, bitte, bitte das Kriegsbeil begraben? Bitte. Mich nervt es so sehr, dass wir so oft streiten. Mich fackst. Also wirklich, mich fackst es richtig ab manchmal. Ja. Okay? Ja. Ich stehe hinter deinen Entscheidungen und du stehst hinter meinen Entscheidungen. Wer ist verstanden? Können wir euch jetzt küssen? Nö. Aber wir sind schon lange nicht mehr jetzt. Komm her. Sonst holt ich die Tauben fehlen und du weißt, was dann abgeht. Küsst ihr euch oder fresst ihr euch? Beides. Ja, ich merke das schon. So, wir wollen das Auto jetzt lackieren lassen, damit wir ein bisschen Ding sind. Und die Twinkie hat auch schon einen Namen. Äh, wie ein Name? OCs heißen die. Wie? OCs. Also eine Gang. Anscheinend. OCs? OCs, California. Warte mal, äh, oh, da muss ich mal den Maddox anrufen. Und der Onkel Dieter hat gesagt, wir sollen nicht zur Bombe. Warum? Und auch nicht an der Knochen. Weil die alles abknallt. Wer? Wir können da an der Nähe sein und dann werden immer seine Kollegen da sein. Warte mal, warum sollen wir nicht zur Bombe gehen? Weil die in alle Richtungen schießen. Die haben Stress wohl mit jedem. Äh. Bei uns hat er gerade, wir sollen zum Junkiepark, obwohl wir die nicht kennen. Äh, ich kenne da welche. Aber der geht davon aus, dass wir da Schutz haben und ich weiß nicht, wie der darauf kommt. Also der alte Kieker. Äh, warte mal, ich muss mal gerade telefonieren. Chat, nehmt euch den Gepäckchen. Arme an. Küsset euch, Mann. Liebe. Pock, dass ne Chatte. Ja, der geht immer telefonieren. Also Peter 2.0. Boah, das geht auch ewig. Das ist mein Stress, Mann. Wir warten dann hier, okay? Warte. Ja, ich komm gleich. Wenn du uns suchst, wir stehen genau hier. Wir bewegen uns nicht ein Meter. Das macht er auch nicht schneller. Hey, das sind doch welche von den Bomben, oder? Nee. Seid ihr ne Gang? Nein. Aber Kieker seid ihr. Das ist ein Schachverein. Schach, also doch Bomben. Wie jetzt? Bomben. Nee. Bomben hält schuld. Ah, Flächer. Gleich zieh ich meinen Knach. Hör auf zu husten. Ach komm, halt's Maul. Boah, ich wette. Ich darf das nicht mit mir machen lassen. Diese Stadt verändert mich. Ich war mal so ein super dupe netz Typ. Ich war mal echt herzlich. Boah, die nachgeschnärft. Ja, wie oft würden ihr es noch schreiben mit meinem Handy drin, diese Mischgewurz? Geh doch rein, los. Wir brauchen Action. Zieh uns ab. Ah, du wein uns schon ein bisschen. Ja, halt der, ne? 50.000 Dollar. Boah, mir geht's. Ich merke langsam eine Veränderung und die ist nicht gut. Ich will das nicht. Ja, warte. Ich lerne keinen Spaß mehr. Wie meinst du keinen Spaß? Ja, so richtig Spaß. Ja, morgen ist der alte Boxkampf. Da können wir Spaß haben. Da kannst du kämpfen, wenn du willst. Ja, der Boxkampf. Beim Cody da. In der Halle hat er uns gezeigt. Mach ich einfach Rambock. Ihr habt das Gefühl, in der Zeit werde ich durchfahren. Ja, was? Warum? Na, einfach so. Egal, wir ziehen neben den Pampers an. Warum sind die alle geschminkt? Das ist doch jemand von der Bombe, oder? Doch, die von der Bombe sind doch oben. Bin wir schön dran. Die von der Bombe sind doch oben geschminkt. Noch nicht, ne? Ach ja, immer die Gangster zuerst, ne? Ja. Warum sind die eben alle geschminkt? Ich hab doch gar keine Schminke. Na klar, du hast Lipgloss drauf. Nee. Kindling. Oh, stimmt. Wir haben auch Tattoos. Ja. Aber Twink, was ist mit deinem Arsch? Stimmt, ihr habt's ja abgewaschen. Die Reibung. Das entzündet sich alles. Dann zieh dir gleich lange die Hose an. Was wollt ihr denn machen? Hm, ein Auto lackieren lassen. Okay, welches? Mein Rappler. Dein Rappler. Okay, Twink, mein Rappler. Ja. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich hab das nur gesagt, sonst krieg ich Ärger. Ach so, ja. Ja, weil ich so schrecklich bin. Schauen Sie mich an, ich verprügeln. Ja gut, ne gewisse Herde gehört zu jeder guten Beziehung dazu, ne? Boah, jetzt ist ja noch ein Irren. Dein Arsch. Hallo. Braucht ihr? Was, was? Was braucht ihr? Bist du voll ne Bombe? Nee. Doch, du lügst. Ihr seid nämlich alle so im Gesicht getatouiert. Ey, was soll das jetzt heißen? Ich bin nicht geschwenkt. Sind sie blind? Nein. Wieso siehst du mich? Weil sie ein Herr sind. Sind sie ein Tuner? Wir wollen das Auto gerne lockiert haben. Genau. Okay, welches Auto? Du arbeitest nicht hier. Mit dem Röbler draußen. Doch, der arbeitest nicht hier. Ja, mehr oder weniger. Mach dir mal deine Ölflecken aus dem Gesicht weg. Ich mach da noch was falsch. Der Röbler steht draußen. Sind keine Ölflecken, das ist tätowiert. Wie du schon gesagt hast. Der Röbler im Hals war ne Bombe. Tätowiert? Ey, geh mal kurz die Furia wegstellen. Also, wir wollen unser Auto lockieren. Okay. Weil wir müssen uns verstecken, wir haben Ärger. Oh, ah, wen will das? Mit dem Oc. Ja, kommt doch noch näher hier, euch unterhalten. Finde ich echt super. Die stellen sich neben uns und unterhalten sich. Geh mal los, ciao. Höray. Hallo. Opa will jetzt doch einen von Bomben, ne? Ja, das ist nur. Kein Autogramm heute. Warum? Keine Ahnung. Wir müssen uns verstecken. Ich bin beschäftigt, der Mann. Aber wohin denn? Ich bin nicht los. Von den Oc's, die wollen uns töten. Von wem? Aus dies. Kennst du die? Weiß ich nicht. Irgendwelche Blau-Gelben. So, äh, dann bräuchte ich einen Schlüssel von Retta. Ah, komm her. Sind die... Wo wollen die euch töten? Hallo, Robby. Äh... Simon, du machst das, oder? Bin ich dumm? Triptop. Ja, bitteschön. Dankeschön. Danke. Wir hatten ein Auto umfährt mit so einem LKW-Fahrer, irgendein Arbeiter. Ja. Und, ähm, wir sind angehalten, sind ausgestiegen, haben gefragt, so, was dein Problem ist, weil wir hatten Vorfahrt. Ja. Und dann kam irgend so ein Zivilist oder so, oder keine Ahnung, hat sich dazu gestellt. Und ich dachte, das ist nur so ein schaulösiger Auto. Ja, mich hat die Kopfhörer auch angehalten, weil ich nicht so umsonst knallt. Also, auf jeden Fall, ähm, kam der dann dazu und ich so, ja, wer zahlt den Lackschaden? Und dieser Typ, der absolut nichts damit zu tun hatte, sagt dann so, ja, ihr zahlt den Lackschaden, Mann. Alter. 20 Mann und... Und jetzt sucht uns die ganze Ging. Wir wollen uns umballern, warum auch immer. Ich meine, wir sind immer noch im Recht gewesen. Der hat uns wegen nichts bedroht. Ich hab auch irgendwas zu dem gesagt, als er auf dem Boden lag. Irgendwas zu dem rechts pushen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Wer mir das Auto gleich so blau macht und sagt, boah, das sieht super aus. Mein Frau will nicht, dass das blau wird. Na klar krieg ich hin. Danke. Ich komm sofort. Ich hab einfach Augen zugemacht und geschossen, weil ich Angst hatte. Ja. Ich glaub, der hat doch irgendwas in der Hand gehabt. Ja. Ja, also, auf jeden Fall hat er sich vorher Hilfe gesucht bei diesen OCs. Und die suchen uns jetzt um 20 Mann und haben uns gesucht am Krankenhaus. Und deshalb blockieren wir unser Auto jetzt. Wo haben die eigentlich ihre Hood? Was wohl doppelt so peinlich ist, wenn ihr mich tragt. Ah, die kennen, aber warte mal, ich kenn noch jemanden von den Bloodys. Ja. Ich schreibe nur noch ein bisschen in der Häschen. Und der ruft eine ganze Gang gegen uns. Also, wie lächerlich ist das? Ja, ich mein, wenn ihr den abgeknallt habt, so, könnt ihr euch mal verstehen. Aber war halt unnötig, von ihm da einfach anzukommen, so. Und zu meinen, ey, ihr zahlt jetzt die Rechnung, so, komplett auf unnötig. Nee, nee, wir zahlen die Rechnung, sondern wir sollen nicht so frech sein. Aber wir waren nicht frech. Sonst knallt, hat der gesagt. Ach, wir haben ja gesagt, komm, wir verziehen uns, macht keinen Sinn, mit denen zu reden. Ja, aber ganz ehrlich, da kann ich dann schon verstehen, dass die dann zuerst geschossen haben, wenn die gedroht haben, gleich knallt's, ne? Ich hab gedacht, wir verprügeln ihn mal ein bisschen mit dem Schlagring, aber, äh, dann ist das doch irgendwie anders erst geliefert. Onkel Dieter hat am Telefon gesagt, wir sollen zum Junkiepark, wir kriegen den Schutz. Ja. Ja. Geht dabei. Außerdem hat der Onkel Dieter uns damals gesagt, wenn wir bedroht werden, sollen wir schießen. Ja, natürlich. Weg mit den Viecher. Und das haben wir getan. Ja, keine Ahnung, also, wenn die Leute sich so verhalten, haben sie es verdient, so, weißt du? Wo ist es dir alles gefallen? Ja, was ich dann, gut, es ist jetzt schwer zu sagen, ich glaube, ich lasse es am besten. Was denn? Ja, aber gleich dann, deren Leute zu holen, das finde ich dann ein bisschen, ein bisschen zu krass. Warum, wir sind gefährliche Zivilisten? Ich versuche, so ein dicker Kicker hat mich bedroht. Je, je, je. Schwumann, danke für den Freunden zwölf. Und Donji Ruff, danke für die Wiese auf 19. Und Party, Pauli, danke für den Prime dritten. Have fun. Oh, danke schön. Und Schwarzabak, danke für den Prime dritten. Ja, komm, Poling-Teilchen, du musst helfen. Ja, hallo, Herr Nuri. Wunderschönen guten Abend. Und also, ich kann dir so viel sagen, dass was Glückst du erzählt hast, ist Bullshit. War mir schon klar, der blöde Arschlucht, ja. Wir waren nämlich gerade bei dem gewesen und es sind, sagen wir, zwei Personen von denen vor der Tür. Geil. Und die wissen von gar nichts. Blau? Warum brauchst du da nicht? Wir sind gerade in der Werbung. Blau ist scheiße. Ah, das hast du noch nicht gesehen. Ich finde es richtig gut. Okay, danke, Herr Nuri. Es sucht keiner, es ist alles gut. Ich komme nachher auch mal vorbei, ja. Okay, dann bis später, danke. Bis später, kein Problem. Was ist hier mit dem Licht los? Sicht ist jetzt extrem beschissen. Boah, guck mal. Guck mal, Twinkie. Und jetzt noch so ein Pearl, ein hell baby blaues Pearl drauf. Boah. Boah. Also, Herr Nuri hat angerufen, der sagt, das stimmt nicht, was Büchse erzählt hat. Ja, wie? Ja, der hat gelogen, der Büchse. Also, Büchse sagt er, er sehe ich nicht hundertprozentig sicher, aber er meint, die sind das. Und wenn die gelogen haben, das kann auch sein. Ja. Überlegt man, so ein Typ, der viel Einfluss hat, kommt zu dir und sagt so, ja, habt ihr meine Leute? Irgendwie macht ihr da Ärger? Dann würde ich auch nein sagen. Stimmt. Guck mal, sieh, das ist super. Du, ist das schon Pearl, die fängt? Ja. Super. Oder nicht, Twinkie. Ja. Ja, dann sagt mal eine andere Farbe, komm. Irgendwas anderes. Wir können ja mal durch den Projektor gucken. Ja, wir können doch nicht mal gucken. Bitte alles, nur kein Blau. Warum? Blau ist ja super farbig, ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Blau habt. Hey, Blau ist super. Ich bin Original Cripp. Schwarz wird langweilig. Boah, das wird langweilig. Gut, war er ja schon. Ich bin Petrol. Petrol? Das wäre normales Petrol und das wäre helles. Weiß ich. Äh, wenn dunkel, oder? Ja, aber... Nee, ich mag hellere Farben, aber ich bin ein Kind der Sonne. Ja. Boah, nee. Boah, nee. Boah, nee. Das ist mal was. Nee. Das Limette, ne? Statt Zigarette. Das ist Matt Limette statt Zigarette. Aber Matt ist doof, ich will mit Halle kaum. Boah. Das war cool. Das ist Mitternachtsblau. Was sagst du das? Ich bin mal weiter auch rein. Ich bin mal weiter auch rein. Aber rein. Tschüss. Und lass doch nicht von den bösen Easterl Jungs ärgern. Auch rein, Snoopy. Ja, die ist schon cool, oder? Was sagst du dazu, Twinkie? Ja, da bin ich wohl klar überstimmt. Nee, das gefällt mir aber nicht, das ist zu dunkel. Okay. Bleh. Warum habt ihr... Was habt ihr gegen Blau? Es war kein Blau. Oh. Das ist blau und besser auch. Das ist blau. Das ist Wolkenblau, ja. Ja, das ist aber ein schöneres Blau. Okay, und wenn man jetzt da noch Pearl-Effekt von Blau macht? Ja. Mama Rabatt, Bruder. Kriegt ihr doch sowieso. 50 Prozent. 50 Prozent, genau. 50 kriegen wir. 50. Ja, bei hellen Farben ist... Das stimmt mit eurer Lampe, oder nicht? Ja, die ist kaputt. Ja, die ist... Was sagst du dazu, Twinkie? Ja, das ist schon mal... Bessere... Also eine bessere Alternative. Boah, dieses Lämmchen hier ist nervt. Ich bin... Ich bin mir nicht so sicher, ne? Irgendwie... Weil die haben wir noch... Wir können dann nochmal weitergucken. Das war... Wie viel ist mit nem schicken Braun? Braun ist aber dunkel. Braun ist aber dunkel. Braun ist natürlich schön. Oh, weil das ist geil, ne? Das ist super. Das ist schon ultraviolett. Das fetzt wirklich. Komm, Twinkie. Oh, dann mach's drauf. Ich mach mal... Ich behal's mit meinem Kopf. Oh, das ist ein geiles... Blau, meine Arten. Ich hab' nur Milchschäne. Ja, ja. Aber ganz spitze. Ich tritt die mal wieder rein, damit die nicht rausfallen. Die wollen schädig doch und tun die Löcher Tick-Tack-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack. Lass mal frischen Atem. Das ist smart. Das willst du ja nicht. Ich kann 27 Träume gleichzeitig durchsingen. Boah. Boah, wie hässlich. Boah, das eine Blau war richtig... Wie sagt mein Freund Rathheimer? Rrrr, wild. Oh, wieder schon innen seiner. Boah, das Blau war schon geil, muss ich zugeben. Ja, das Blau war super duper. Ja. Das war richtig Knorkel. Ja. Richtig knuffig. Voll Togo. Voll Togo. Ja. Oh, Togolino. Kaninchen. Komm, wir nehmen das Blautön, okay? Wow. Boah. Seht einfach aus wie Bum Bum. Boah. Also das Blau und dann der blaue Pearl noch oben drauf. Ja, ganz helles, blaues Pearl. Ja, bei hellem Blau... Wow. Ja, so dann. Wow. Wow. Boah. 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 Ui. 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 Boah. 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 Boah, jetzt passen aber auch Chromfelgen drauf, ne? Boah. Boah. Gibt's vielleicht so Reifen nicht, ne? Hm. Was für Reifen hast du denn? Autoreifen. Pommel 1 Reifen. Äh, ja, die gibt's auch, aber ob ich die drauf machen darf, ist immer so... Ach du Scheiße. Ne, ne, ne. Das Ding fährt aber 500 so. Aber ich fand die Glasse. Schleifen. Das ist nicht gut. Sagt die Polizei. Nein, nein. Schleifen finde ich auch. Boah, die sind so gut, ey. Boah. 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 In meinem Auge habe ich die dran. Boah. Boah. Du verstehst mich, Finde. Du verstehst mich. Boah. 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 Twinkie, sag mal ein paar Felgen. Oh, oh. Sind das jetzt andere, ja, ne? Boah, die Felgen sind ja richtig wild. Boah. Boah. Boah, die... Twinkie, ich möchte die Felgen haben. Alter. Kann ich die Felgen haben? Ja. Ja? Weißt du, dass die das da auch noch reinschreiben, was das ist, ne? Nicht freiwillig, aber ich muss ja. Ach komm schon. Äh. Ja, das ist nicht so... Ja, ich möchte die Felgen haben. Okay. Willst du die Felgen noch lackieren in einer Farbe? Ja, kann man die blau machen. Oder das ist halt... Boah. 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 Sagt er denn? Musst du kacken, oder was? Ich hab bekommen, oder was? Boah. Ne. Boah. Ne, das Rote in der Mitte kann ich nicht wegmachen, leider. Ne, dann lass lieber... Schwarz. Ja, da hast du wenigstens guten Kontrast zum Blau. Ach, mal Weiß. Weiß? Nein, Weiß wird immer dreckig. Boah. Boah. Jetzt sieht's aus wie so'n Dings-Car, was in Fernbedienung fährt. Ja, so ein Schalke-Mobil. Wir lassen die Felgen schwarz. Und dunkelblaues, oder so? Ne, schwarz. Boah. Boah. Boah, Pinkie, wir haben hier nichts zu melden. Na wohl. Okay, machst du mir das so? Na klar. Äh, was ist mit Scheibentönung, damit man uns nicht erkennt? Ja, aber die sollen uns erkennen. Hallo, man muss doch gucken, wer in dem Auto drin ist. Ach so, okay. Äh, Costa-Quanta... Du bist ja noch beim Taxi, ne? Ja. Na klar. Äh... Mein Auto. Ich bin mittlerweile das Monat 50%. Äh... 15. 15. 15. 15. 15. 15 gesagt. Ja, okay, dann korrigiere ich mich jetzt. 15.000. Mama ist 12. 12 Handschlag? 15? Nee, 15. 1000. Komm, schön. Wie jetzt sind 500? 15.000. Ich hab Geburtstag. Dann red mit Hans-Peter. Die Felgen sehen gebraucht aus, um ehrlich zu sein. Nein, die sind neu. Die kommen direkt aus dem Regal. So sehen die nicht aus. Du bist aber nicht grad zum Regal gelaufen, du Lügner. Ich lauf nur zum Regal. Die lagen in der Ecke, du Fockel, du. Ja, okay, 15. Okay. Ich hab leider kein Geld. Okay, also, wer bezahlt? Frau Twinkie hat Geld. Ja. Da kriegen wir 50%. Oh Gott, hat er jetzt wirklich Appian gerufen? Oh! Führ das Auto, wir sind in Gefahr. Ja? 30. 35. Komm, 35. Bitteschön. Dankeschön. Alles klar. Fertig wäre der Auto. 0.10 Uhr. Die Richtung. Das ist richtig. Danke. Wie stand, Hasebälle? Er sagte 35%. 35%? Wenn ich ihn jetzt anrufe... Ich ruf den Hase, Peter. Jetzt hab ich schon bezahlt. Ich ruf den Hans-Peter jetzt an. Ja, ruf ihn an. Ich ruf den 1. an. 35%. Ah, geht nicht dran? Das ist aber schlecht. Oh, das ist besetzt. Besetzt. Macht uns auch die Scheibe hin, fertig, dass ein Einschussloch drin ist. Äh, ja. Mach ich euch. Okay, danke. Kriegen wir so ein Dings Auto? Wir brauchen den Ersatzfahrzeug. Ja, kriegt ja auch. Klar. Aber was schön. Ich hab leider nur zwei Autos. Ja, dann gib unser schön... Gib unser schönere. Äh, wollen wir gleich mal zu Codys? Ja. Muss beim Codi was abholen. Ja, aber wir können nochmal da hinfallen. Ja. Ja, wie wollt ihr das jetzt klären? Ja, wir lassen uns einfach drauf ankommen. Ach, komm. Werk. Werk. Du wissens wer. Ja. Willi, kannst du auch für den Twinkie auf den Arsch so gucken? Äh, ja. Okay, entschuldige. Boah. Boah, der soll uns mal hier so ein Moped geben. Boah, so eins. Karakara. So ein Geländefahrzeug wäre mal cool. Ja. Sind das Leihwagen? Nee, das sind unsere Filmwagen. Ach, der da hinten. Ja, der ist geil. Den hab ich eben gesehen. Das klingt immer wieder so ein Scheiß. Bitteschön. Danke. Du hast Ausweis noch, ne? Äh, ja. Stimmt, den brauch ich auch noch. Da. Dankeschön. Peenuts. Ah. Peenutsch. 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 Hä? Ah. Komm mal schnell. Warte. Okay, schreib ich alles rein. Wann ist Auto freilig? 0 Uhr 10. So spät? Ja, zwei Stunden wegen dem Lock. Boah, wir haben schon halb elf gleich? Mhm. Ai, ai, ai. Okay, dann bis nachher. Bis nachher. Hau rein. Ciao, ciao. Genau. Peenat. Ja? Guck mal da hinten rein. Ach du Scheiße. Guck mal, ich hab die Idee. Wir leihen uns den vom Ray, den Leichenwagen. Dann fahren wir bei den OCs in die Straße. Und dann drohen wir dem nochmal. Und dann sagen wir, dann sieht der so aus wie der da hinten. Ne, Raster. Was ist denn da? Das ist ein Zweisitzer. Das seh ich von hier. Ja, das ist ein Zweisitzer. Leider. Okay, das ist schade. Aber trotzdem, die Karre ist halt mega geil. Und warum beahligst du den Mann nicht? Das ist ne Puppe. Ach so. Ja. Uhhh. Ich weiß, dass du ne Puppe das ist, du Schwergel, du. Uhhh. Ne, so eine Puppe ist das nicht. Ah. Twinkie, da hat ne Kussi-Puppe. Willst du fahren? Ne, fahr du ruhig. Kannst du fahren? Ne, du fährst. Ich bin schon den Tag gefahren. Ne, du fährst. Kannst du fahren? Ne, du fährst. Ach komm, bitte. Okay. Du bist doch ne super Fahrerin. Und du bist so schübsch und so schön. Und deine Haare sehen ganz fettig aus, Leute. Die sind super. Und deine Rückenmuskulatur ist voll süß. Warum hörst du auf? Ach so. Ähm. Deine Kniekehle ist die entzückendste Kniekehle, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, Udo. Und deine Strandviehle wird jeder wahl. Was denn? What is? Gib mir den Schlüssel wieder, Ronny. Was für Schlüssel? Ist nicht gut. Was für'n Schüssel? Oh mein Gott. Pinsel rück den Schlüssel raus. Ronny. Schlüssel, bitte. Ich hab' keinen Schüssel. Ich hab' keinen Schüssel. Hast du geklaut? Gib's wieder her. Nein, hab' ich schnell. Da fehlt ein Schlüssel. Da fehlt ein Schlüssel. Hast du geklaut? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ronny, bitte. Schlüssel ist nicht gut. Da fehlt mein Rusty Rebel Lager 1. Ich habe keinen Schlüssel. Ach ja, dann geh raus und lass dich durchsuchen. Ja. Boah. Auf'n Sack, ey. Oh, nichts zu tun. Los. Guck doch. Guck in meinen Rucksack. Guck in meinen Buchsel. Ich habe nichts. Ich hoffe, der Twinkie den nicht geklaut hat. Oh ja, genau. Da find ich's cool. Und? Hat der denn jetzt? Wo ist mein Lagerschlüssel? Ich hab' ihn nicht. Ich hab' auch nichts geklaut. Dann gehen wir hier weiter. Opa Willi, willst du noch mit oder nicht? Ja, ja, ich komm mit. Sorry Ronny. Ja. Twinkie, hast du geklaut? Nein. Ich war gar nicht an dem Auto. Du. Das nein, das klingt so. Pinsel hat den geklaut, ne? Du. Hast du den? Nein, ich schwöre, ich hab' keinen Schlüssel. Hast du den? Der hat den doch durchsucht. Der hat sich ja noch entschuldigt. Ja, der hat sich bestimmt vor ihm einen Schließart geworfen. Dem Lagerhandzucker. Pinsel, sei ehrlich. Sag uns die Wahrheit, wir sind Freunde. Du bist so sauer, Alter. Du bist so ein Arsch. Was hat der jetzt gemacht? Nein. Du hast den wohl geklaut. Und wie? Nein. Du hast den nicht versteckt. Ich hab' keinen Schlüssel. Sei ehrlich jetzt. Sei ehrlich jetzt. Wieder schon lacht. Und wie? Das ist ein Drecksnack, ey. Das ist ein dreckiges Arsch. Nein. Ich... Oh mein Gott. Was? Geile Kurve. Geile Kurve. Geile Kurve. Geile Kurve. Geile Kurve. Auf der geraden. Wo hast du den hingetan? Sei ehrlich. Oh nee. Du bist so ein Verbrecher, ne? Ich sag' jetzt gar nicht. Du bist so ein Verbrecher, Junge. Irgendwann landest du im Knast. Oder, ähm, Friedhof. Ja. Oh nee, wo ist der Schlüssel jetzt? Was? Ich hab' keinen. Ich hab' keinen. Ich hab' keinen. Ich hab' ihn nicht. Lass' du wirklich nicht. Sei bitte ehrlich. Nein. Warum lachst du denn so? Weil jeder Mann denkt, ich weiß. Du hast nicht viel Platz zum Parken, Kiki. Ey, das hast du dir selber aufgebaut, das Image. Oh mein Shit. Oh Gott. Geweckt. Ah shit, here we go again. Ja und dir, wieso wir jetzt dafür... Oh mein Gott. Ah, ich hab' mir selbst ein Auge gestochen, ich Idiot, alter. Ah. Aua. Ah. Ah. Ah, das brennt. Danke für'n Bums. Wie kann man so dumm sein wie ich, alter? Ah. 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 Ah, ich seh' nichts. Ah, jetzt wieder gut. Alter. Mach's dir Dankeschön für Luisa am 27. Und die Neide dank für den Prime am 23. Ah, es ist ina. Ah mein Auge drehenkt. ¡Ha-ha-ha-ha-haa-ha-ha-ha. du musst mich lieber mucke hast du einen Klappstuhl? warum? ich sitze auf der Couch was soll ich denn noch mit einem Klappstuhl? du bist auf dem Klappstuhl? nee, kuscheln so besser? ich hab mir gerade im Auge gehauen ja warum machst du denn? weil ich doof bin jetzt tränt mein Auge, guck mal, mach mal pusten oh mein Gott, das wird mich in den Mund spucken, sondern mein Auge pusten ja mach ich doch dann Dankeschön an beide, Marcel was wollten wir nochmal hier, Willi wollte was abgeben, ne? ja, Willi wollte irgendwas hier ja, was machen wir jetzt mit den Verbrecher? ja, wir ficken die wir ficken die okay wir machen das schön in Arizona manieren, wir schicken unsere Kühe los spät sie die machen die Vorarbeit ja mit den beiden Damen war ich geißeln die eine war frech zu mir, wollte mir immer aufs Maul hauen ja die mit dem roten wenn das die war ja 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 da äh Ronny ja ich soll die soll vom Ray nochmal entschuldigen ich hab keinen Schuss hallo hör mir doch zu der hat den gefunden ich soll dich nochmal soll dir nochmal Entschuldigung sagen und du kriegst beim nächsten Mal 30% beim Tune als Entschuldigung noch zusätzlich oh ja das hätte er auch auf unser Auto jetzt anwenden können ja das war ja jetzt bezahlt ich geh mich jetzt eh beim Hase Peter beschweren, dass wir so wenig Prozente bekommen ok und ich geh mal pinkeln er geht aber nicht dran ja was haben wir denn hier ja Willi wollte ihm das ja abgeben und lass mich raten die Actionfiguren sind schon alle rausverkauft ah ein Tisch ich frag den gut komm mit Twinkie ich hab dich geschoben hallo hi gibt es noch Actionfiguren, Chef? äh müsst ihr Jenna fragen die hat die letzten auf jeden Fall bekommen ok ich stell nicht drauf ne du bist doch ein reicher Mann Jenna gibt es noch Actionfiguren? äh eine hab ich noch ja warum seid ihr hinter der Theke? oh weil wir Jenna fragen sollen wir sind berechtigt ja eine hab ich noch verschenkst du die? nein geht hinten vor die Theke warum bist du so miese pepig du Arsch? boah ich bin riesengroß allgemein es ist angestellt nicht allgemein doch allgemein bist du angestellt? nein nein ich rede bist du angestellt dann ich ja bin ich will ich sehen ja ok pass auf aha ich bin nicht fertig ok das denk ich mir auch äh gut gut hier super ja das freut mich schön war schön gestern Aschloch äh und dann kommt halt vor jedem Kampf einmal dein Mitarbeiter ist doof du setzt doch mit Scholz drauf was soll das? ach ann aua Mann schubst mich nicht pinsel sorry haha schmeckt haha oh cock weg Boah, immer müssen wir auf Willi seinen krummen Geschäften warten. Wir haben noch eine Action-Fegel und die kriegen wir bestimmt nicht. Aber Dr. Pepper schmeckt irgendwie ganz komisch. Twinkie? Ja? Was sollen wir gleich machen? Hast du eine Idee? Oh, keine Ahnung, du. Wir können uns ja mal darum Gedanken machen, was wir für... Doch, ich... Boah. Was ist eine Nachricht noch? Ja. Was wir für ein Unternehmen gründen wollen. Ich gebe ihn dir mal wieder. Wow. Ein Bogenbeil. Ähm. Was soll ich direkt dir geben? Hm. Hm. Guck, du. Ja. Ich glaube aber, ich habe mich gleich schon in die Falle. Okay. Warum? Ja. Ja, oder? Ich gehe ein bisschen spielen. Mit meinen Tieren. Gehe ich mal gleich schon jagen, oder was? Nö, nö. War ich Angst? Spielst du das Rosti gespielt? Nö, auch nicht. Den Zoo? Ja. Weißt du, ich bin da an so einer Sache dran. Studierst du das Paarungsverhalten von Elefanten? Ich sag's dir, ich habe eine Liste gemacht. Mit was? Na, ich habe mir ein männliches und ein weibliches... Halt's mal, ich rede! Also, pass auf. Ich habe mir aufgeschrieben. Okay, wo ist denn der? Also... Hallo. Also, pass auf. Bei Tieren ist es mir ernst, okay? Ja, warte, warte, warte. Also, ich habe mir die Tiere gekauft und so. Habe mir aufgeschrieben die Namen. Vom Männchen und vom Weibchen. Und wenn die Kinder machen, und sobald die erwachsen sind, werden die sofort vertickt. Weg mit denen. Ja, die Kinder von den Tieren. Damit erst gar keine Inzucht möglich ist. Was spielst du denn da für ein Spiel, Alter? Na, ein Zoospiel. Du kannst doch nicht die Kinder verkaufen. Peanut? Ach, klar gar nicht. Äh, hat die Twinkie-Mong Zeit und Lust? Weiß nicht, Frank, wie du tanzt hier? Du tanzen? Bei einem Event? Bei einem Box-Event? Ach, nein. Du musst dich nicht ausziehen oder so? Du tanzt. Wie du, Schwart. Das weißt du heute schon, oder was? Ja. Ja, okay. Was vergeht man denn? Weiß ich nicht. Du musst dir den Cody fragen. Sag doch mal den Cody. Ja, willst du tanzen nicht, Twinkie? Ich glaube, ich habe heute Morgen Durchfall für eine gewisse Zeit. Okay. Oh, schau mal die Verfolgung. Kann man das? Boah. Also so ab, ich weiß nicht, halb elf oder so habe ich Durchfall. Wie, ab halb elf? Ich verstehe den Witz nicht. Doch, ich habe ihn jetzt vollstanden. Boah, was ist denn da draußen los? Ja. Entweder das oder einen. Aber dann werden die... Na ja, ist doch viel Frustrung, hatte der ja nicht, oder? Ich glaube, der eine war sogar mitten drin. Ja, die zockt Planet Zoo oder so irgendwas, Alter. Komisch. Wow. Wow. Jetzt habe ich es. Ich, ab halb elf hast du Durchfall. Oh. Boah, was soll ich sagen? Sag einfach nichts. Boah, was soll ich sagen? Der hat die Brille, guck mal. Guck mal, guck mal. Der hat die Brille. Boah, der sieht voll stark aus. Ist das dieser Curtis? Was? Wer ist da? Nein. Ist das dieser Curtis? Nein. Ah, Cody. Ah, Jiggy. Wir sollen nach einem suchen, der so eine Brille anlässt. Das ist der Jack. Ich habe OG Toasty echt seit zwei, drei Tagen nicht gesehen. Ey. OG Toasty, hast du gehört, Twinkie? Ist riesig Fan. Ja. Ja, habe ich schon, dass du mir erzählt hast. Ja. Oh, du bist so. Können wir deine Brille haben? Pass auf, ich habe gehört, du kennst OG Toasty? Ja, ja, ja. Kannst du mir ein Autogramm besorgen? Ich bin so ein Fan. Auf eine Karte, auf ein bestimmtes Kleidungsstück oder wo wir es drauf haben? Keine Ahnung, einfach nur ein Autogramm. Oh mein Gott. Ich glaube, auf deinen Körper wird es schwer. Ja, oh mein Gott. Und wenn es auf einer Sowjetunion ist. Ich will da hinten meditieren, okay? Ich frage sie, wenn ich sie sehe. Oh mein Gott. Also eigentlich hat die morgen Auftritt, aber wie gesagt, habe ich sie seit zwei, drei Tagen nicht gesehen. Habe ihren Manager auch nicht gesehen. Alle enttäuschen mich. Komm, wir schauen eine Brille rein. Die wird bestimmt kommen, die muss ja so beschäftigt sein. Chef Cody, der hat so eine Brille auf, wo du gesagt hast, dass wir so einen suchen. Ja, aber der ist das nicht. Das ist leider der Falsche. Wie, du willst mich verklopfen? Ja, mit einem viel zu großen T-Shirt. Aber ich will ein Autogramm, okay? Ich besorge dir eins, ja, ja. Geil. Auf Wiedersehen, wir flirten mit denen. Aber ich flirte nicht. Ach, guck mal, hier kommt doch durch den Dämon. Außerdem kann Auditorstiger nicht auftreten. Die ist doch irgendwo auf Welttournee oder nicht. Echt? Aber wenn die dafür zugesagt hat, dann hat die schon Zeit. Also, die hat geworben damit, ne, für das Event, so. Wir haben sogar einen Vertrag mit ihrem Manager. Eigentlich schon. Der ist unterschrieben, so. Und wo kommt die hin? Hinten in die Boxhalle. In die Hande. Mann, und ausgerechnet morgen habe ich Durchfall. Was ist denn jetzt? Das macht einer Tee? Jenna macht Tee. Jenna? Ich gehöre einfach in den Bett oder in die Hölle. Ich gehöre einfach in die Hölle. Jenna, nimm mal die Teekanne runter vom Herd. Ja, ist fertig, ist fertig. Aber Twinkie, dich kann doch morgen da vielleicht hingehen, dir ein Autogramm besorgen. Ich würde so das machen. Und es wäre ein Träumchen. Soll ich dir ein Autogramm holen? Ja, dann müsstest du aber zuschauen. Die können doch kaufen beim Gigi. Und ich weiß nicht, ob es da noch mal hier gibt. Das wird eng. Alles zusammen. Dann warte ich draußen auf die und empfieh die. Nein, 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 nein. Die steht unter meinem Schutz. Und wer bist du? Weißt du, wen ich heute schon gefickt habe? Ja? Von den Bissis. Die nimm auch ein Kaugummi von dir. Von den Bissis, meinst du? Von den Blauen? Weiß ich, ja. Die tragen glaube ich schon. Okay. Weißt du, mit wem Jogi eben da war? Nee. Wirst du klären? Okay. Mit wem denn? Nee, ist okay, wir vergessen das. Nee, sag mal, Bro, bitte. Sag mal. Bitte, ich könnte umnehmen und nicht. Nein, wir müssen das wissen. Sie waren das nicht. Okay, wo warst du das? Weil ich mit Jogi eben da war. Du? Bist du ja der große Oberchecker vom Neckar? Ich weiß nicht. Pass auf. Ich hab so ein beruhigendes Stimmchen. Ich hab so ein beruhigendes Stimmchen. Wie hat das gesagt? Onkel Dieter. Ja. Dieter Fischmann. Deswegen war ich da oben. Dieter Fischmann. Ja, aber was, wenn die gelogen haben? Nee, die waren nur zu zweit. Das waren ultra die Dullis. Die haben geredet wie, weiß ich, wie jeder Dulli. Also so wie wir. So, das hätten ja alle Zungpürsing drin. Ja, 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 ja. Also ist das keine Gang gewesen? Das finde ich ziemlich leidigend. Die hatten alle blaue Fahrzeuge, das ist Gang Gang. Okay. Aber das sind halt Frege. Ah, das ist cool. Aber wir werden jetzt gesucht und wir werden gemördert. Von wem denn? Oh, ich will die Geschichte nicht nochmal erzählen. Ja, aber auf jeden Fall nicht von den blauen. Nein, das war so ein Typ mit Schick. Der war Schick. Wer ist denn da? Hallo. Warum ist dein Bauch schwarz? Das ist der Manager von OG Toasty. Nein. Das stimmt nicht. Das war der andere. Scheiße, ich bin so schlecht im Namen und Gesicht. So ein abgebrannter Fucker, man sei so ein Gementer. Übrigens, um, nochmal zum Thema OG Toasty. Na, kriege ich eine... Können die mir eine Zahnbürste besorgen oder ein Kaugummi oder so? Ich kann mal fragen, ja. Ich brauche das für meinen Altar, okay? Ja, die hat mir eine OG Toasty für 20.000 Dollar. Soll ich irgendwie Klamotten von ihr für dich besorgen? Ja, ja. Was darfst du denn sagen? Egal, ob die gewaschen sind. Schlüppern, Schlüppern, Schlüppern. Was willst du mit einem Schlüppern? Alter, haben wir beide was sollen. Ja, okay. Ich bin Schlüppern. Wollen wir in die Wohnung einbrechen? Also ich weiß, wo die wohnt. Ihr wisst, wo die wohnt? Rein zufällig, ja. Rein zufällig, ja. Twinkie, beruhig dich. Oh mein Gott, Twinkie. Twinkie ist mega der Superfan. Du kannst an der Fußmatte riechen, wenn du willst. Atme. Ja. Ja. Bitte. Bitte, zeig mir, wo sie wohnt. Willst du Zähnabel von ihr? Bitte. Bitte, bitte, zeig mir, wo sie wohnt. Hey, was soll das? Ich glaube, es hakt hier. Wenn du gleich hier weiter rum haust, fliegst du hier raus. Er hat die Schuhe geknutscht. Er fliegt hier raus. Du, wenn du weiter hier so rum pöbelst und Leute schubst. Das ist meine Frau, ich darf die schubsen, du, pass her aus. Ja, aber nur bei dir zu Hause. Das hier ist mein Zuhause. Also, ich kenne vielleicht jemanden, der wissen wollen würde, wo sie wohnt. Die wohnt doch bestimmt in einem Weingutel. Nein. Nein, die ist super reich. Die wohnt hier vor. Guckst du immer aus dem Fenster? Er lügt. Guckst du aus dem Fenster? Ja. Siehst du das Haus? Nein. Nein. Das ist eine Schrift. Ich sehe eine Fensterscheibe. Das ist so warm. Hinter der Scheibe. Scheiplatten draußen an der Wand. Wo sind Scheiplatten? Und auf der anderen Seite des Hauses ist eine große Tür. Wenn du hier rumläufst, links und dann an der Wand hängen die goldenen Scheiplatten. Wenn du da wo in der LKWs stehen und dann rein hängen. Komm, ich zeige euch die. Komm, ich zeige euch die. Twinkie, die wollen uns ausrauben. Ich nehme die Pichol in die Hand. Ah, ja. Oh, nee, warte, das ist ja Junkie Park. Meinst du, das sind welche von denen? Wir beiden. Das sind welche vom Junkie Park. Ich kenne die. Könnt ihr mich abziehen? Ich lege eine Spur für die. Einen schwarzen Bauch. Oh, guck mal, da liegt ein Zerbürger. Oh, guck mal, da liegt ein Zerbürger. Das gibt's heute aber kein Abendbrot für dich, Twinkie. Einmal rumläufig. It's Mina-Time. Was war das? Was ist denn das für ein Kicker? Bäume. Joke, du meinst, ich wundere hier gar nichts mehr. Oh. Was hat er gesagt? Oh. Yo, Pac-Man, jetzt beruhig dich. Die war jetzt der Spur ab. Jui, 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 jui. Oh, oh, oh. Guck. Oh mein Gott. Das sind die beiden Schallplatten. Was haben wir denn da? Oh. Oh. Warum hängen die hier draußen? Ich habe ihre Schallplatten. Weil drinnen kein Platz mehr waren. Da sind zu viele. Das sind wirklich die Alben von Logitoastie, ne? Und zufällig wohnt die auch in dem Haus. Darf ich eins haben, bitte? Nein, 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 nein. Aber warum? Sie hat versucht, die mal abzumachen. Aber du kannst eine Tüte mit Fußnägel von ihr haben. Oh ja, gerne. Oh nee. Was wollt ihr meiner Frau hier andrehen, ihr kriminellen hier? Hier, komm mit, da hinten ist der Haus hier. Das war gutes Englisch. Da hinten ist der Haus hier. Wieso warst du schon mal hier? Ja. Für die habe ich schon Bilder gemalt. Für die vom... vom... Für die hast du Bilder gemalt? Danke, die hat Kaschenborn. Guck mal davor, da sind alles Pennerzellte. Oh, hier habe ich schon viel Zeit verbracht, oh. Ich will da rein. Willst du da rein? Ja. Willst du mal am Sitz riechen, sagst du? Ja, nein, nur mal die vier auf. Ja, dann setz dich rein. Warte, von wem ist das Auto? Das ist von wem. Also von ihr und ihrem Freund. Soll ich ein Foto machen? Hey, mach die Dings weg. Soll ich ein Foto machen? Weg vom Koffer raus. Ich habe nur geguckt. Ja, ja, ja. Ist das wirklich... Oh, die Toasties Auto? Die Auto, die hat ein Freund. Und wie riecht das jetzt? Oh mein Gott, das ist der Wagen von ihrem Chauffeur. Ihr müsst verstehen, sie ist echt große Zellen. Ich merke das schon. Sie kauft doch immer Merchandise und ihr. Kann ich den Sitz haben? Obwohl sie nicht reinpasst. Manchmal badet ihr auch in den Brunnen da vorne. Darf ich den Sitz haben? Ich zahle alles. Wir haben kein Geld dafür. Oh Mann. Was macht ihr mit meiner Frau, Jungs? Oh mein Gott. Deckung, die Welle kommt. Boah, das hat gesplasht, Junge. Wie auf dem Festival. Schau mich an, Speckbillchen. Ich bin Hutschi Toasty. Ich bade. Da liegt sogar ihr Seestern. Ach, was macht der denn schon wieder hier draußen? Hat die Vergessenheit wieder mit reinzunehmen, ja? Nein, ich bin Hutschi Toasty. Du darfst nicht mein sein. Ich dachte, wer ist denn der Freund von der? Das ist dieser Curtis. Curtis Kurt. Ja, ja, ja. Nee, den mach ich nicht. Ich weiß alles von hier. Ich weiß ja alles. Der Klaus Sonnenbrin, hat der Chef Cody gesagt. Wo wohnt sie? Wo wohnt sie? Hier vorne, die blaue Tür. Du bleibst hier. Geh da nicht hin. Hast du schon mal was vom Privatververt? Guck ihn dir an, der sieht Goofy aus. Ja, 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 ja. Das sind Stars. Stars haben wir. Ja, aber nicht, dass die Security kommt. Ich bin die Security. Pass auf, ihr habt ein Dachhund. Die rammt die Tür ein. Ja, ich glaub auch. Goofy, doofy. Die ist doch bestimmt nicht zu Hause. Um die Zeit sind die immer im Keller. Und die Toastie. Keiner weiß, was die da unten machen. Twinkie, du bist so aufdringlich. Du hast schon an ihrem Sitz gerochen. Das ist doch gut. Ich dachte, du den Wachhund wach machst. Hallo, ich will sie sehen. Du durftest dann ihren Sitz riechen. Ja. Dankeschön. Wer ist das jetzt? Hallo. Das ist ihr Manager. Das ist der Manager. Wie, wer bist du denn? Wird's euch den Fresser holen? Das ist der Manager. Du bist der Manager von... Toastie. Ja, ja, ja. Toastie. Ja, frisch aus Hogwarts. Hier, hier, so sieht's aus, Mann. Du hast einen echten Star-Antik. Right aus dem Zauberer, Bitch. Hey, Chicky. Ja, komm schon mal gut, ja. Dann ist der nächste Auftritt von OG Toastie. Morgen. Gibt's auch ein Fantreffen? Kann man einrichten vielleicht? Oh, ich muss sie sehen. Wie stecht das noch an? Nach dem Konzert gibt OG Toastie bestimmt ein paar Autogramme. Wie teuer ist das ein Autogramm? Natürlich gratis für ihre treuesten Fans. Ich bin ein sehr treuer Fan, aber morgen hab ich Durchwahl. Ja, Pinky hat auch ihr Badewasser gekauft. Echt? Und getrunken. Ich habe alles von mir. Meinst du das für 69,99? Ja. Von meinem Geld bezahlt. Ich will auch eine Zahnbürste, wenn möglich, oder ein Kaugummi. Ein Kaugummi? Ich nehm auch Klopapier, ich nehm alles. Sie ist echt ein richtiger Ultra. Die OG Toastie Ultra. Das ist also eine OG Toastie Ultra. Hast du auch ein Fantatto? Ja klar, guck doch mal auf ihr Arm. Ich will mir Autogramm-Tattoir lassen. Was steht da? 7,1,0? Ich bin mir ziemlich sicher, dass OG Toastie mal zu mir gesagt hat, wenn sie sich mit einem fernenden Gesicht von ihr tätowieren lässt, verbringt die den ganzen Tag mit ihr. Das kannst du vergessen, Twinkie. Oh, warum denn nicht? Du kannst sie nicht ins Gesicht tätowieren lassen. Aber du bist nicht so schön wie sie. Hat OG Toasties im Gesicht Tätowst? Nein. Nee, aber die war halt so. Hat die wohl, du bist gar nicht ihr Manager. Betrüger. Ich habe sie nur geschminkt gesehen bis jetzt, okay? Lieber Schmink-Tattoos für die Bühne. Ich habe dich im Blickwinkel, mein Freund. Ich habe sogar eine unterschriebene Serviette von OG Toastie. Oh, darf ich sehen? Du darfst es sehen, aber nicht haben, okay? Das ist der Vertrag. Ja, das ist der Vertrag. Welcher Vertrag? Ja, von OG Toastie und mir. Managa-Vertrag. Auf einer Serviette. Ja, na klar, ich bin professioneller Managa. Ach ja? Hm, mach mal das in den Pilzen. Warte, wie professionell bist du? Mach mal Brrrr. Ich bin Schichtern. Okay. Was ist denn Brrrr? Ist das ein neues Album? Nicht Brrrr. Zeig mal, Jack. Brrrr. Das ist ein working-title. Brrrr. Dann kommt mir ein neues Album. Ihr neues Album ist in der Mache. Das kommt bald. Stay tuned, man. Kann man schon wissen, welche Features drauf sind? Das verrate ich mir nicht. Little Pips? Der hat gespoilert. Der ist doch tot. Der ist tot. Der Pips wird doch angeschossen. Young Dagger Dick ist auch mit drauf. Und Diggenseck. Boah, Diggenseck. Der schwedische Rapper Diggenseck. Okay, hier ist die Serviette. Ich habe die Einfülle, damit die nicht kaputt geht. Wow. Das ist hier. Nein, Twinkie, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm, Twinkie. Ach, Mann. Du hättest was. Du hättest beenden sollen. Du leckst die Folie. Ich krieg das wieder her. Ah, du leckst das wieder her. Ah, du leckst das wieder her. Du leckst das wieder her. Du hättest beenden sollen. Du hast die Folie abgeleckt. Darf ich sie noch einmal halten? Nein. Nein, ich behalte die jetzt. Ich wünsche nicht mehr sie. Ich wünsche nicht mehr sie. Oh, Scheiß. Die wird hier jetzt Kerzen aufstellen und so, ne? Ist okay, weiß Bescheid. Hey. Hey, die ist verrückt. Lau, Küffi. Verdammt, Scheiße. Bleib unterwegs. Ich will sie haben. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die kann nichts aufhalten. Das ist das erste Mal, dass dem Typ eine Frau hinterher rinnt. Das hast du meine Frau gemacht. Oh Gott. Die ist hingefallen. Was heißt hingefallen, du Idiot? Ist doch dasselbe oder nicht? Ich brauche ein Autogramm. Ich besorge dir ein Autogramm von der. Ja, okay. Ja. Ich wäre wirklich ewig gelaufen. Kann man das einrichten, dass ich ein Autogramm von der bekomme? Na klar. Bist du denn morgen da? Ja, aber ich habe kein Ticket. Die sind alle ausverkauft. Du hast kein Ticket. Warte, ich kläre was für die größten Fans von Autotosti. Wo ist der Cody? Keine Ahnung. Ich zahle dir das. Ich zahle dir alles. Das kostet bestimmt hunderttausende Dollar. Ich gebe dir hunderttausend. Nein, wir geben nicht so viel Geld aus dem Ticket. Für fünf Dollar besorge ich euch zwei Tickets. Für was? Fünf Dollar? Ja, fünf Dollar. Okay. Habe ich. Voll lieber den Tisch gezogen, die Penner. Äh, was? Gehe ich schon ein Ticket holen, meine ich? Ja, warte, die fünf Dollar. Ja, okay. Ich besorge den Autogramm. Ja, ich muss das haben. Oh mein Gott. Dafür bist du nett zu mir, okay? Ja. Und ich bekomme mein Geld wieder. Ja. Ja, ich habe dir doch gesagt, du kannst das haben. Nein, verhalte du das. Ich bin spielsüchtig. Ich gehe wieder zum Bishop, ich sage es dir. Ich kann da nichts gegen tun. OG Toast, die Speckbäckchen. OG Toast. Und wo hat die den Auftritt? Na, beim Boxkampf. Komm, fragen mal. Ja. Aber. Aber. Und wo hat der OG Toast den Auftritt morgen? Äh, hinten in der Halle. Komm mit, zeig euch. Nee, da waren wir schon mit Chef Code in der Zeit. Oh ja. Ja, ja, in der Halle. Okay. Aber ihr braucht halt Tickets dafür, ne? Ja, dieser Typ hat gerade gesagt, der besorgt uns zwei Tickets für fünf Dollar. Was? Welcher Typ? Ja, der gerade da stand, der Mannager. Okay. Ich habe Schlüsse. Kommt einfach. Sag einfach Bescheid. Der Mannager regelt easy. Kann ich auch im John schreien? Darf mein Bestes davon Pinsel auch mit und Willi? Also ihr beide, ne? Du kannst du mein Ticket haben. Ja, ich bin eh drin. Achso, du hast dein Ticket? Nee, ich mache den Ansager. Ah. Dann brauche ich nur ein Ticket für meinen Pinsel. Na, warte. Wenn sie durchfahren, nehme ich hier's. Genau. Wir beholen doch jetzt. Wir besorgen sogar Tickets. Ja. Oh, ich muss trinken. Also wollt ihr Tickets kaufen? Ja, dieser Mannager besorgt ein Ticket. Wo geht die hin? Pinker. Der kann, der hat damit nichts zu tun mit den Tickets. Wie toll ist ein Ticket? Du bist zu jiggy. Ich glaube, ein Ticket kostet, ich glaube, ein Ticket kostet tausend. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn, wenn diese OG-Turse hier wohnt, hat die eine Toilette hier benutzt. Klar, zeig ich dir. Ja, gebe mit dem Herrn mit. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Hier, hier. Du hast da gar nichts mit zu tun, hat der Mann gesagt. Wie, wer hat das gesagt? Mit dem Ticket, der mit dem, da mit dem Tischhund. Ja, hab ich auch nicht, aber ich hab trotzdem geklärt, dass du ein Ticket kriegst, deswegen musst du jetzt mitkommen. Wir dürfen aber umsonst rein. Der Typ hat zu mir gesagt... Ich komm sofort wieder. Okay. Der packt mein Tötchen an. Okay, auf eigene Gefahr. Hallo? Ja, ich nehme es. Was nimmst du? Ja, das OG Toast, die ist Toilette. Ist das ihr Fuß? Oh, das stinkt hier drin. Ja, die hat nicht abgezogen, glaube ich. Warum solltet ihr hier auf Toilette gehen, wenn die drinnen auch bestimmt eine hat? Die geht immer hier. Ach, die macht rum. Dankeschön, du hast meine Frau geklaut. Arsch. Bah. Ähm, Olaf, dankeschön für den Gifte-Zarb. Und Ghost Leader. Und Ghost Leader hat sich nicht bedankt. Und Real Danker, dankeschön für den Prime 16. Und sind mir dankeschön für den Gifte-Zarb im 44. Mann, dann muss ich ja morgen mit Peanut rein, Alter. Was, wenn die Klamotten kommen? Ja, macht die ja glatt. Ich halte Mude. Ja, ich habe strammen Nacken, Oma. Hey, aber nichts klauen, ja. Die Zeit geht so schnell um auf Peanut, das ist unfassbar, Alter. Es sind schon 11 Uhr. Ja, ich guck mal, Alex. Achso, sonst hätte ich gesagt, wir rennen jetzt einfach beide. Also auf wen sind die, auf Dings, wie, von wem, äh, eure Namen? Pinsel und Peanut. Okay, PP. Pipi. Pipi, Alex. Auch schon die ganze Zeit Pipi. Da vorne sind Toiletten. Okay, wir können mit dir zurücktauschen. Hey, aber fast, gib dem Pinsel seinen Ring zurück, du Arsch. Ich durfte den ummachen. Ja, ich habe Pfand gekriegt. Ja. Dankeschön, Ghostly, dass du dich bedankst. Dann musst du den Pfand zurückgeben und dann kriegst du die Kette wieder. Nee, ich vertraue nicht. Gib den her, wir haben das besorgt für eine Party. Okay, gib dem die Kette. Du Arsch, jetzt haue ich dir deine Timberlands in den Ohren. Hey, 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 sei nicht so frech. Du kannst doch keine Tickets. Ich trete dir gegen Schienbein, okay? Du kannst, hast nichts zu melden, du auch. Red nicht so mit dem Manager von OG Tosi, sonst gibt es keinen Unterschied. Ich glaube dir erst, dass du der Manager bist, wenn du mir... Erzähl du mal deiner Frau, dass du keine Unterschritte für dir kriegst. Was schiebst du mich so rum, du? Hier. Ich habe mich gespült, damit sie an mich denkt. Du bist ganz schön verrückt, Twinkie. Wo ist die Riechen? Ich besorg dir morgen Autogrammkarte. Vielleicht kann ich sogar ein Bild mit dir machen, dass die unterschreibt. Hab die Tickets? Am besten bist du denn nicht zu den Manager bei Ten, dass das auch funktioniert. Warte mal, ich sag... Ich hab dir auch schon leichtes Suchen in den Ohren. Ich hab irgendwie Bock, Fleisch zu essen. Fleisch? Ich schub dich gleich. Ja, Pinsel gehen wir morgen dann auch dahin. Ja, wann ist das? Weiß ich nicht. 1, 20 Uhr. Gibt es da schon einen Flyer für? Ja. Nein. Bei YouLive? YouLive, ja. Sag mal, ich... Ich hab schon auf. Ist sie toast? Ist das ein Kerl? Nein. Nein. Das ist so eine Frau. Oh mein Gott. Wie sieht die aus? Sie hat grüne Haare. Grüne Haare. Wie die krasseste Gangster-Rapperin, die du dir vorstellen kannst. Ja, oh mein Gott. Sie ist so ein Star. Oh mein Gott. Ah nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Das ist um 23 Uhr. 23 Uhr? Ja, nachdem... Genau, weil Cody um 21 Uhr aufmacht. Bis 23 Uhr und danach ist es Boxen. Boxen. Weil in der Boxhalle wird immer rumgeschrien und dann ist das... Dann heilt das bis Cody rüber. Und was ist, wenn die Gangster kommen, die uns umbringen wollen? Das ist unser Park, da kommt keiner. Ja, das stimmt. Ach, das ist jetzt euer Park. Ja, was geht denn noch euch alles hier? Nur der Park. Du musst dir das so vorstellen. Hast du irgendwo Stress? In den Park hier ist Hole-Zone. Hole-Zone? Hole. Kennst du nicht vom Fang? Nee. Was ist Hole-Zone? Ja, da sind alle Hole hier. Hole. Da bist du sicher. Safe-Zone. Hole-Zone. Das ist eine Safe-Zone hier. Ach. Die G-Saut. Was ist eine Hole-Zone, du? Kennst du nicht Hole? Nee. Wenn du beim Verstecken, dann läufst du... Ich kenne Hole-In-One. Von Tiger Woods. Nein. Hole? Hole. Was ist eine Hole? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Du läufst, du versteckst dich, weil ich ein Versteck fange, und dann läufst du zu dieser Zone, und dann sagst du Hole, weil du in der Hole-Zone bist. Hole-Zone. Spielt noch Verstecken und vollkindlich. Oh. Ja, wir spielen Verstecken und vollkindlich. Mein Gehörn. Was hast du schon mit der Pinsen? Er lernt doch zu, dass er anstrebt. Klar, der lernt doch langsam in HDD. Boah. Sollen wir ein paar Regeln. Doch. Und Willi, du machst morgen, wa? Ich hätte nie gedacht, dass ich im Junkie-Park im Kreis stehe. Äh, Ansager. Wer macht unsere Ansage? Moderator. Ladies and... Und welche Boxkämpfer... Kommt der Klitschko auch? Ja, der kommt nicht, dass es eine Fallobsbox hat. Das heißt, du lernst auch? Mann, da alle lernen OG Toastik genauso, ich. Ja, dann tu dir ein Dings, den Popo. Einen Sektkorken. Also, Peanut. Peanut. Ich kann dich ja nie mal vergraffe. Bist du sicher, dass ich dir jetzt ein Ticket holen soll? Ja, ich muss nur das Autogramm besorgen. Okay. Also muss ich ja dahin, gezwungenermaßen. Ich kann ja auch eins besorgen. Ach, komm, dann denk dir da nicht dran. Und dann kann ich mir das wieder anhören von der Twinkie. Ich denk da dran. Dann muss ich ihr wieder mein Geld abgeben. Dann darf ich mein Auto wieder nicht lackieren. Dann hält die wenigste Schniss, wenn ich der das besorge. Ich komm's selber holen. Jut. Außerdem lande ich dann auch mal auf dem Foto, was da aufgehangen wird, bei diesem Altar von OG Toastik bei uns zu Hause. Hey, wo soll das? Ja, nix. Der ist super schön. Da sind so ungefähr 45 Kerzen, die brennen jeden Abend. Ja, wenn du dich irgendwie in 5 Minuten rumentscheiden solltest, sagst du mir Bescheid. Na, wie teuer ist so ein Ticket denn? 2000, ich besorge euch die. Okay, Twinkie zahlt. Für Pinsen nicht. Nee, kostet nix. Alles gut. Die kostet nix. Kostet nix. Er kriegt deine Nase schon geil. Und dann kostet nix. Ich hatte eine Erdnuss im Nase. Oh. Erdnuss. Und dafür kostet das Autogramm dann wieder 100.000 Millionen. Gar nix. Notfalls kann ich dann besorgen. Wenn dann die ist, die ich denke, dann ist ein bisschen Freunde. Du kennst OG Toastik. Ich weiß nicht. Du sagst grüne Haare. Ja, 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 ja. Ist das Lina? Ja. Hast du, wer? Warte, mach. Wer ist denn Lina? Ich habe sogar die Nummer. Okay, dann ist es falsch. Okay, warte. Ich habe doch die Eventliste. Nimm mit, warte. Nimm mit Nummer. Ich habe... Ah. Ah. 3, 5, 1, 5, 8, 10, 9. 3, 5, 1, 5, 8, 10, 9. Ja, ist richtig. Ich verstehe. Ist das, ist das die? Mina. Ja. Die habe ich gemalt. Das war eine Giraffe. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Kann ich ihre Nummer haben, bitte? Äh. Das bringt nichts, wenn sie... Warum bringt das nichts? Erklär mir das. Sie geht nicht... Sie geht nicht bei Fremden ran. Ich, ich kenne die. Äh, ich habe die Nummer auch. Ich kenne die von hier. Ja, ja, alle kennen wieder einen Superstar, ne? Außer wir. Ja. Ja. Also, ich kenne die, weil ich soll für die malen. Ja, eine Rechnung, ne? Wo ist die Rechnung eigentlich? Du bist der Künstler von OG Toasty. Kannst du auch für mich malen? Hast du die Rechnung gemalt? Kannst du auch Twinkie auf die Graffe malen? Ohne, dass die durchhängt? Andersrum ist es besser, oder? Also, ich habe erstens einen Kassenmong für euch gemalt. Und ich habe OG Toasty. Das habt ihr noch nicht gesehen. Äh, dann darf ich ja besser nicht... Dann sage ich jetzt besser nichts, Männer. Was denn? Ja, ich kenne die auch und die nennt mich immer Opa. Ja, ich... 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 Was ist mit der Verwandt jetzt? Ihr seid fast eine Person jetzt. Du bist mein Opa jetzt. Ja, danke, mein Kind. Hier, da ist der Kassenmong. Sehen Sie mal her. Keine Ursache. Wissen Sie noch das Bild der von der Graffe von ihr? Ich kennst du euch immer. Sagst du gerade drüber? Das Bild von der Graffe. Gewalt, ihre Bilder. Das Bild von der Graffe hat die doch bestimmt in ihrer Wohnung hängen. Hä? Der... Der Bon ist richtig gut. Ja, ich find den krass. Für Einkauf. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oh, die... Die hat... Lina hat mir so gesagt... Ja, du hast ein paar Rechtschreibfehler drin, aber du bist ein Rechtschreibfehler. Ja, gut. Das nicht. Der Junkie-Park wird jetzt umbenannt. Du hast eine Postleitzahl. Gut, gut, gut. Ja. Cool, cool, cool. Wo hast du die Telefonnummer? Oh, das ist die Nummer von Oji Tosi. Und du schreibst einfach die Nummer da drauf? Gib mir den Bon. Nein, 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 nein. Ich will den Bon haben. Will ich nochmal kurz sehen, bitte. Die rennt, ich sag's dir. Ja, ja, ich befürchte auch. Aber Pinsel kann doch für dich auch ein Bild malen. Dann hast du ein Original-Pinsel-Bild. Wird sie vielleicht dich auf einer Giraffe zufälligerweise schreitzt mit grünen Punkten? Ja, hier, da ist der Bon. Und schwer in der Hand. Oh mein Gott, ich hab den Bon. Und damit auch ihre Nummer. Ich zahl das nicht, ne? Wo rennt die jetzt schon wieder hin? Das ist nur ein Kassenbon. Komm, ein Auto. Boom. Das wär traurig. Hey, du Arsch. Ja. Aber die hat nicht geguckt. Womit ist die weggerannt? Kassenbon. Von? Von den. Von den. Die guckt sich den an. Der ist gut. Willi? Ja? Ja, ich will aufsehen. Warten. Ja, muss man warten, bis sie wiederkommt. Ich hab nur ein Nummer. Ja, ja, ich sag ja. Du hast keine Sicherheitskopie von dem Bon. Ich hab ihn gemacht. Aus dem Weg, geringverdiener. Du darfst ihn nicht klauen. Ich hab nur noch aufgeschrieben. Das ist so weird, seinen eigenen Charakter zu Fanboy. Tinkerpätschen ist die Gang. Tinkerpätschen für alle. Von verschiedenen Nummern. Verschiedene Nummern? ich brauche alle verkauft die zufällig im wandel ach das ist doch wieder ein betrüger sehr ähnlich dem jamash barbo so können wir abhauen ich hab kein bocker um zu stehen ja hau ab also 23 Uhr wir haben tickets ne ja dann muss man die bezahlen gar nicht gar nicht bezahlt okay dann bis morgen gute nacht zusammen lass uns nicht anquatschen cooler spruch die halt die schnur los geht's du bist ja müde vom kreis rp alter eigentlich wollte ich ja gar keine p machen im ding hier ich bin vielleicht kriegst du doch kein durchfall oder spürst du schon blubbern ich weiß es war morgen hatte ich vor ja ich hatte vor ein döner zu essen und davon krieg ich immer durchfall und die döner ist wichtiger als auch die toasty das ist super wichtig jetzt hab ich auch hunger auf den döner ja morgen gibt es welchen ja aber ich muss doch hier ich will keinen durchfall haben ich hätte nicht gedacht dass will die und pinsel mit einem super star befreundet ich wusste nicht mal das ist so unswer ich hab mit dir gar nicht viel zu tun ich hab mit dir gar nicht viel zu tun ich hab mit dir gefragt ob ich die mal auf ne graffe also hast du die toasty auf ne graffe vielleicht wird das ja das neue album cover ich brauch das bild hast du das noch ja aber kannst du mir ne kopie machen ja klar vielleicht ist das das neue album cover ich hab das bild zu hause liegen und du musst mir das unbedingt kopieren ja hast du keinen so einen vertrag unterschrieben dass du dir das nicht rausgehen darf vielleicht ist es echt das neue album cover ja ist doch egal hat sich nicht gehabt wenn der nichts unterschrieben hat ich brauch das bild wo fahren wir hin ja keine ahnung ich will doch nach hause wer will nach hause ich muss doch Zubilder mal ach so ich muss doch Zubilder mal jetzt wirklich tut es einfach weh immer verlässt für mich jung ach komm ich muss mich um die tiere kümmern ja ihr müsst auf euch aufpassen stimmt jetzt haben wir ein auto in farbe keine macht nichts an oh oh was ist denn hast du ICQ nachricht bekommen ha 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 nein ich weiß bin mir gerade unsicher ob ich das bild noch habe weil ich werde die bestimmt heute noch 100 mal anrufen das ist nicht gut Twinkie aber warum nicht dann bist du ein stalker ja und dann mag die dich nicht ja und dann mag die dich nicht hast du vielleicht noch das bild äh nein du fährst richtig ich glaube nicht wie war so als habe ich eine ssd tablette gefressen und dann weiß ich schon was damit passiert ist Warum? Ich hab mich von dem Sao gepikst aus dem Weg. Alter, das ist dumm. Oh, da ist die Räuberhöhle. Da links ist die Räuberhöhle. Ich kann sie riechen. Oh, sei bloß vorsichtig hier. Warum? Ja, hier hat er doch uns angesprochen. Oh, so stimmt. Geht jetzt nur die Twink ins Bett? Na, ich bleib nur wach. Du musst das Auto noch abhunden und das Auto zurückkriegen. Okay, ich glaube, ich bleib auch direkt da. Geh ins Bett. Okay, Pinsel, du gehst bestimmt auch, ne? Ja. Ja, weil sie alle mich allein lassen. Die Pinsel bleibt bei dir. Ja. Also, gib mal ein Stück. Ja. 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 Boah. Boah. Also, wer geht jetzt am Schlafen? Ja, ich schwöre auch in eine Fett hier. Auf den Schlüssel noch. Ja, um den Bild hier. Oh. Also. Weil das mit dem Baggerschlüssel, soll ich den erstmal behalten? Ja, behalte es mal. Okay. Den anderen Bagger auch noch hier hin holen, oder? Nein, das reicht doch, oder? Boah, hast du viele Erdnuss in mir also? Ja. Ja. Du kümmerst dich um die schweren Maschinen, außer um mein Dörtchen. Oh. So machen wir es. So, bitte. Nein, das ist ein Würfel. Oh, oh, mein Gott. Mann. Ich hatte den nur gerade in den Haaren. Oh. Oh. Gemittelsch. Den Würfel wieder. Hab dich lieb, Peanut. Sehr. Echt auch, Opa, wirklich. So. Ah. Danke. Ja. Hab dich auch sehr lieb. Hallo, Köln. Ja, ich dich auch, Opa. Sagt sie das auch? Sagt sie das auch? Ja. Oh, mein Gott. Ja. Also. Ja. Gute Nacht, Opa. Ich gucke, dass ich was... Ich mache eine Überraschung morgen. Du kriegst was Besonderes dann. Vielleicht kriegst du ein Arschhaar von dir. Ach ne, die ist ja tot. Ich nehme alles. Ronny? Alles. Ja? Gute Nacht. Wirklich alles. Du diebische Älster. Gib mir deinen Vogel mit, vielleicht unterschreibt die den. Was für ein Vogel? Mein Vogel? Oh, warte. Twinkie hat doch einen Mini-Papagei. Ehrlich? Ja, einen Kleinmachsee-Papagei. Oh, oh. Boah, darfst du einmal reintreten? Ne. Guck, sie holt nicht. Ach du Scheiße. Oh, Ronny, guck nicht hin. Schnell. Einmal drücken. Oh, es hat wieder Licht. Alles klar. Okay. Ja. Ihr wird schön. Setz dir den auf die Schulter. Du verschst mit dem Vogel. Ja, ich dachte, unterschreiben. Ja, ich nehme den morgen mit. Nimm den hier. Nimm den. Nimm den hier. Oh, ja. Oh, nein. Lass mich. Ich geh kaputt. Oh, Gott. Ich wusste gar nicht. Schmeiß den morgen den Koffer rum. Okay, Speckbäckchen. Ja, bis nachher. Schöne Autop und so. Ja, gar mehr. Gott. Oh, war das jetzt? Das gibt heute Abend richtig geile Pommes. Bis nachher. Ja, gute Nacht. Kannst du dich drauf schlafen? Nee, ich hab dich schon abgewiesen. Tschö, zusammen. Tschö, Willi. Weißt du, was wir jetzt machen? Weiß. Was haben? Zeigst du mir jetzt, wo mein Auto knackt. Was? Ich bin hier schon mit einem Fuß im Knast. Oh, okay. Zeig mir dein Auto knacken. Alles klar. Okay. Und wo wollen wir das machen? Ja, du bist der Profi. Keine Ahnung. Hm. Dort, wo höchstwahrscheinlich was offen ist, aber gefährlich. Wo? Bei den Gangsters. Okay, wo? Ähm. Also, wo ich oft Glück habe, ist... Hm. Fahr mal hier hin. Okay. Den Rest müssen wir laufen. Okay. Aber ich bin nicht gut da drin, ne? Oh, oh. Im Laufen? Oh, oh. Oh. Ich hab richtig Paranoia. Bei jedem schwarzen Auto. Aber du darfst es nicht Twinkie verwalten. Was? Warum soll ich? Die könnte dann nie raus. Oh mein Gott. Oh. 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 Ja, hab ich mir fast gedacht. Wieder Party und ein kleiner Kick was mit. Pinsel? Pinsel? Oh mein Gott. Wo ist dich? War nur Scherz. Fahr weiter. Du Arschloch. Was ist mir los? Viel Polizei unterwegs. Du bist so ein Veräppler, ne? Warum? Ich dachte, dir geht's nicht gut. Ja, war doch gut, oder? Haha. 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 Das schmeckt aber gut. Haha. Aber nur... Mhm. Was ist... Was ist dein Ausbilder? Wenn du... Wenn du erwischt wärst. Spontan. Okay. Okay. Du musst kreativ und spontan sein. Meiz. Dankeschön für den Re-Sub im 5. Monat Stufe 2. Danke. Zauberer. Das ist immer unterschiedlich. Hm. Okay. Hast du so Dietrich hierbei? Ja. Verlügst du? Haha. Nein. Manche gehen laufen. Die tun aber unsere Sachen versteckt im Auto hier, ne? Welche? Ja, Pistole und so. Heißt, dass durch Simon kommt. Der Sheriff. Okay. Gute Idee. Ja. Siehst du stecken mit? Spitzhacker. Gold können wir mitnehmen. 500 Dollar. Aua. Und? Ich hole weg. Hast du dein Geld weggemacht? Ja. Falls wer kommt. und uns überrauben will. Gute Idee. So. Du musst... Ich kenn mich quasi nicht damit aus. Du musst mir alles reinbringen. Gut. Okay. Abschließend. Okay, wo fangen wir an? Wir brauchen ein Testobjekt. Was mit dem Auto? Wunscherisch? Ja. Ja. Nein, warte. Das gehört nicht uns. Wenn du es kaputt machst, gehen wir Ärger. Oh. Bitte. Wir suchen uns eins. Hm. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast, Pinsel. Ähm. Ja. Wo gehst du hin? Du scheinst so, als hättest du keine Ahnung, wo du hinlaufen sollst. Ja, ich will da rüber. Willst du nicht lieber dein Ding ausziehen? Deinen Glühbirnenhals und so? Und das Auferstecken? Und deine Schuhe? Ja. Ja? Richtig. Hehehe. Hast auf! Ja, du leuchtest nämlich im dunkeln. Und die Schuhe? Du tust deinen Schuhe auch besser weg. Mames Barfuß. Ja, dann bist du eh leise. Okay. Wohin? Gut. Wir gehen jetzt zu dem Auto? Der Welten moves? Ich sehe keinen. Da müssen wir... Mann. Wie weit weg ist das? Da vorne ist der Mensch auf dem Parkplatz. Dann los. Dann können wir joggen. Danke, endlich wollte ich dir sagen. Boah. Und du musst am besten, kannst du bei einer Autos gucken, ob der Knopf oben ist. Okay. Also brechen wir gar nichts auf. Du musst gucken, manche haben Knöpfe. Da kannst du einfach einen Knopf sehen. Und wir gehen jetzt einfach dahin und gucken, ob die Knöpfe oben sind. Ja. Oh, da kommt eine Mauer. Okay. Aber hier muss man schon auf... Ich guck da auch bei dem. Das ist ein Tuner-Auto. Ah, den Knopf unten. Auch Knopf unten. Oder du guckst einfach direkt. Oh, jubel du. Auch Knopf. Alle Knopf unten. Wo? Du. Was? Du musst ein bisschen laut reden. Was? Du kannst schon... Gucken. Lass doch Tele... Lass doch wie walkie-talkie ein Telefon. Ja, okay. Zicke. Du bist eine Zicke, du Arschloch. Hallo? Ja. Wie walkie-talkie. Ja. Du guckst doch in den großen Wagen. Klar. Kannst auch. Oh, das ist von den Grove. Was? Das ist von den Grove-Schein. Gangsters. Ja. Ja. Da musst du jetzt Kuhl vorregen. Ich gucke aber knapp auf, nicht? Dann siehst du... Aha, ist unten. Dann gehst du Kuhl weiter. Okay. Hier vorne ist ein schwarzes Auto. Wait, ich guck auf die Luft rein. You wanna see my underwear? No, Patrick. Okay, ist krank. Doch, da ist jemand. Oh. Guck mal zum Beispiel hier geradeaus. Ja, okay. Ich hier keinen. Der Ding ist noch unten. Hm. Und jetzt? Jetzt gehen wir jetzt für die Gangsters. Also hier die Straße runter? Nee. Ich hab mehr Folge da oben. Okay. Aber erst... Aber erst... Wir dürfen nicht reingeln. Sind wir auffällig. Dann wollen wir uns sagen, wir machen Sport. Und schon. Okay. Ja. Da ist... Erst laufen wir durch. Da. Dann... Keiner da ist. Ja. Wenn einer da ist, müssen wir sagen, wir brauchen Hilfe. Woran merkt man, ob bei uns zu Hause ist, oder nicht? Die rufen, hallo, was machst du für unsere Hunde? Ja, die stehen eigentlich immer hier. Ich jetzt niemanden. Die wohnen hier. Okay, ich geh zur Straße unten. Ich sag mal hallo. Okay. Hallo? Beuigung? Jemand da? Hallo? Hm. Sieht aus, als ist keiner da. Okay. Alles abgeschlossen. Du hast gesagt, du hast Dietrich hier bei, du Lügner. Aber ich. Dann knack doch mal so ein Auto. Okay. Ich weiß das, Schatz. Sie haben alle einen Knopf unten. Das, aber du bist ein paar Plätze. Boah. Oh, der ist sauergeschlossen. Hat zwar kein Verdeck, aber ich komm nicht rein. Also, ich weiß nicht. Also, da haben wir gerade Pech. Auch Knopf unten. Mann! Das ist Kacke hier. Du hast verlogen, Pinsel. Nein. Wow, das ist cool. Ist es auf? Nein. Ja, was soll ich sagen? So funktioniert das Bisschen. Ist aber anstrengend das Bisschen auch so. Ja. Aber so nicht anders geht das. Alles abgeschlossen. Wer ist denn auch so doof und lässt dein Auto nicht umzugehen? Oh, du hast schon meinen Schnormer weh gesehen. Ja. Nein, 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 nein. Aber sie sind alle so. Und Stufe 3 sogar. Danke. Oh, 13 Schuhe, seid vorbei. Oh, oh, oh. 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 Ech, wusste. Ach, wir haben da nichts gemacht. ja aber dann warum wieso lange schon seit heute was habt ihr angestellt was machen sie denn hier ist es gefährlich ja also ich habe einmal und einmal das um das wollte ich nicht haben da er hatte die tat und schon gesagt dass die viele präzter unterwegs sind ja werden sollten zurzeit also wer wird euch noch mal die aussie wollen töten die aussie nein die aussie das ist eine gang aussie oder aussie aussie ok war aber warum weil ich auf ich habe einen mit dem onkel dieter geredet also er fischer weiß bescheid ja ja und er hat gesagt wir sollen uns hier wir sollen hierhin gehen weil hier ist immer viel putze unterwegs ja aber hier unterwegs aber ich kann mein freundin mit ging und die hat gesagt wir sollen hier und davon in der tankstelle sein immer ach so weil hier sind viele kollegen unterwegs ja das stimmt das stimmt man sie seite eigentlich ihr seid sicher aber auch zur gleichen zeit nicht sicher das ist halt müsst ihr abbiegen und der einst also mit tun wir sind auf einer abschlussliste die wohnen sind tot zeugenschutz polizeischutz das geht ja nicht hat der herr und kredit hat gesagt wir sollen zum junkiepark gehen und da kriegen wir schutz ja ich kriege ich einen ran aber ich glaube er nicht nicht das wäre eigentlich sogar das sicherste wir machen noch kein licht an aber ich nein wir haben doch kein geld guck und ja gar nicht der pinselstoff kippen nein ich habe meinem rucksack gewillt hier rucksack auf und zu ja hier ist dieses dieses schiebe ding ja hüllen wenn ihr geld habt haben wir auch informationen wir kriegen hier viel mit schon seit drei stunden wir haben schon einiges mitbekommen ja was denn kriminelle machen ich habe mich ja ob das info sind die wir auch schon wissen also es geht um um wie heißt die noch mal dem bomb und dass wir alles schießen wir haben dazu gehört ja wir wissen da schon bescheid wir wissen da schon bescheid was da los ist und die schießen auf alles und wir haben auch zugehört bei deren plan wir haben nämlich für morgen was geplant ja und wir wissen noch den standort und die uhrzeit wo die schießen wollen ja pass mal auf ich rufe ich rufe jetzt da wen an wen o'brien mein chef den habe ich drogen verkauft ja das ist ein ganz nett kommst du einmal bitte in die in die projekte da wo es hier wohnt ja da will einer mit der hat gute infos und erkenntnis dafür bezahlen das ist der wie heißt der pin hat mein name schon auf den lippen gab du kicker der pin hat der hat infos und also der morgen passiert wohl was und der weiß uhrzeit und standort nein doch ja ich frag mal was wir sind brüder pin es ist es ist es ja gar nicht schon ein ok dann kriegt ihr gleich was schönes von mir wir kriegen alles mit hier alles so nur für mir meine nase ist so voll ja alles 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 was klug scheiße ja das weiß ich ja das weiß ich ja alles da oha sogar freundlich ok super top weiß ich danke ja ja ich habe gerade mit meiner cheffe geredet ja wir kennen wir haben dem wirklich drogen verkauft ja so kann auch nicht er hat was mit dem mit dem schnuppi von der bombe zu tun den haben wir belauscht okay 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 pass auf wir spielen jetzt im spiel ja ich mache mit dir eine wette teilen um die teilinformationen okay wenn und wie viel bargeld hast du dabei geht nichts dann kriegst von mir recht dann kriegen wir deinen beiden ding da das geht auch nicht du kriegst in der information wenn du gewinnt wenn ich gewinnt kriege ich was von mir wird kriege ich auf jeden fall nicht staatlich ist und keinen keine autos oder so geld kommt er sagt das ist kann okay okay dann legt man los mit dem spiel also ich werde mir in dir der stich nächste kaufrechner ist das handlos bin und du stellst mir jetzt eine aufgabe ja ok wenn die antwort falsch ist sagst du es mir instant ja was ich stelle dir eine rechenaufgabe ja die antwort soll auch richtig sein haben wir in der schule okay dann hätte ich ein paar gangsters zieh die knarre zieh die knarre jetzt gefährlich ja ja das war bestimmt einer von den osis wir machen gleich drive in hier nene nächstes spiel kommen irgendwas 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 komm 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 warte denn ja du willst doch ein spiel spielen ja warte denn ja weiß ich nicht mach doch irgendwas ich brauch halt infos um euch irgendwie ja das ist morgen mit der bomb mit der bomb ist immer gefühlt jeden tag war es ja so spontan bin ich jetzt was ist denn mit der bomb im tag waren halt rum oder auch mal nicht aber man darf doch um fahren irgendwas irgendwas zu geben was ist denn wenn wir wüssten was die für morgen geplant haben ja dann haben wir hoch ist die entlohnung genau wenn man da vielleicht schon warten kann und und vielleicht haben die auch illegale sachen dabei und ganz drauf an wie groß die infos ich sag mal so ist das vielleicht ein pass auf jeden fall auf den usb stick ist das vielleicht eine info die zusammenhängen ist mit der sache in der nähe wo wir gerade stehen der doof ja genau mit dem wo die hier mit stress haben deshalb ja das wissen wir doch aber schon ja aber das hat was damit zu tun was hier passieren wird und wann ungefähr okay wenn die uhrzeit machen wir ein oder zwei null dahinter und dann gucken wir ob das geld dann auch so passiv ist ja das sind ja nur 1000 dollar also meine morgens oder was also zum beispiel es geht um 18 uhr geht irgendwas ja weiß ich nicht dann hatten wir ja wenn ich da einen 08 hinterlegen würde 18.000 18.000 dollar bekommen will dafür ja wenn es um 18 uhr losgeht mehr verstehst du und wenn es um 19 losgeht dann bekommen 19.000 ja also hängt das von den verbrechern ab wie viel wir bekommen wann die was machen sag mir nur urteil weil so ist und kriegst du das geld dann dafür aber das ist viel zu wenig polizist ich habe nicht so viel da könnte ich auch zu den anderen gehen und denen das sagen die geben mir mehr geld dafür also ihr seid keine guten verhandlungspartner was würden denn die anderen zahlen wir machen das einfach so ich sag dir jetzt und ich sag dir das jetzt einfach und wenn es so trifft das werdet ihr sehen dann 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 wenn ich den obrien treffe dann sagst du den obrien bescheid weil den kenne ich vom aussehen ja sagst du den jetzt bescheid und der gibt mir dann was dafür und den pinsel ist der moment wo es okay ist der moment wo es okay hallo 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 ja okay dann ähm pass auf ich habe gerade mit dem peanut geredet wenn das dann eintreffen würde was dann halt morgen passiert dann musst du ihm wohl was geben und dem pinsel und dem pinsel ach ich habe nur hundertsiebzehn drohen ja okay ich mehr viel später geht immer nur um ernst ja es ist gerade schlecht bei ihm also soll du ein ja oder nein sagen ja es ist auch nicht so eine schlips entscheidung die kann er jetzt von muss auch überlegt sein hast du deine nummer ich habe seine nummer nicht würde ich auch nicht raus vielleicht sag du nochmal du stehst hier nur mach doch mal bitte mit hallo wir machen das so wenn ihr uns nächstes mal seht und das war die wahrheit dann gibt uns das alles ich glaube ich wir haben explizit zurzeit gesagt wann geschossen wird wollen die hier ist hier irgendwas okay und dann wollen die herkommen die kommen hier hin ja auch mit dicke dinge haben die gesagt ja alles klar dann geht es wieder ab hat der schnuppi am telefon gesagt hat der schnuppi am pinsel und wieder verpetzt und am pinsel hi toll ich bin schon so tief gesungen der scherp an glück warte müssen die audios hier hauschen hoffentlich passiert das morgen nicht auf mich versiehen der ist so doof der ist so doof hast du gehört was der gesagt hat ja wegen der ursprache hat das was damit zu tun in der gegend wo wir uns gerade befinden und ich sag einfach ja mit denen wo die stress haben wir mit denen in der gegend und er so ja 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 doch im Kopf bin gut abgeschlossen ich sag du bist ein poof wie prinsel ja ich hatte immer Glück okay wir fahren wir jetzt hm was beim kies boah das mach ich lieber nicht nicht wenn da was fehlt rufen die mich an auch wenn ich nicht war wenn da was fehlt rufen die mich an aber was wir auch machen können ist wow unser auto sieht wie neu aus ja komm du bist der profi sag lass zum auto wir können ja warum läufst du schnell als ich jogge ja weiß ich nicht was ich hab da ne idee kann mein laufstil ja anpassen ja jetzt ungefähr so läufst du doch auch ach komm wie drohne hast du ach ich hab eine drohne ich hab eine drohne und ich dachte du bringst mir was bei ja was soll ich ja machen ja wo gehst du denn noch immer klauen mein wutz mein wutz bei den reichen und mein leuten die mich mitnehmen achso du beklaust freunde ja oh da steht jemand wo hm weil die gangster kann man gut klauen sagst du ja was denn hier gangster wenn wir hier gucken aber jetzt sind wir schon hergefahren da vorne sind viele autos ich bin auch gangster aber dann fällt er nicht auf hm dann gehen wir da rüber sorry ich lenke die ab und du klaust ok 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 wer ist denn das überhaupt blau mutig sind das nicht die die uns suchen oh oh sind das die hat ihr nicht gesagt blau blau gelb ist das blau gelb weiß ich nicht haben wir da hin oder nicht mal fragen komm fragen komm fragen ob dir die aus siehst aus ja ja nee das ist der mit dem lila t-shirt hä das ist der mit dem lila t-shirt oh ich habe das ist der mit dem lila t-shirt jungs ich lerne was macht ihr da an der kfz ähm wir hatten eine frage an euch ja ja dann frag also sind das die aussis was aussis ne ne das sind die assis das sind zwar aufbregel aber das sind nicht die aussis ok na ja und nein was ist dir passiert nicht zu offensichtlich bang bang knatter rei wo mit wem mit wem mit den osis ne mit arriba arriba andere mexico Mexiko. Ich bin nicht kranke. Und du sagst, mein ich ein Gringo? Ja, ja, ja. Ja, 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 caramba. Oh. Gibt's ein Gringo gut? Nee, Gringo ist jetzt sauer. Gringo? Was? Gringo? Was für ein Gringo? Hier ist kein Gringo, Herr Schmalz. Wer ist denn da? Ja, ich bin der Moses, hallo. Ach, Moses. Ja, Tag. Hallo. So, ganz kurz. Oh, das kann jetzt nicht sein. Nein, den weißen. Und ins Ohrleble. Da ist gar nicht der Gringo drin im Krankenhaus. Herr Nuss, guck. Ja. Ein Beispiel. Guck mal. Oh, der Knopf ist oben. Oh. Dann kannst du. Ja. An Kofferraum gehen. Und was da drin ist? Sag, wenn ich beißen soll. Scheiße ist da drin. Sag, wenn ich beißen soll. Doch, nee. Wir üben. Da liegen tauschen will. Ja, die kann schon. Bring ihn bei, wie mein Auto ist ge... Oh, ja. Ich bin froh, dass ich dir nicht mit meinem Nacken Fuß ins Gesicht trete. Ja, warum? Das ist mein Auto. Was? Wo du gegengetreten hast. Hab nix so gegengetreten. Ich hab nie gesehen. Vorhin warst du noch nicht. Na und? Da hast du noch nicht mit meinem Auto getreten. Du sollst ein Mann aga sein und fährst so eine Schrottkiste. Ja klar. Das ist dickes Auto. Du darfst ihn jetzt immer an die Griffe ziehen. Willst du was zu stimmen machen? Dann sag doch. Unauffällig. Eigentlich an meinem Auto jetzt hier schon wieder. Das ist auch mein Auto. Ich hab gehört, dass der gesagt hat, dass er sagt, dass das dein Auto... Das ist ganz Lüge. Ansonsten ist jetzt hier niemand mehr verletzt, okay? Also, Frage? Nee. Was? Okay. Komm, wir holen ab. Okay. Also. Ja. Ist er weg? Da fängt er. Etlus? Ja. Weißt du noch, wie man... Was denn? Bleib doch stehen. So. Weißt du noch, wie man ins große Taxi... Ähm... Der Knopf? Ja. Bei der Tür? Ja. Damit musst du... Mach mal auf. Ja. Jetzt mal. Dann... Ja. Siehst du, wie die Knöpfe oben sind. Aha. Nicht am Hebel? Nein, nicht am Hebel ziehen. Nie am Hebel ziehen. Ist das zu auffällig? Ja. Und warum hast du mir das nicht schon vorher gesagt? Ich wusste, dass du vor kompletter Armee Gangsters am Hebel schießt. Waren ihm die dann was drin? Ja. Drei Taschen. Waren die leer? Ah. Aber die hätten uns doch jetzt voll verkloppt, wenn wir geklaut hätten. Oder nicht? Ja, die rede ich schon praktisch. Oder? Könnte es sein, dass die... Dass die das nicht merken. Dass sie dich gern haben. Nee, wir haben ja jetzt nichts geklaut. Das ist ja vom Dio nichts getan. Ja, vielleicht mögen die dich, weil du bist Fanboy mit Pinky... Du bist ein Teil neu. Mit Pinky... Du mit... Schwanz. Ach, guck mal, davon. Wir können ja so Drive-By-Auto knacken. Beispiel. Ist, glaube ich, jemand da. Guck mal, wir probieren. Meinst du, das Auto ist auf? Warte mal, komm. Hallo? Hallo? Ja, warte mal. Ja, gut. Ich sag dir gleich Bescheid. Okay, sag's mir gleich. Hallo? Warte mal. Du hast doch mein Taxifahrer. Fisch. Der wusste nicht, was abgeht. Die sind auch so viele Leute. Oh, oh, oh. Weißt du, das merkt einer von denen da hinten? Ja, die merken das. Die sind schon so, die viel Interaktion haben. He, he. Was ist denn mit den Autos hier? Hm, das können wir sein. Wir können testen. Warte, ich mach so Blockade mit dem Auto. Da musst du gucken. Damit von denen drüben keiner sieht, was du tust. Okay. Okay, let's go. Oh. Äpnus. Ja. 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 Die guckt schon. Da hat schon eine Frau geguckt. Ja, hast du schon gesehen, wie schnell ich das mache? Ja. Die fast. Ich guck hier hinten. Ey. Die ist knapp unten. Hier auch. Hier auch. Dann. Dann sind hier alle so. Eins war offener, aber leer. Um steht keins. Wir können beim Krankenhaus gucken. Okay. Oh. Polizei Autos. Ich bin unten. Da hat gerade schon eine Frau geguckt. Einfach weg. Du dachtest, es ist dein Auto. Oh. Oh, was denn? Hast du? Hast du was? Nein. Man sagt nicht. Oh, oh. Hier ist ganz viel Polizei. Wo bist du denn? Schon am Krankenhaus. Ich bin immer noch hier in der Tiefgarage. Du bist ein Arsch. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich gehe links in die Straße. Oh, oh. Hier ist eins offen. Wo? Komm mal zu mir. Wo bist du? Hier. Wäitsch ist, wäitsch ist. Da hin. Der Schwarze? Nee, das ist weiß hier. Der Große? Okay, ich stelle mich davor. Dann sieht das keiner. Schnell. Da ist eine kleine Tasche drin. Ja, nimm die mit. Warte. Guck ihm Handschufe rauf. Und? Weiß rüber. Oh, keine Ahnung. Die Security guckt hier rüber und sagt gar nichts. Gott. Leg doch deine Tasche rein und hol die Tasche raus. Hab ich. Pass auf, dass du. Rote Flitzer. Und? Mhm. Oh nein, das hab ich getan. Ach, du bist so ein... Boah, ich dachte, du bist ein Profi-Einbrecher. Du bist ja... Du bekommst ja bei Obst die Pansche rein, du. Ja. 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 Sag schon mal kurz, oder? Ich seh doch, dass du was machst. Ich fahr... Alles klar, oder? Hey, warte kurz. Bin du wach? Ja. Okay. Fertig. Let's leer. Weißer? Ja, geht eine Straße. Ja, whatever is here. Ja. Hier sind viele Autos. Ich geh vorne gucken. Okay. Oh, da fährt gerade einer weg. Ich guck das. Ich knopf unten. Hey, überall knopf unten. Scheiße. Okay, warte. Was hab ich gekriegt? Boah, geil. Was ist... Boah, ich hab... Da war nur Fressen drin. Ich hab Essens auch gut. Wie ist schon... Schoko-Donut? Na klar. Boah, guck mal. Ich... Ja, wo kann man noch hin? Was ist denn mit diesen... Trips? Nein, diesen Park, wo... Wo... Taxi ist, da. Da ist doch... Da ist doch so ein Park. Ich fahr einfach da hin. Ja, fahr mal hin. War auch Park. Ja, genau. Damals Polizei-Klamotten im Weinwut gefunden. Manchmal hat man... Das ist wie wenn man Geister spielt. Manchmal hast du Glück und manchmal passiert nix. Das ist auch wieder Glücksspielen. Darfst du nicht Twinkie erzählen? Ja, vielleicht... Versuchst du Autos jetzt zu räumen. Aber... Du bist verhaftet. Ohne Gewinn. Ach, man wird verhaftet? Äh... Wir spielen erst mal die Umgebung aus. Okay. Okay. Oder wir parken hier. Und jeder macht ne Straßenseite. Wow, guck mal, dass hier Karren steht. Jawohl. Wir parken unten und laufen hoch. Okay. Ich mach mega, welche Seite. Wir auch. Mann, einfach halb, halb. Also... Dann sieht das aus, dass wir hier bohnen. Ja. Eigentlich ist es so. Ja. Eigentlich ist es so. Dort, wo viel los ist, da ist immer was. Ich nehm die rechte Seite. Ja, okay. Wenn die oft ein- und aussteigen, dann hast du meistens Pech. Hier ist ein Auto. Knopf unten. Oh, ich hab den Eimer umgestoßen. Meist'n achten jetzt da drauf. Oh. Oh, Knopf. Oh. Hä, wie schnell bist denn du? Du fährst. Zu. 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 Ich kann den nicht rüberklettern. Fuck. Dürf mich nicht hören. Du musst doch nur kurz reingucken. Ob die Knopfhaufen sind. Oh, hier ist was offen. Oh, was ist drin? Sag mir. Was ist drin? Sag mir. Es sind nur Klamotten. Egal, guck in die Hosen. Taschen. Oh, Knopf unten. Nein, da ist nichts drin. Vielleicht sind da super dupe teure Klamotten. Oh, oh. Oh nein. Ach. Ich muss kurz. Wir warten. Ach, Knopf unten. Okay. Irgendwann im Handschuhfach. Ha. Vahnträg Verbandskasten. Brauchen wir das? Ja. Nicht? Hier ist jemand. Das glaube ich. Aber das ist nicht mein Ding. Da musst du aufpassen. Ich bin auf dem Tor. Ist auf jeden Fall keiner in der Badewanne. Oh, oh, oh. Bin sei. Ich bin in den Hosei gebrochen. Bin sei. Ich bin in den Hosei gebrochen. Ich bin in den Hosei gebrochen. Ist das Begeber? Ja. Ich bin in den Hosei gebrochen. Pst. Ich bin in den Hosei gebrochen. Es ist nur ein Game. Oh. Oh, ich höre auch durch. Küche ist keiner. Aber gerade hat jemand Müsli gegessen. Oder Bohnen. Ich bin in den Hosei gebrochen. Oh. Oh. Die buntene Frau anscheinend. It's only game. Why you have to be mad? Oh. Was dann? Oh mein Gott, hast du mich erschrocken, Alter? Oh mein Gott, hast du mich erschrocken, Alter? Oh mein Gott, mein armes Herz. Ist keine raus hier. Du Arsch. Du bist so ein Arsch. Ich gehe auf deiner Seite. Alter, hast du mich erschrocken, Junge. Arsch. Ich schacht, du brauchst hier. Die haben einfach ihr Haustür aufgelassen. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt bin ich am Arsch. Erster Tag ein Lieb und schon bin ich gefängn. Oh mein Gott. Irgendwas passiert hier. Weiß nicht. Was war das? Ich habe irgendwie ein komisches Geräusch gehört. Was ist denn? Verarsch mich nicht. Ich weiß es nicht. Alter. Auto. Hä? Auto, was komisches Geräusch. Wo bist du? Ich habe so einen Splitter. Was? Ich? Versteh nicht, das Auto macht komisch Röschel. Röschel. Ach, egal. Scheiß, so ist Auto. Hey. Hallo. Komm, da vorne ist noch eins. Lass den Park umlaufen. Du hast mein Glück, wenn wir die Leute auf einen aufstehen. Ja. Ja. Auch Knopf unten. Mann, wir haben kein Glück. Wir laufen die gleiche Richtung. Das ist doof. Ich laufe jetzt richtig. Oh, da war ich schon. Alles bis unten? Ja. Boah. Angeblich nur, weil du schnell bist. Die hast du geguckt, ja? Ja. Deine Pfohlen. Wurdest du schon oft erwischt? Ja. Ja. Und dann haben sie mich eingepackt. Es ist halt so. Am besten Chancen hast du dort, wo sie oft rein und raus gehen, weil sie manchmal vergessen, abzuschließen. Die, wie hier, die schon länger stehen, da ist es meistens so, dass man kein Glück hat. Dann müssen wir jetzt beim Poliziergebiet. Zum Beispiel. Nee, wir haben kein Glück hier. Hm. Manchmal hat man Glück. Manchmal nicht. Boah, ich dachte schon, wer ist da? Dabei warst du das so arf. Ich hole das Auto. Ja, aber da stehen die Autos doch auf. Ah. Da weiß ich wohin. Da check ich nur ein Haus. Das ist ein Polizist. Der ist sein Auto offen. Mit Pumpgun. Dann lass da hochfahren. Okay. Was war denn das? Hat die Katze so eine Glasflasche geschmissen. Das ist schön. Nee. Was ist denn mit denen? Oder auch, dass die so frisch geparkt steht, ne? Hier so. Wie das hier. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oder bei Gangstern im Viertel? Gangstern im Viertel? Gangstern im Viertel? Gangstern im Viertel. Also jetzt beim Hasepeter und so. Da wo der Hasepeter wohnt. Ja. Das kann auch sein. Oder hier wo die Taxis manchmal. Da guck mal. Das Auto sieht verdächtig aus. Die schreit mir auch. Ich schreit. Meinst du? Ich schreit. Hm. Hm. Nom 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 nom. Du bist der Experte. Manchmal hat man schlechte Tage. Guck mal hier. Willst du gucken? Die ist mutig. Ja, aber du, ich dachte, du bist ein Profi. Ja, dann lass mich raus. Okay. Guck mal, ich geh rechts auf den Bürgersteig. Ja. Sag mal. Hallo. Fuck. Haben wir die Müllabfuhr bestellt? Oh, boah. Na, das ist mein Leihwagen. Leihwagen? Hast du den anderen zu Schrott gefahren? Nee, der muss lackiert werden. Mal Gangstern suchen, damit die uns nicht finden. Hallo Herr Weisling. Vorsicht dir. Hallo. Wie waren denn hier drin? Du hast deine Schuhe vergessen. Welche Schuhe? Welche Schuhe? Welche Schuhe? Achso, du hast keine mehr? Nein, ich krieg zu viel. Ich wurde abgezogen. Das ist doch mal diese... Abgezogen? Ja, die haben sie ein Zeug geklaut. Ja, haben sie mir geklaut. Die Plastikgartenschuhe haben sie dir geklaut? Ja, und die durch Spender. Die im Internet für 4 Millionen gehandelt werden? Ja. Das ist ja übel. Und jetzt, wieso seid ihr hergekommen? Einfach mal schauen, was so geht oder was? Wir haben dich gesucht. Genau. Ist das so? Ja. Weswegen? Wollen sie was fragen? Oh, Tiffun. Hallo? Äh, wie? Tiffun. Ich hab ein Ticket. Ich hab ein Ticket. Mit einem Erdnuss hier. Okay, ne? Also die letzte Info ist doch wirklich nicht rot wert. Doch. Dann ruf mal Erdnuss an. Erst das. Koti. Oh, oh. Jetzt klingen wir Ärger. Weil Twinkie wieder im Würgelland Kacken war. Washington, machs mal kurz auf. Ich würd mich kurz mal reinsetzen. Und ne Flickse Runde Tetris spielen. Ja, ja. Ab dem Handschuh fach mit dir. Okay. Ne, ich spiel Tetris. Oh, da drüben. Ja, ja, Tetris. Lass mich. Lass du mich? Nein, du lässt mich, ey. Hey, was soll das? Du fimmst in dein Schwein. Weg von unserem Auto, du Dieb, du. Geh weg. Da geh in deine Bombshütte. Herr Washington? Ja. Ich wollte herkommen und mal nachfragen, was mit unserer Anzeige ist. Aber wir haben immer noch nix gehört. Ist er jetzt erst vier Monate her? Ja, das dauert so seine Zeit. Ja, genau. Merken sie selber. Herr Wash Machine. Und auf den Kosten sind wir auch sitzen geblieben. Echt? Und der Typ rennt immer nur frei rum. Das ist nicht gut. Ja. Super Pixar-Arbeit. Ja, voll Idioten. Das haben sie gesagt. Gut. Äh, ja. Deswegen sei er jetzt hergekommen. Das glaube ich nicht. Ja. Doch. Ja, doch. Okay. Ja, dann werde ich mir das dann mal aufschreiben. Ja, ja. Und dann ein Zelt wegwerfen danach. Ach, Quatsch. Genau so mache ich das immer mit Anzeigen. Ja. Deshalb ist eure Erfolgschance auf Ermittlungen auch quasi null. Das wissen sie ja gar nicht. Ja, das weiß ich ja wohl. Nur wegen einer Anzeige da oder was? Ja, klar. Ja. Der hat bei mir schon mal für eine Anzeige ein Trafgeld bekommen. Wer? Du. Was habe ich geschalt? Geld. Gehen sie zum Krankenhaus. Gehen sie zur Werkstatt. Machen sie ein Gutacht. Dann kriegen sie alles Geld wieder. Vier Monate nix. Kein Schreiben bekommen. Nichts. Vor vier Monaten gab es uns auch noch nicht. Ach ja, ja. Ach so. Mhm. Das ist natürlich schade, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Lassen sie doch gerne ein Feedback auf unserer Website da. Wie viele Sterne würden sie uns geben? Welches Feedback? Auf welcher Website denn? Ja. Nee, ja. Nee, nicht YouLive. YouConnect. Der Kompass. Wird ihr Daumen runter entgegennehmen können, dann wird das ganze Gebäude einbrechen. Nee, da... Nee, macht mal positiv. Äh, Null. Jawohl. Vercheidest du. Wir lassen die Gangster das klären. Mach du mal mit deinem Müllauto erstmal hier. Warte mal, das ist kein Moloto. Vom Burgersteig. Natürlich, ist Orange. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ja, wir sind aber in Amerika, ihr Trottel hier. Da trägt die Müllabfuhr. Grün. Grün. Ich hab ja auch nur Liefgutsch zitiert. Grüns. Schlag Schaball. Na ja. Du, mein Lieber, im Koffer rum, du. Knallkopp, du. Boah, das war knapp, oder? Ja, Mann, das war richtig knapp. Genau, und das Fahrzeug wärst du als erstes gegangen. Ja. Und da saßen Menschen drin. Die wussten auch genau, was die da vorhaben. Sonst hätte der nicht so gefragt. Meinst du? Ja. Was sollte Cody, du Schiff? Nicht gesagt, wir haben kein Ticket. Wie, wir haben kein Ticket? Wir haben nur solche Anrufe. Ja. Ja. Ich muss an das Autogramm kommen, sonst frest du Twinkie mit dem Arsch hoch. Ja. Cody ist fast food? Ja, Chef Cody ist Peanut. Ja, hi. Wir, wir haben kein Ticket. Wer hat euch denn ein Ticket verkauft? Der Typ im Lidl in Oberthal hat gesagt, ähm, wir, die Tickets sind schon bezahlt und wir können morgen auch kommen. Dann hat der uns aber nicht eure Namen gesagt. Ja, Peanut. Ja. Oder hat der uns angelogen? Ich weiß nicht. Kannst du den nochmal fragen? Ich kenn den. Ich weiß, wen du meinst. Ich kann den auf jeden Fall fragen. Aber ich brauch den euren richtigen Namen einmal für den, damit ihr es gekriegt. Ja, Peanut Smolz und Roni Hobbs. Warte. Peanut Smolz. Smolz. Schreib mal das. Hä? Smolz. Es? Okay. Mit S am Ende. Mit Z aber. Okay. Ja, siehst du also doch nicht so. Ja, egal. Okay, und wie heißt der, der, der Pinsel da? Roni Hobbs. Roni Hobbs. Okay. Easy. Dann hab ich euch aufgeschrieben. Dann zeigt morgen eure Ausweise vor und ich klär das mit dem Typen, das er für euch bezahlt. Um 23 Uhr ist das, ne? 23 Uhr, ja. Wow. Okay, okay. Gut, gut. Bis morgen. Fuß. Ich muss mein Auto voll im Pinseln. Ah. Und dann können wir nochmal in die Berge fahren. Wie? Oder willst du schlafen? Bist du, ich bin auch müde. Ja. Was ist das? Was? Jetzt weiß ich, wie ich tanken muss. Das kriegt ja eh nicht mit. Ach, das war schon leer. Oh, das Auto sieht verdächtig aus. Pack es einfach daneben und dann sagst, weißt du nicht, welches. Du sagst, das war das rechte. Ja. Wir sind echte Gaulner. Wir müssen das Zeug aus dem Koffer rumholen. Das haben wir aus dem Handschuhfach. Das war meine, das war meine. Und ich glaub 500 Dollar. Oder ein Zeug aus dem Koffer rum. Bitte. Wenn überhaupt noch jemand ist. Hm. So, wir haben Dankeschön für die Prime im sechsten Monat. Und Rats und Fummel Dankeschön für die Prime und herzlich willkommen. Tipsy oder so Dankeschön für die Prime auch im sechsten. Huch. Okay. Und Chirurg Dankeschön für die Wies am zehnten. Hast du? Ja. Alles? Okay. Boah! Und ... sweet. Boah! Boah! Warum kommt da kein Chirshun? Messe Tabasco Dude, vielen Dank für vor 20 Bits. Ah jetzt, danke! Haben Sie schon geschlossen? Mhm. Nee, oder? Mhm. Nee, oder? Mhm. Dann rufen wir. Nee, oder? Mhm. Er hat gesagt, zehn nach. Wir sind fünf. Nö. Wer arbeitet hier? Wie ist die Nummer? Mhm. Schuf Kika. Wo ist mein Auto? Nee, oder? Mhm. Weißt du die Nummer von hier? 666. Lüge oder Wahrheit? Lüge. Lüge. Nee, das ist die Nummer. Die können uns ja aber zumachen. Hallo, ist da drin jemand? Arschlöcher. Arschlöcher. Solche Arschlöcher. Da versuchst du, ein Auto zu starten. Ähm, wir können, warte mal. Das kann ja vielleicht einer mitholen. Wir arbeiten doch da drin. Ich hole das genau. Ach, ich wusste die das. Boah. Warte mal. Boah. Ja, ich wusste die das. Bist du das? Hallo. Kannst du uns helfen? Wir brauchen ein Taxi. Kannst du uns abholen? Nein, wir brauchen kein Taxi. Oh, okay, das stimmt. Wir haben doch den Leihwagen. Ich will mein Auto fahren. Okay, was ist dann? So, jetzt gesagt, ich bin süß. Er ist da doch froh. Hä? Ich kann dir das morgen holen. Also müssen wir jetzt mit dem fahren. Wir können auch mit meinem fahren. Das kann dann vorbeistellen. Ja, das können wir sowieso holen. Aber das muss ich doch morgen wieder eintauschen gegen meinen. Boah, guck dir die Farbe an. Oh, Baby. Guck, was dir anpinselt. Was würde passieren, wenn du dich einfach mitnimmst? Hab doch keinen Schlüssel. Twinkie hat den zwei Schlüssel. Oh. Ja. Okay. Komm, wir gehen dein Auto holen. Okay. Das ist ein Tag heute. Boah. Ich hab nur ein Auto geknackt. Sonst hab ich mehr Glück. Der ist ein Vorfeld. Aber jetzt liegt wieder mir, ne? Nein. Lieg einfach da dran. Ich glaub einfach, dass du ein Wundertütenerzähler bist. Was? Dass du dir das alles immer aus dem... Oh, das tut mir aber leid. Oh, das wär aber jetzt nicht passiert, hätte dir nur auf. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Komm, hol den Wogger. Ich hab'n Blank. Stell dir den Eingang zu. Das ist doch Betrügerei, ist das. Komm, der hat uns wohl vergessen. Oh, Mensch, du bist einfach im Arsch. Wenn wir mit deinem Auto nur mal dahin fahren, dann parke ich das direkt da. Wohin? Ja, hier zur Werkstatt. Dann parke ich die Mistkabel da und dann fahr' mit mit deinem Auto. Deswegen hab' ich doch gerade versucht, die Mann zu fragen, der uns abholt. Aber warum? Du hast doch ein Auto... Verpiss dich! Du hast doch ein Auto. Ja, aber dann hätte das hier hier stehen bleiben können. Ah, aber wir können ja auch so fahren. Ja, genau, genau. Oh, boy. Tschüss, Chris, Anthem. Bye, bye. Normalerweise geh' ich an Autos ohne nachzuregen. Immer wenn ich plane, wo ich was schnappe, dann sind die zu. Ich glaub', wir müssen am Mittag unterwegs sein. Da haben wir, glaub' ich, mehr Glück. Mhm. Oh, Puff hat auf. Ach so, was hat Cody denn gesagt? Dass der Typ, der uns die Tickets gekauft hat, nicht unseren Namen hinterlegt hat. Aber jetzt hab' ich die hinterlegen lassen. Okay. Dann werden die sich damit prügeln. Da können wir bestimmt klauen viel, oder? Aber du steckst mich an und machst mich zum Dieb. Du machst mich zum Meisterdieb. Bald gibt's, bald gibt's Pinsel Eleven auf Netflix. Wie wir irgendwelche 24-7 überfallen. Mit drei monatlicher Planung. Weißt du, weil ich heute zu Hause geguckt hab'? Was denn? Das heißt LOL. LOL heißt... Last... Äh... Last... Ich hab' gestern Gruselfilme geguckt. Welchen? Einen Psychotriller. Welcher? Hm. The Gift heißt der. Kenn' ich nicht. Und davor hab' ich geguckt... Mirrors. Okay. Guck dir an... Guck dir mal an... Der unsichtbare Gast. Gut. Ja. Da hab' ich doch was... Auf. Ja, der kann... Ja, der stimmt dort gar keine Tür. Ruhe, zitt Ruhe. Schweigen Sie, sonst bret von der Immer. Baby, baby, baby. Schatz, seid ihr müde? Er hat noch was. Ja, Pinsel. Oh. Da haben wir doch noch Glück gehabt. Und? Nein, ich glaube leider nicht. Nee. Immer gleich. Wir treffen uns da unten wieder, ne? Ja. Oh, du warte, ich warte noch auf dich. Oh, guck mal. Was denn? Was seh' ich denn hier? Oh, guck mal. Nachmacher. Ich kann auf die, die. Kopi-Katzen. Kopi-Katzen, ja, ja. Da ist der Pinselstein, Bitch. Oh, aufpassen. Reden wir wieder. Ist gleich. Ist gleich. Entspannend, Zuschauer. Herzlich willkommen in meiner Wohlfühlerase. Duftgerste. Oh, hier geht doch immer wieder irgendeine Party, Alter. Ich bin mal echt gespannt auf morgen mit dem Event in der Halle, ob das oft crashen wird. Und wie die das aufziehen, die du... Wollt die Juri sich nicht noch melden? Warum rede ich eigentlich mit mir selber? Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Upp. Wo ist denn der? Hey, ist der doof? Jetzt hab ich jetzt mal loof. Oh, Lamborghini, Lamborghini. Scheiße. Aber ich geh in den Boxring, der ist ja so klein, da sind die Kämpfe echt schnell. Da dauert einen Kampf vielleicht fünf Minuten oder so. Deshalb hat man den Ring ja so klein gemacht, damit es schneller geht. Gibt doch eine dicke Überraschung morgen, aber ich spoiler nix. Wenn hat funktioniert. Ich bin gespannt. Benzel. Wie kann man hier crashen? Hier ist absolut nix los. Tschüss, Klimatic. Schlaf gut. Tschüss. Frag die SSD. Eigentlich dürfte der hier nicht crashen. Er sollte mal sein Rechte neu aufsetzen. Ne, die dicke Überraschung immer im Durchfall. Hypnotold ist richtig müde. Woher weiß denn das? Äh, Spicy. Ja, hab ich gar nicht dran gedacht. Klar, warum nicht? So ein cooler Ort. Da muss nix gemappt werden. Nix. Da kannst du einfach so bespielen. Aber ich glaube, Jack hatte das eh schon im Auge. Ja, mal sehen. Naja, dafür, dass sein Computer so kaputt ist und am Arsch läuft, dann geht er aber richtig gut mit Stream. Also von der Qualität her und so. Ah, der sollte sein System neu aufsetzen. Aber das ist nicht normal. Jetzt schon wieder ein Crash. Oh, mal älgerst du wieder. Da, nicht hin. Ach, komm, Mila. Geh zuzocken. Du Arsch. Junge, was ist mit? Wo ist der hin? Oh mein Gott. Vor einer Stunde schon. Ja, Breitschkrid. Warum? Hat sich dein Zoo wieder 500 Mal reproduziert? Du hast eh kein Zoo gezockt, du Unglücknerin. Warst du eine Rust-Kommer? Boah, wir haben einen voll coolen Rust-Server gefunden. So ein PvE-Server mit PvP-Zone und so. Ist richtig cool da. Kannst du so deinen Charakter leveln und all so'n Scheiß, Alter. Nee, aber Terraforming ist scheiße. Du kriegst von der Mila, keine Liebe, Junge. Warum ist Terraforming scheiße? Das geht ab, Little Mighty Nix. Wir warten gerade auf den Pinsel, der permanent crasht. Und dann ist so, glaube ich, gleich schon wieder vorbei. Schon wieder halb eins. Ist das eigentlich komisch für dich, als Peanut auf die Jungs vom Rettung? Junkie-Park zu treffen? Ich versuche das so gut wie möglich, da nicht in diese Richtung zu RP'n. Weil wenn ich da RP'n will, dann kann ich auf Költe slogan. Aber ist da eh keiner mehr da, ist im Ab und zu Maki-Vieh. Außer Jake ist jeden Abend unterwegs. Ist da gar nicht mehr so der Park. Aber komische sind nicht. Ich finde es aber manchmal von deren Seite ein bisschen komisch. Wie jetzt mit den Tickets zum Beispiel, dass er sagt, Jake sagt so, ja, ihr braucht die Tickets nichts bezahlen. So, der soll mich, ich kann mich auch irren, aber für mich kommt er manchmal so rüber, so als würde ich eine Extra-Wurst kriegen. Das soll die nicht machen. Aber kann nur sein, dass die einen anderen Hintergedanken haben. oder eher einen anderen Hintergedanken haben. Guck, Shakes, Mila, der ist gut. Der baut gute Gehege mit Höhe. Sie baut schon die Ome auf dem Teamsweg. Hey, ist der schon wieder gecrasht, Junge? Sie baut schon die Ome kiss auf dem Teamsweg mit Mila. Zwei am Bauen. Sie baut schon die Ome. Guten Abend, Sergeant Obi. Hast du dir den mal angeschrieben? Was ist mit dem? Was habe ich denn gerade gesehen, Alter? Boah, Pinsen. Ah, Demba, wenn er Overkill, Mann. Boah, Junge. Beschüchtern. Ey, Junge. Also, das ist wirklich nicht normal. Das dürfte nicht passieren. Oh, der halt, der crasht schon wieder die ganze Zeit, weil seine Kontaktlinsen kacke sind. Den Struggle hast du ja nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass ich den auch nicht mehr habe. Was, Junge? Was? 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 Well, you guys. Ja, gute Räte, Chimpy. Das war so klar, dass er so eine tolle Hofer hat. Hey, Schwull, der kann mich gleich am Arsch lecken. Ich fahr gleich einfach. Ich geb dir noch zwei, drei Minuten, dann fahr ich einfach. Und dann geh ich in die Suppenküche und meld den wegen RP-Flucht. Hm. Und dann fahr ich in die Suppenküche und meld den wegen RP-Flucht. Genau. Oh, Pinsel, man repariert einen Dreckscomputer, bitte. Kaufe dir einen bei Mindfactory. Dann hast du keine Probleme mehr damit. Ach, scheißdurch, Digger. Das ist ein super Laden. Klar, haben wir deinen Rabattcode. Ich, ich hab ihn. Hat er Pech gehabt. Ey, kommt heute eh nicht mehr ins Game. Ey, 100% ruft er jetzt gleich an, wenn ich oben bin. Ey, 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 ey. Ui. 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 Jetzt wären wir gleich am Anwesen oben erstmal gesniped, dann können wir noch Krankenhaus der Peer halt machen. Oh, 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 oh. Kantenkorb noch dort gestellt. Schwester Kusch gemacht. Der Müllwagen, der steht unten. Eine Tuning-Berkstatt. Boah, wir haben hier so sweeten FPS, ne? Unnormal. Ja, Penze, danke schön für den Raid. Und wunderschönen guten Abend an euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bei diesem super exklusiven Content-Streamer, der höchst professionelle und gute Teile verbaut in seinem Computer, der es bis heute nicht fertiggebracht hat, mal sein System neu aufzusetzen. Da gehe ich jetzt gleich erst mal in eine Suppenküche wegen RP-Flug. Ja, 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 ja. Oh, der Lied hab ich auch schon mal gehört, aber ist nicht schlimm. Das ist gut. Ja, 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 ja. Was macht denn der Dieter? Ach, die sind Party machen. Deshalb hat der O'Brien vorhin keine Zeit gehabt. Ja, hier, ich schick euch Party machen. Ähm, Chat, ihr wunderschönen Menschen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht heute und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. und ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein und für den wunderbaren Support. Ich liebe euch alle. Ich küsse eure Herzen und lasst euch nicht anquatschen. Bis morgen. Ich schicke euch rüber zum Party-RP-Tidinger. Da könnt ihr nur ein bisschen abgerufen. Und seid lieb. Hatte ich eigentlich. Egal. Was hattest du? Gitarfehler wird bereits gestartet. Pinsel. Wenn dein GTA crasht, musst du im Task-Manager gehen und den ZEV-Browser-Prozess killen. Hatte man im GTA-Bild. Ich schicke dir morgen eine Butch-Datei dafür. Dann musst du danach nach ihm Crash einmal draufklicken und dann kannst du wieder starten. Oder ich schicke dir die gleich noch. Okay. Kussi und danke. Bis nachher. Bye-bye. These sind schüttern. Alles gut. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020